Guten Morgen, es ist jetzt Tag 1, die Hälfte ist noch im Bett, die andere Hälfte ist schon wach und jetzt geht es gleich los. Ist alles gepackt, ich weiß nicht, dann werden wir noch vielleicht kurz was frühstücken werden. Oder Albert hat gestern angedeutet, dass er vielleicht gerne noch eine kleine Didgeridoo-Session spielen möchte mit mir. Und dann geht es los in die große Weile Welt. Und ja, ich bin eigentlich total gespannt, wie es laufen wird. Ich glaube, mein Körper hat wirklich alles nochmal in die Waagschale geworfen, hier zu bleiben, weil ich habe mir gestern den Halsnerv eingeklemmt. Und heute habe ich totale Schluckbeschwerden zum Frühmorgens. Und ja, aber nee, fuck you, ich laufe los und ja, wir sehen, wie es wird. Das ist das erste Mal des Tages, es gibt einen Chicoré. Ich will jetzt hier nicht gleich nur mit einem üppigen Frühstück starten, sondern mich direkt eingerufen auf etwas kargere Tage. Oder auch nicht, mal sehen. Auf jeden Fall gibt es zum Morgen einen Chicoré. So, jetzt habe ich morgen doch nochmal nachgeladen. Ja, sehr viel leidensam für Omega-3-Wetzerin. Ich konnte es nicht lassen. Ich musste heute nochmal einen Smoothie trinken, mein letzter Smoothie für eine ganze Weile wahrscheinlich. Und ja, den werde ich mir jetzt genehmigen. So, jetzt das letzte Mal aus der Tür gehen. Ein legendärer Moment, natürlich hochkant aufgenommen. Mittlerweile haben sich jetzt nicht ganz viel den Peace Walk angeschlossen. Es sind ja hunderte, die hier laufen. Und das ist jetzt gerade den ersten Teil ein Picknick, dass wir jetzt noch Sachen und Sachen gut zufrieden sind, die noch quasi von unserem Ausgangsequipment dabei ist. Und ja, Albin hat halt den Wagen. Wir alle müssen unseren Rucksack tragen und Albin hat einfach den Wagen. Wir alle müssen unseren Rucksack tragen und Albin hat einfach den Wagen. Wir alle müssen unseren Rucksack tragen und Albin hat einfach den Wagen. Das hier, ein klein bisschen Weidekätzchen, mir hat Albin gerade erklärt, du kannst auf den nicht gesprosten, also die hier noch nicht so Zeug drüber haben, das kannst du essen. Und dann ist das wie Kaugummi. Du beißt da eben drauf und kannst die ganze Zeit wie so Kaugummi drauf kommen. Das schmeckt noch relativ neutral. Also die ist geil. Einfach Kaugummi aus der Natur. Also wir sind jetzt die ersten sechs Kilometer gelaufen. und ja, die Schulter schmerzt ziemlich, eigentlich das, was ich am wenigsten gerechnet habe, das schmerzt jetzt am meisten, mein Halswirbel, also mein Nerv, der eingeklemmt ist, das ist irgendwie gar nicht mehr so richtig ein bisschen noch, aber ganz unproblematisch und ja, die Schulter, also es sind ungefähr 16 Kilo jetzt, die ich trage, das tut schon weh, das tut schon richtig weh, ich habe das Gewicht ein bisschen auf der Hüfte verlagert, das Problem ist halt, dass mit der Hüfte ich halt auf der rechten Hüfte eh immer so die Probleme hatte in den letzten Wochen das schmerzt auch, bleibt aber relativ konstant, wird nicht mehr, das war vom ersten Schritt bis jetzt, das ist eigentlich ein gutes Zeichen, das ist eher ein Zeichen vielleicht, dass sich der Körper dran gewöhnt, ja, ansonsten Rücken einwandfrei, wird das ein bisschen kalt, aber ich überlege schon krampfhaft, was könnte ich noch aus diesem Rucksack entfernen, was könnte ich noch aus diesem scheiß Rucksack entfernen, aber egal, ja, aber das mal schön unterwegs zu sein, es ist einfach, es ist so geil, es ist so geil, es geht los, es ist so geil, heutige Entdeckung ist auf jeden Fall, dass die Kirschblätter, ich habe sie schon mal gegessen, aber ich esse ja fast alles jetzt so ein bisschen am Wegelsrand, aber so richtig satt und gut, also solche Kirschbaumblätter, es mängt richtig, richtig gut, also fast vergleichbar mit Lindenblättern, Lindenblätter ist für mich immer noch die Nummer 1, aber so die Kirschbaumblätter, die sind echt richtig, richtig geil. Genau, nur bin ich nicht ganz vegan, aber das gerade essen und dann kommt so ein kleines Räubchen, Oh, es hat sich selbst umgebracht, es ist runtergesprungen, wollte nicht gegessen werden. Ja, es war gerade so schön idyllisch und was ihr hier seht, das ist wahrscheinlich eine Hühnerfarben, natürlich ordentlich hier abgesperrt mit Stacheldraht, erinnert ein bisschen an die Konzentrationslager zur Nazi-Zeit, ernsthaft. Weit ab vom Schuss, dann mit Stacheldraht hier geschützt, dass ja keiner reinkommt, was elendlich sieht und drinnen, ja, verrecken dann die Hühner, beziehungsweise das, was in den Handel kommt, das essen wir dann. Na ja, gut. Na ja, gut. Na ja, gut. Ja, ich darf unten aufschlafen, warum kein Zeck? Ja, wir schlafen alle auf der Top. Es wird kalt, Christian. Sie kann ja von oben die Dinger dann steuern. Ja. Ja, sie ist auf der Top. Ja, sie ist der König der Helle. Es ist ziemlich hart. Du bist ziemlich weit unten da. Wie hast du mich da? Ich weiß nicht. Wie ist das Problem? Ich bin. Ich helfe dir. Chiara, du mal aufhälter. Huge Solarpedals hier. Einfach halt aufhälter. Ah, hier ist es. Nein. Es fällt runter. Wie sollst du runterkommen? Wie sollst du runterkommen? Wie sollst du runterkommen, Chiara? Wie sollst du runterkommen? Wie soll ich das? Wie sollst du runterkommen? Ich komme auf Christian und ich füge dich runter und du füge runter. Okay. Vielleicht ist es besser, wenn sie zuerst ist und du hältst sie? Ich denke besser ich zuerst, denn ich kann sie rutschern, wenn sie runterkommt. Ich kann auf dich stehen. Du wird der super Base, ich bin in der Mitte und du wird der Flyer. Ja, das ist der Punkt. Ja, das ist der Punkt. Ja, das ist der Punkt. Ja, ich bin bei Christian. Okay. Ja. Du kannst den doppelten. Den doppelten. Den doppelten. Mit deinen Händen. Das ist wahrscheinlich gut. Okay, du kannst mich jetzt auf Jana. Okay, easy. Danke. Und jetzt Jana, du machst das gleiche. Aber ich sollte wahrscheinlich ein bisschen höher auf hier. So, wenn du das hier kannst, dann ist es genug. Und ich place eine Füge hier und eine Füge hier. Ja. Und Jana. Ja, so wie ist es? Wie ist es? Wir wissen, wir müssen es. Wir versuchen es. Wir experimentieren. Wie ist es? Okay. Ja, das geht gut. Ja, das geht gut. Du kannst es nach unten. Lass es nach unten. Und dann hier, du hast meine Schulter hier. Ja, und dann du hast die richtige Füge. Das ist eine sehr gute Grip. Ja. Und jetzt kannst du mich runterziehen. Ja. Wir haben es geschafft. Und ich habe es geschafft. Ja. 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 Und hier möchte ich euch mal zeigen, wie ich mein Zelt aufbaue. Und zwar unter folgenden Aspekt. Und zwar habe ich mich durchaus ein bisschen verrückt machen lassen durch die Problematik mit den Zecken. Das einzige aus dem anderen Problem ist, ist die Zecken. Und deswegen zeige ich euch, wie ich herausgefunden habe, wie man bestmöglich zeckengeschützt ein Zelt aufbaut. Und zwar unten das Grundding hinlegen, das Zelt aufmachen, wenn es noch nicht aufgebaut ist. Und dann den kompletten Rucksack, den man kurz vorher abgesucht hat und sich nicht in ein Gespräch verwickeln lassen. Dann einfach reintun und wieder zumachen. Das heißt, du hast jetzt nur 5 oder 10 Sekunden Zeit gehabt, in das Zelt zu kommen oder sich am Rucksack zu krallen oder sowas. Und das ist so gut wie ein Niederfall, wenn du reingeguckt hast. Das heißt, du hast quasi jetzt alles schon im Zelt, was ist. Und jetzt tue ich das ein oder andere nachmachen und mache das direkt zu, ohne dass ich das Zelt schon aufgebaut habe. So und damit hast du halt auch gegen Mücken, da habe ich jetzt kein Problem mit, oder andere Insekten. Ja, die bleiben dann halt auch sofort draußen. Du tust halt direkt am Anfang einfach deinen Rucksack, also aus dem Rucksack das Zelt nehmen, den Rucksack idealerweise noch auflassen. Aber ich kam jetzt nicht ran und habe auch keinen gefragt, ob man das mit mir, mir den Rucksack abnimmt. Und dann einfach das untere Teil hinschmeißen, den Rucksack rein, zumachen und dann alle roh das Zelt aufbauen. Und so denn das Zelt, sage ich mal, hermetisch abgeriegelt ist, so denn ist es dann auch kein Problem. Da kannst du auch Gespräche führen und sonst was, das macht dann überhaupt nichts mehr. Da kommt nichts mehr rein. Ja, den Rest müsst ihr euch jetzt nicht angucken mehr. Sonst kann ich einfach stoppen, wie so ein Zelt aufgebaut wird. Das könnt ihr vielleicht irgendwann mal im Zeitraffer auch aufnehmen. Wenn euch das interessiert, gebt da einfach einen Kommentar. Auf jeden Fall, das mit den Anti-Zecken, das wollte ich euch heute einfach mal zeigen. Und ja, das war eigentlich ein ganz schöner Tag. Aber am nächsten Tag, und das werdet ihr dann in dem morgigen Video sehen, ja, passierte was, was eigentlich so nicht geplant war. Und ja, naja, ihr werdet morgen sehen. Das hat sich dann alles etwas anders gestaltet, als wir das am Anfang gedacht haben. Und ich will nicht zu viel verraten, wir schauten morgen das Video und ja, hat sich dann gravierend etwas geändert. Guten Morgen. Die Nacht war sehr kalt. Die Nacht war sehr kalt. Sie war so kalt, dass ich mir in der nächsten Nacht etwas überlegen muss. Ich habe alles versucht in der Nacht. Ich habe umgelagert. Ich habe nackt, zuerst habe ich nackt im Schlafsack gelegen, weil mir immer gesagt wurde, nackt im Schlafsack, das ist das Peste, was du machen kannst. Nachdem mir kalt wurde, habe ich dann einmal die Funktionswäsche angezogen. Leichte Verbesserung. Und dann, wo ich mich komplett alles, was ich hatte, angezogen habe im Schlafsack, war es dann noch die beste Möglichkeit. Also ich halte das ein bisschen für einen Mythos, dass man nackt in einem Schlafsack am wärmsten schläft. Also ich halte das nicht für einen Mythos, es ist ein Mythos, weil es definitiv nicht so ist, weil ich es heute Nacht gemerkt habe. Ja, auf jeden Fall. Ja, war sehr, sehr kalt. Und ich muss jetzt überlegen, was ich jetzt mache. Der Wanderung abbrechen will ich nicht. Das Problem ist, es ist nicht nur einfach kalt und ich konnte nicht schlafen, sondern mein Rücken, mein Bandscheibenvorfall hinten macht sich bemerkbar. Und das ist immer bei mir so ein richtig, richtiges Alarmzeichen. Alles andere. Die Schulter tut weh jetzt vom Rucksack und die Hüfte, die schon seit ein paar Wochen irgendwie wehtut, ein bisschen leidzündet oder sowas. Ja, okay, kein Thema. Aber der Rücken, da mache ich keine Kompromisse, weil wie gesagt, ich war da schon mal ein halbes Jahr gelähmt und die Ärzte haben gesagt, ich kann nicht mehr laufen und weil der Ischersnerv halt eingeklemmt ist zwischen denen und das geht nicht. Da muss ich was tun. Und das heißt, ich muss jetzt schauen, dass ich diesen Tag irgendwo einen richtig geilen Schlafsack bekomme. So. Und naja, keine Ahnung, ob das was wird. Oder, Alternative ist, ich laufe einfach immer weiter. Ohne Schlafen. Bis Dresden. Das sind jetzt nur 80 Kilometer, mindestens 80 Kilometer. Das mit 15 Kilo Rucksack. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Weil, wenn ich laufe, auch in der Nacht, wenn es kalt ist, geht das sicherlich. Die weitere Problematik ist, dass ich ja nun nicht alleine laufe, sondern, dass da noch drei Menschen mit mir zusammenlaufen, mit denen ich sehr, sehr viel Spaß habe und sehr, sehr viel Freude. Allerdings ist die Problematik, müssen wir mal Hand wechseln, weil ich da eingefroren. Na, kommt mir ein bisschen wie Déjà-vu vor. Vom Rainbow. Ich weiß nicht, wie viele Gratis heute waren, aber ich bin rausgegangen und es war alles so frostig. Also, auch da draußen war so eine Eisschicht am Zelt dran. Und, ja, ich habe auch mal so eine Pusteblume fotografiert, die so eingefroren ist. Vielleicht blende ich das jetzt mal ein. Ja, ich weiß nicht, ob das geht mit dem Handy. Ich produziere jetzt mit dem Handy die Videos. Egal, auf jeden Fall. Ja. Jetzt habe ich noch drei andere. Denen müsste ich sagen, dass ich heute sie verlasse nach einem Tag. Das ist echt schade. Ansonsten, der gestrige Tag vom Laufen her. Also, von mir aus hätte ich sogar noch ein Tick weiter laufen können. Aber Albin hatte Fußschmerzen und die Diana hat schon eine Blase. Und Chiara merkt ihre alte Blase so ein bisschen. Die waren ganz froh. Und da habe ich dann auch gesagt, ich habe sie zwar dann noch ein bisschen gepusht, dann noch, wir wollten schon zelten. Ich habe gesagt, kommt noch ein Eingang in den Wald. Und dann hatten wir dann doch nochmal drei Kilometer, weil kein Wald mehr war. Aber, also vom Laufen her, sage ich mal, es war schmerzhaft alles. Richtig schmerzhaft. Hüfte und Schulter. Aber man kann immer wechseln mit dem Rucksack, wo die Belastung ist. Hüfte ist halt die entzündete Hüfte auf der rechten Seite. Schulter ist ganz normaler Schulterschmerz. Der ist zwar brachial und tut total weh. Manchmal kann ich es nicht aushalten. Aber das ist so ein gesunder Schmerz. Denn du erkennst ja mittlerweile an meinem Körper schon ganz gut, was ein gesunder Schmerz ist und was ein ungesunder Schmerz ist. Also das an der Schulter ist so ein Schmerz. Das ist einfach große Belastung. Und ja, da muss ich sich dran gewöhnen. Der Hüfte ist halt ein bisschen problematischer. Das könnte vielleicht auch noch zum Problem werden. Aber überall steht jetzt der Bandscheiben. Die Bandscheiben, was das wehtut hier hinten, der Rücken durch die Kälte. Und da muss ich was tun. Und ich werde das Thema ansprechen jetzt, wenn die anderen dann aufgewacht sind. Die sind da hinten im Zelt. Ich weiß nicht, ob ihr das hinter mir erkennt. Da hinten, da hinten sind die Zelte. Genau. Und da werde ich die anderen mal jetzt erwarten, bis sie aufgestanden sind. Auch so eine Problematik. Also ich, ah, so kalt, 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 kalt. Hand gewechselt. Ich würde gerne laufen. Und ich würde gerne schlafen, wenn es dunkel ist. Und laufen, wenn es hell ist. Und zur Zeit ist es so genial, dass es neun Stunden dunkel ist. Das ist ideal. Acht Stunden zum Schlafen. Wunderbar. Aber meine Mitwanderer, die machen bis 24 Uhr. Und schlafen wahrscheinlich bis 8 Uhr. Und ich bin halt so, wach bin ich eigentlich die ganze Zeit auch. Ist aber so, seit 4.30 Uhr, seit 5 Uhr bin ich eigentlich stadtklar, dass es weitergeht. Und jetzt so für 2, 3 Stunden in der Kälte ein bisschen hin und her machen. Und könnte jetzt schon eigentlich in Richtung eines neuen Schlafsacks gehen. Aber es ist halt die Problematik, wenn du zu mehr unterwegs bist. Und halt, ja, solche blöden Sachen hast halt, wie jetzt mit der Kälte. Dass du, äh, mit dem Schlafsack... Richtig. Ja. Auf jeden Fall, das ist die aktuelle Situation. So wie sieht es aus nach dem ersten Tag. Und mal gucken. Ansonsten, Pension. Ist halt wegen Geld halt scheiße. Ähm. Und, ja. In Dresden weiß ich es das erste Mal, dass ich eine Unterkunft habe. Das ist gut. Und ansonsten, ja, müssen wir mal gucken. Und wir machen es wie Albin. Äh, der, wenn er alleine läuft, der klingelt einfach bei Leuten sagt, ich bin Pilgerer und ich möchte bei euch schlafen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Aber vielleicht ist das auch eine Möglichkeit. Äh, ich werde auf jeden Fall das gemeinsam mit den anderen jetzt dann entscheiden. Und, äh, beziehungsweise vielleicht in letzter Instanz entscheide ich natürlich dann auch selber für mich. Das muss ich natürlich, da habe ich die Verantwortung für meinen Körper. Aber ich werde das auf jeden Fall erstmal mit dem besprechen, bevor ich mir jetzt da irgendwie was da entscheide. Aber, das war sozusagen die erste Nacht. Richtig, richtig scheiße. Ich bin es nochmal. Ihr seht hier strahlend blauer Himmel. Und, ich habe jetzt mal, bin jetzt mal ein bisschen, ich habe ja noch Zeit, ne. Die anderen schlafen immer noch, es ist mittlerweile um sieben. Und ich bin jetzt mal ein bisschen rumgelaufen, dort wo ich dann wieder ein Netz habe. Und da konnte ich mal schauen, was die Nacht für Temperaturen waren. Also die Nacht waren hier ungefähr ein Grad. Und, ähm, ja, also fast wieder Rainbow-Wetter quasi. Und, ja, da wundert es mich nicht, dass da bei mir, ja, die Problematiker aufgetaucht sind. Beim Rainbow hatte ich ja noch eine extra Decke. Wir waren ja mit dem Auto hingefahren. Und da hatte ich meine Zuhause-Decke noch oben drüber. Und das hat, ist halt echt Gold. Wer hat so eine richtig fette Decke, das macht was her. Aber, habe ich ja hier nicht. Hier habe ich die Decke hier, die ich hier umhabe. Und ich habe auch gesehen, morgen soll es in die Richtung, wo wir gehen, nachts 5 Grad wärmer werden. Und überlege ich, ob ich dem, so sagen wir, nochmal einen Shot wage und einfach, äh, ja, nächsten, die nächste Nacht einfach noch mitnehme. Oder nicht. Weil jetzt irgendwo ein Zwerfstags suche, ich habe geguckt, hier gibt es in der Nähe keinen Outdoor-Laden. Geschweige denn, Desertland oder irgendwie so einen Discounter noch oder so. Oder, ja, gibt es halt alles hier nicht. Und Amazon hat noch nicht das, äh, aktiviert mit den Drohnen-Lieferungen. Sonst hätte ich einfach mein Handy per Drohne anliefern lassen können. Aber, das funktioniert auch nicht. Das heißt, ähm, ich werde wahrscheinlich keinen neuen Schlafsack kaufen erstmal. Weil ich hoffe, jetzt muss ich aber irgendwann mal der Sommer, würde ich sagen, aber wenigstens mal der Frühling kommen. Kann nicht sein, dass jede Nacht hier gefrost ist. So, es ist Mai. Mann. So. Auf jeden Fall, äh, ja. Was nicht bedeutet, dass ich mich nicht trotzdem vielleicht löse, weil... Ich... Es ist Quatsch, die 4 Stunden frühs zum Wandern nicht zu nutzen, das ist so geil. Ja. Ich werde mal reden mit denen. Auf jeden Fall, Schlafsack erstmal nicht kaufen. Ist jetzt mein Mindset. Halt auch in der Kohle, logischerweise. Gut. Na dann. Es geht weiter. Ja. Also, ich hab mich letztlich dann dafür entschieden, mit Albin und Chiara und Jana zu reden. Und, ja. Ich hab nur gesagt, I love the sun, you love the moon. Und, damit war eigentlich alles klar. Ja, jeder muss auf seinen eigenen Weg gehen. Und, ich werde jetzt meinen Weg alleine weitergehen. Und, ich denke, das ist für alle die beste Lösung. Ja. Und, bin zufrieden. Es geht weiter. Ja. wie ich nicht ganz so informiert sind, da unten seht ihr, dass die Blätter aus einem Stängel rauskommen. Das heißt, das ist mein Glöckchen und damit ist es giftig. Aufpassen, nur mal so. So, das ist jetzt mein Frühstück. Und das war das Frühstück. Ich habe mich bedankt bei dem Baum, dass ich mich von ihm ernähren durfte und jetzt geht es weiter. So, jetzt müsste ich entweder schwimmen oder die Fähre nehmen. Ich sehe aber keine Fähre bzw. Fährmann und deswegen werde ich schwimmen. Nee, Quatsch, ich werde außen rum gehen. Ist natürlich jetzt ein paar Kilometer Umweg, aber dafür gehe ich im Wasser lang, auch schön. Musik 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 Endlich habe ich es geschafft, sie zu überqueren. Ihr seht ja die Brücke da hinten. Die Brücke. Ich dachte schon, die wäre das. Aber das waren dann erst die Brücke, wo wir Eisenbahn fahren. Und dann habe ich glücklicherweise noch die Brücke gesehen. Ja, es bin jetzt so drei Kilometer Umweg gewesen. Aber was heißt Umweg? Ich wandere. Eigentlich schon das Ziel. Aber ich habe mir natürlich als erstes Ziel jetzt in Dresden im Kopf. Deswegen rede ich von Umweg, aber eigentlich scheißegal. Was nach das alte Denken. Ja, jetzt geht es weiter. Das sind die Türme von Wurzen, heißt die Stadt. Und so geht es rein. So, und das ist jetzt sozusagen mein Tagesessen. Ich habe heute früh bis zum Wald gegessen. Ein paar Lindenblätter immer mal abgezückt. Brennnesseln und so weiter. Ja, und jetzt werde ich hier, ja, war ein Angebot zu zwei Salatköpfe. Das ist natürlich nur ein bisschen Grünzeug. Aber einfach, ja, es war ein Angebot. Und für 70 Cent da reinzuhauen. Klar, wenn man wildgrün ist, man kann darüber streiten. Aber es war wahrscheinlich ein Automatismus. Ich habe sie auf jeden Fall geholt. Kann nichts halt ändern. Und dann habe ich drei Orangen geholt, eine Paprika, eine Melone, ein Kilo Möhren, um dann halt mich wirklich satt zu essen. An Gemüse vor allem. Und dann hier so ein milder Orangensack, das halt auch ordentliche Energie bringt. Ja, und das sollte mich eigentlich dann über den Tag bringen. Und dann halt wieder der Wald. Also, fuck ab, Wandereg hier. Aber aus der Bundesstraße, das geht nach vier Kilometer. Naja. Das Leben ist schön. Schaut euch das mal an. Alles in Bonokultur. Das ist der Raps. Bei den Bäumen, alles die gleichen. Und da drüben im Anbau, alles das Gleiche. Das ist doch klar, dass man Insektizide braucht. Das ist doch gefundenes Fressen für die Schädlinge, in Anführungsstrichen, die sich da jetzt hier damit beschäftigen. Die das wollen. Die freuen sich doch dann. Klar brauchst du die Insektizide. Das ist ein nimmer endender Kreislauf. Riesige Flächen, das ist drei Sachen hier. Und natürlich noch der Asphalt. Nee, nee, nee. So wird das nicht. So, ich habe mich heute ein bisschen verkalkuliert. Ich bin jetzt knapp acht Stunden in der Sonne gelaufen. Und Wasservorrat total unterschätzt. Ich habe jetzt kein Wasser mehr. Ja, jetzt, ja, versuchen Fluss zu finden. Hätte eigentlich vorher das, hätte ich erst suchen können und dann das Video machen können. Ich weiß, egal, jetzt habe ich erst das Video gemacht. Ja, ich suche jetzt einen Fluss. Und dann werde ich den Livestore testen können. Oder ich gucke mal bei Google, ob hier irgendwo ein Supermarkt ist. Aber ich glaube, das nächste Ortsschild scheint sieben Kilometer da. Ja, jetzt scheint das mal nur Wald zu sein. Und zwischendurch noch ein bisschen, kann man kurz so rum, wie es aussieht. Da ist der Wald. Wenn jetzt nicht der Wald, das ist ein Baum. Also, ich bin hier so zwischen zwei Wäldern an der Straße. Und ja, da bin ich mein Wasservorrat zu hineingegangen, tatsächlich. Also, ich hatte jetzt vier Liter von heute früh. Ich dachte, das müsste reichen. Einfach weggelatzt. Ja, du wirst Bescheid. Wenn in der Sonde läufst, acht Stunden, dann machen wir fünf Liter. Immer so als Erfahrungswert. Gut, also, mal schauen, wo es denn da Wasser gibt. Fluss oder, oder was näher ist. Fluss oder irgendein Supermarkt. Aber vermute mal, wenn wir irgendwo in ein Böchlein fließen. Ja, vielleicht melde ich mich aber nochmal. Oder ich bin gestorben. Ich glaube, drei oder vier Tage oder sieben Tage kann man ohne Wasser. Also, läuft, läuft. Ja, es ist der zweite Abend. Und das ist der erste Abend, wo ich selber eine Schlafgelegenheit suchen musste. Und das, jetzt ist es so 19.15 Uhr ungefähr. Und ich hatte ja Wasser gesucht. Das war das Letzte, was ich gesagt hatte. Ich habe dann eine Stadt gefunden, wo ein Netto ist. Und bin da noch gelaufen. Bin ein bisschen über meine Grenze hinweg gelaufen. Ich hoffe nicht, dass ich eine Blase habe. Das hat sich ein bisschen so angefühlt. Aber, mal sehen, ob wir... Ah, doch. Scheiße, Blase. Ich habe einen erkennt, hier in der Mitte. Hm, okay, hätte ich nicht machen sollen. Hast du schon gedacht? Ach, egal, muss ich durch. Auf jeden Fall. Ja, dann war es schon 19 Uhr. Und dann habe ich so die Stadt mal abgecheckt. Weil, Alkohol hat mir gesagt, naja, wenn du alleine unterwegs bist, da kannst du auch mal die Leute fragen. Die sitzen aus, kann ich in ihrem Vorgarten mein Zelt abschlagen und so. Und, ja, die Stadt war... Ich habe alle gegrüßt, so über den Hauseingang hinweg oder sowas. So eine kleinere Stadt und alle so ganz komisch geguckt. Und, boah, ich hätte total, sozusagen mein Selbstvertrauen so ein bisschen runter in Bezug auf die Stadt jetzt gemacht. Und, naja, jetzt muss ich dann fast aus der Stadt dann wieder raus. Und ich war vorher mal im Wald und, ja, da habe ich im Wald nur Sachen gefunden, wo auch Jagdstände sind. Und da denke ich immer, ja, okay, das ist ein Jagdstände, ich habe keine Ahnung, wann die Jagd ist. Nicht, dass er gerade jagt ist. Und dann habe ich gesehen, dass da so der Boden aufgewühlt ist. Und da weiß ich, dass das von Wildschwein ist. Und, ja, dann werden vielleicht Wildschweine gerade gejagt. Und, ach, auf jeden Fall habe ich dann, ja, habe ich mich nicht durchruhen können. Ich habe noch nie woanders gezeltet, frei gezeltet. Außer jetzt das erste Mal mit Albin. Und, und, und da hat er es angeleitet. Und da hat doch einen super Platz gefunden. So, wenn ich halt jetzt, ja, war ich auf der Stadt raus. Und da habe ich so ein diakonisches Zentrum gefunden, irgendwie. So ein betreutes Wohnen von Christus irgendwie. Und auf jeden Fall, da bin ich jetzt dann, und davor war halt eine große Wiese. Und da habe ich gedacht, ey, das ist jetzt nicht alles wohnen, betreutes, gehst einfach mal rein, fragst, reingegangen. So ein Behindertenzentrum gewesen, habe ich dann gesehen. Und, äh, ja, und da hat irgendjemand so Essen ausgegeben. Da habe ich gesagt, hier, wir sitzen aus, draußen die Wiese, kann ich ja mein Zelt aufschlagen, will nix machen, will bloß schlafen, geh dann wieder, mach kein Feuer, gar nix. Und die sagt, ja, ich bin ja nicht beflucht und so, aber eigentlich sollte keinen stören. Ist doch gut, okay, ist kein Thema. Wenn sich jemand stört, geh ich wieder weg, habe ich gesagt. Und, äh, ja, und ich bin total glücklich, weil das ist hier so eingezäunt noch, ähm, mit dem ganzen Ding, das heißt, ich bin total safe. Schöne Wiese einfach gewesen, total einfach, ich bin total happy. Weil jetzt hätte ich wieder im Wald gehen müssen und, äh, ja, da noch nicht so eine Ahnung, weil das Wildcampen ist echt die größte Herausforderung, sag ich mal, na gut, das Laufen natürlich auch, aber das habe ich ja irgendwo in der Hand. Aber das Wildcampen, ist noch nicht so meins. Aber ich habe das erste Mal jetzt, zumindest, das erste Mal gelöst. Umso dankbarer bin ich natürlich, wenn ihr mir Obdach gewährt und euren Vorgarten zur Verfügung stellt oder in der Wohnung mich schlafen lasst. Aber, ja, das weiß ich dann auch zu schätzen. Und, ja. So, jetzt werde ich mein Bett hier zurecht machen und werde wahrscheinlich noch mal kurz Albin anrufen, beziehungsweise schauen, wo sie sind. Und dann werde ich schlafen. Und dann geht es morgen weiter. Und es sind jetzt, also ich habe heute, ich habe noch nicht die ganze Nacht, aber ich glaube, ich habe heute 30 Kilometer gelaufen. Und, ja, war ein bisschen zu viel. Also 30 Kilometer, so bin ich schon mal gelaufen, allerdings ohne Gepäck, oder das war schon heftig. Und jetzt mit, ja, 15 bis 20 Kilo Gepäck, weil ich habe immer noch Wasserflaschen drin und so, das ist schon heftig. Also meine Schultern tun sehr, sehr weh. Meine Hüfte tut konstant weh, das wechsel ich mal ab, weil es halt die Blase dazu kommt. Das ist echt blöd. Das ist echt blöd. Und die andere Hüfte tut jetzt auch noch weh. Aber das ist gut, weil, ja, so habe ich den Eindruck, ja, die Hüfte, meine rechte Hüfte ist irgendwie kaputt, aber so sind die entweder beide kaputt oder es ist irgendwie altersbedingt, dass es halt irgendwann mal die Hüfte wehtut. Wie dem auch sei, auf jeden Fall fühlt sich das irgendwie gut an, wenn es nicht nur auf eine Seite wehtut, sondern auf beiden Seiten. Genau. Und das war es jetzt. Ich gehe ins Bett. Tschüss. Ja, und dann morgen kommt Tag 3. Tag 3, der alles ins Wanken bringt und ja, alles bisher erlebt in den Schatten stellt. Ich kann nur sagen, der morgige Tag hat es richtig, richtig in sich. Und naja, wir werden uns dann morgen wiedersehen. Der Tag beginnt richtig, richtig geil. Mein Tragesystem ist kaputt vom Rucksack. Das heißt, das Ding tut sich jetzt hier hin und her bewegen. Ich versuche, das jetzt ein bisschen auszugleichen, was dazwischen zu stecken, aber naja, war ja schon leicht angeschlagen, aber okay. Gut, das nächste Mal wird es kein Bundeswehrrucksack sein. Die scheinen entweder besonders anfällig zu sein oder der ist halt schon so alt, dass es halt dann nur logische Konsequenz war. Ich werde mir trotzdem einen neuen Rucksack dann glaube ich das nächste Mal kaufen und er sind mir dann als ja, Held für die Ewigkeit. War so der gängige Tenor von diesem Rucksack. Na gut, zwei Tage hat er zumindest jetzt bei mir gehalten. Immerhin, und jetzt geht es weiter. Sie haben Gewitter angesagt und ich muss noch 60 Kilometer laufen bis Dresden und zwar Gewitter über die nächsten zwei Tage. Das heißt, ich muss so oder so wahrscheinlich durch den Regen irgendwie in Dresden ankommen. Das ist jetzt das Ziel. Einfach nur hören. Das ist jetzt das Ziel. Oh, Frühstück. Mhh, lecker. Musik 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 Raffenhäder. Musik Sehr geil. Musik 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 Ich mag den Wald, aber ich glaube, ich mag noch mehr die Weide. Das sind Wiesen und Felder. Einfach die Freiheit, die ich damit assoziiere. Ah, ist einfach so schön. So frei. Ich wurde gerade interviewt von einer Journalistin, die mich am Wegesrand hat laufen sehen, von dem kleinen Örtchen, wahrscheinlich für die Lokalzeitung. Und da hat es gerade einen Alarm gegeben. Feuerwehralarm. Und jetzt rieche ich halt auch extrem, dass der irgendwie total langweilige Ammonier kriecht. Und die hat auch gesagt, hin und wieder, hier ist mal eine Chemie, wir sind hier bei Mügeln, wer das mal googeln möchte, da ist hier so eine Chemiefirma, da passiert hin und wieder mal was. Und da läuft was aus oder sonst was. Da muss ich natürlich direkt an SeeWieso denken, wo dann rundum alle hier plötzlich erhöhte Krebsraten hatten. Naja, zum Glück bin ich ja 45 oder fast 40. Und naja, da habe ich ja schon das Beste hinterher. Nee, Spaß. Aber es ist trotzdem wirklich ein bisschen komisches Gefühl, hier lang zu laufen und diesen ganzen Ammoniergeruch dann hier sozusagen die Rettungskräfte alarmiert zu sehen, weil hier irgendein Chemieunternehmen wieder irgendwo was, irgendwie was gemacht hat. Trübt ein wenig die Stimmung. Aber dann lächle ich nicht mehr 10 Zentimeter hoch, sondern nur 5 Zentimeter. Ja, ja, ja. Aber jetzt sind wir in Mügeln angekommen. So, das ist sozusagen heute mein Mittagbrot. Und im wahrsten Sinne des Wortes Brot. Ich habe jetzt, ja doch ganz schön, was Energie angeht, gemerkt, ja, ich habe ja wieder Bock auf so ein bisschen energiedichte Sachen. Und Chocolat bin ich nicht so Fan von. Und ja, reife Bananen, das waren die einzigen beiden, die so halbwegs reif waren, die habe ich genommen, dazu Apfelsaft und ein Feigen- und Walnussbrot. Und dazu halt noch ein halbes Kilo Blaubeeren. Das ist sozusagen jetzt mein außerhäusiges Mal, wenn ich mal die Natur als mein Haus jetzt betrachte. So, das ist jetzt der Marktplatz von Mügeln, das Zentrum von Mügeln. Mal gesehen und wird vergessen. Das ist heute so ein Großteil meiner Tag. Einfach an der Bundesstraße lang gehen. Und im ersten Moment habe ich so gedacht, boah, das sagt ja, Mensch, warum gibt es hier nicht schöne Waldwege und so. Und dann ist mir da der Gedanke gekommen, bzw. ich habe das Gefühl, so länger du auf solchen eintönlichen Bundesstraßen langläufst, und so mehr bewegt sich dein Blick nach unten. Schaust nur noch auf die Linie. Und du bist vollkommen weg vom Denken. Vollkommen weg vom Denken. Du läufst nur noch ganz automatisiert. Du bist das Laufen. Du bist im Sein. Und von daher, muss ich ganz ehrlich sagen, nehme ich jetzt diese Strecken mit diesem Blick ganz anders wahr. Ich laufe. Hallihallo. Ich habe nicht gedruckt, das ist aber schon Sonnenband an der Nase. Ist natürlich blöd, weil ich jetzt nach 18 Kilometern der Sonne habe und natürlich keinen Sonnenschutz. Hier ist auch nichts an der Nähe. Ich befinde mich hier wirklich Dorf an Dorf. Ist gar nichts. Hier ist nichts. Nichts. Hier sind drei, vier Häuser am Straßenrand in so einem Dorf. Und dann geht es weiter. Das ist jetzt 18 Kilometer nach einer prallen Sonne. Und ja, wird wieder mal meine Nichtvorbereitung. Knallhart bestraft. Scheiße. Und der Nase. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was ich jetzt mache. Ein paar Weile, 18 Kilometer. Das sind vier Stunden nur in der prallen Sonne. Das kann nicht gut gehen. Das wird auch nicht gut gehen. Aber es muss ja irgendwie gehen. Von daher. Ich habe ja so ein Tuch. Vielleicht kann ich mir das irgendwie so in der Nase binden oder so. So wie ein Schal. Dazu kommt, ich bin heute schon 15 Kilometer gelaufen. 16, 17 sogar glaube ich. Und wenn du die Füße willst. Und ich glaube, ich bekomme auch die erste Blase. Oder habe die ja gestern schon gehabt. Und das ist halt, was die pralle Sonne ist. Und in 80 Kilometer, wenn du dir das Tagesziel erreicht hast. Oder da ist ein scheiß Hofladen. Wo wir mal irgendwas trinken, was zu essen holen können. Weil hier ist noch kein Wald mehr. Hier ist nur noch Feld. Und wenn wieder ich tue das gespritzte Gerstengras und Reizengras fressen. Oder ich... Nicht. Trinken habe ich noch eine Flasche. Das wird auch eng für die vier Stunden. Das weiß ich jetzt schon. Und mit Livestore ist ja nichts, weil hier ist kein Flüsse mehr in der Nähe. Das kann doch echt blöd werden. Ja... Das kommt vielleicht melde ich mich noch mal. 80 Kilometer. Meine Füße tun weh. Mit dem scheiß Gepäck. Ich wünschte vielleicht... Ich habe auch echt so das Gedanke bekommen. Lass einfach hier irgendwo was liegen. Ja... Ziemlich schwierige Phase heute. Jetzt. In dem Moment. So. Mal gucken. Die Sonne kotzt mich an. Die Sonne kotzt mich an. Das tut jetzt schon weh. Und ich habe noch vier Stunden in der Prallenlinne. Ich muss die Nase irgendwie schützen. Ich muss mein T-Shirt drüber machen oder was. Ich schütze zwar jetzt schon wie Sau, aber... Hälfte alles nichts. Gut, okay. Also Lebenszeichen. Und fahren wir mal, wie es weitergeht. Über die Felder. Über die Bundesstraßen und Felder. Da sitzt der Weg. Und da gibt es auch keine Alternativen. Hier gibt es nicht irgendwie was. Hier gibt es nur Bundesstraßen und Felder. Tja, das ist die Lösung. Aber es ist doch gar nicht mal so verkehrt, oder? Es ist hoffentlich geschützt. Ich weiß natürlich nicht, dass was Dinge UV geschützt ist. Aber naja, mehr geht nicht. Und es sieht im Sommer angepasst aus, würde ich sagen. Jetzt geht es weiter. Mal sehen, ich muss bis 18 Uhr zum Hofladen schaffen. Normalerweise hast du noch eineinhalb Stunden Luft. Aber wir werden das in der Pause machen. Auf geht's. Oh, Sonne ist zwar weg, aber könnte bald, über mir sieht es noch halbwegs gut aus, könnte bald losgehen. Ich gehe mal im Westes, um vor dem Gewitter davon zu rennen. Aber mal sehen, was klappt. Auf jeden Fall bin ich froh, dass ich jetzt wieder ohne Schutz rumrennen muss. Ich mache weiter. Ich brauche noch 10 Kilometer bis zu dem Hofladen. So, ich habe es leider nicht geschafft. Nun ist die Problematik. Zelt aufschlagen, warten oder weitergehen? Also ich selber bin gut eingekleidet. Ich stehe auch hier relativ im Trocknen. Ich habe jetzt ein bisschen Glück gehabt, dass ich hier sozusagen einen Baum erwischt habe. Ja, aber das Ding macht trotzdem 18 Uhr zu. Das heißt, ich muss eigentlich weitergehen. Oder ich warte einfach mal ein bisschen. Oder ich schlage hier direkt mein Zelt auf. So ein guter Platz. Alles Möglichkeiten. Ich werde wahrscheinlich jetzt hier einfach mal... Halbe Stunde kann ich noch warten maximal. Die halbe Stunde werde ich warten. Und dann schaue ich mal. Scheiße, ich bin am Ende gerannt. Ich wollte wegrennen im Regen. Egal. Schauen wir mal. Ich habe mich dazu entschlossen zu laufen. Ich habe mir schließlich so ein Regenkep gekauft. Ist halt auch Gewitter und es wird doch sein, dass die ganze Zeit andauern. Denke ich mal. Das ist so mal ein bisschen weniger, mal mehr. Aber ich habe nicht irgendwie den Eindruck, dass das jetzt lange dauert. Dass das ewig, dass das gleich weggeht. Und deswegen, ja, jetzt regnet es gerade ein bisschen weniger. Ich werde einfach weiterlaufen. Dafür habe ich mir so ein Regenkep gekauft. Und, ja, ich habe jetzt vielleicht noch zum... Ich habe vergessen, wo ich hin wollte. Bauernhof, nee. Bauernschenke. Nee, was wollte ich denn? Ach, ich habe vergessen. Auf jeden Fall gibt es da frische Äpfel. Hofladen, 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 genau. Zum Hofladen gehe ich jetzt. Ich schaffe das, ich schaffe das. Noch 7 Kilometer sind es gerade. So, und da hinten war der Bio, der Bio-Hofladen. Und was habe ich mir geholt? Zwei Säfte, einmal einen Aronia-Hinbeer-Nektar und einen Apfel-Kirchsaft. Und dazu fünf frische, äh, acht, neun frische Tomaten. Die kosten zwar das Kilo 6,90 Euro, aber die sind halt direkt vom Hof. Und, ja, was soll ich sagen? Ich habe es geschafft. Ich weiß nicht genau, wie viel ich jetzt gelaufen bin, weil ich heute vergessen habe, Strava einzuschalten. Aber das war ein Tag, boah. Ich hatte Hitze, ich hatte Sonnenbrand, weiß gar nicht, ob ich den noch habe. Dann habe ich, dann habe ich Gewitter gehabt. Dann, ich habe alles gehabt. Es war heute vollkommen Kälte zum Morgen und egal. Auf jeden Fall, ich glaube, heute bin ich wahrscheinlich wieder 32, 35 Kilometer gelaufen. Aber es sind noch vier Kilometer bis zur Elbe. Und zelten an der Elbe wäre halt genial. Deswegen glaube ich, ich gebe mir jetzt die Tomaten, dann gebe ich mir die Säfte und dann geht es zur Elbe. Ich habe dann zwar nichts mehr zu trinken, aber die beiden Sachen, wenn ich mir das reinpfeife reiche, das heißt. Vier Kilometer sind zwar, glaube ich, bis zur Elbe. Ich bin so stolz auf mich. Wenn ihr es nicht seid, ich bin es auf jeden Fall. Das ist also meine Tomaten, trinkt mein Saft. Alles gut. Ja, ich habe hier keinen Platz gefunden, wir sind selten. Ja, das heißt, es ist Regen und ich werde im Regen versuchen, im Strömung Regen irgendwann ein Zelt aufzubauen. Ich dachte, ja, die Kirche finde ich unterschlipp, aber die Kirche ist hier im Fernzug. Von daher, ja, jetzt mal gucken, ob ich irgendwo den Strömung Regen dann schnell ein Zelt aufbauen kann. Und erst mal einen Platz finden. Das ist jetzt richtig sackern. Es ist nur mit dem Ohr und ich bin tot müde. Der absolute Horror. Der absolute Horror. Ich, ja, guck mal. Das Zelt ist schon total durch. Also am Eingangsbereich ist ja alles vernässt. Es ist Platzregen die ganze Zeit. Ich habe jetzt irgendwo direkt am Straßenrand einfach dann hingemacht. Das ging gar nichts mehr. Ich meine, alles dort, ich bin schon komplett durchgenässt. Und wie gesagt, im Zelt ist es jetzt auch nass. Ich habe ein kleines Handtuch mit. Mal sehen, ob es das austaugen kann hier. Das ist krass. Das ist krass. Und ein riesen Gewitter. Richtig, also wirklich. Boah. Heftig. Heftig, heftig, heftig. Ich bin total alle. Ich bin jetzt nochmal über vier Kilometer gekommen. Dort, wo ich dachte, das ist nicht. Kirche war zu. Ich bin so am Ende. Ich bin so am Ende. Also wirklich. Boah. Das ist Wahnsinn. Und eine Lektion habe ich heute gelernt. Eine Lektion habe ich heute gelernt. Wenn du irgendeinen Platz findest, der noch halbwegs akzeptabel ist, dann nimm ihn sofort. Und suche nicht noch einen besseren. Nur weil ich die ersten beiden Mal so viel Glück gehabt habe, heißt das nicht, dass ich jedes Mal so viel Glück habe. Einfach zufrieden. Ich hätte zufrieden sein sollen mit dem, was ist. Ich sehe, hier regnet es schon rein. Irgendwo. Das ist, ja. Das wird nicht halten. Das wird in nassen Nacht. Aber was will ich machen? Das ist das Beste, was ich habe. Scheiße. Scheiße. Das ist Wahnsinn, was da runterkommt. Kann ich mir klein ein neues Zelt noch holen. Ich bin alle. Ich bin so alle. Mal sehen, was das jetzt hier wird. Boah. Krass. Echt. Einfach nur krass. Er tropft rein jetzt. Was ist dem Kotzen? Ja, mal sehen. Was tropft denn hier? Warum tropft denn das? Ich, ja, egal. Ich mache jetzt erst mal aus. Die Matratze ist kaputt. Das Ventil pfeift raus. Ich habe keine Matratze jetzt hier drin. Ich liege direkt auf drei Wurzeln. Ich habe jetzt natürlich nicht vorher noch. Normalerweise gucke ich, gehe ich ein bisschen ab. Ich habe es ja gelernt. Aber jetzt habe ich einfach das Zelt hingeschmissen, dass ich irgendwo noch was ging. Und mitten auf drei Wurzeln. Und die Matratze ist genau in dem Moment. Genau, genau heute kaputt. Wo alles echt. Es ist irgendwie die Nacht überleben. Mein Rücken tut weh. Das ist wieder so ein Ding. Es war auch die Kälte und die Nässe. Ach, Mann. Die letzte Nacht. Und dann, wie gesagt, die Nacht überleben. Halbwegs ein bisschen Energie sammeln. Ich habe mittlerweile jetzt mit Blasen. Das Blasenpflaster, das ist das Einzige, was ich hatte. Das habe ich auf meine erste Blase drauf gemacht. Das ist jetzt, ich weiß nicht warum. Normalerweise gehen die von Compete nie ab. Ist jetzt ab. Die Blase ist wieder frei. Morgen der letzte Tag. Dann ist das mal Dresden. Ja, dann, wie gesagt, Rucksack kaputt, Matratze kaputt, Zelt kaputt. Alles kaputt. Nach vier Tagen. Nach drei Tagen. Es ist... Boah. Ich bin noch ganz. Ich bin noch ganz. Das ist gut. Gut. Das war der heutige Tag. War... Brauche ich nicht lange zu überlegen. Einer der herausforderndsten. Und ja, einer der herausforderndsten Tage, die ich jemals in meinem Leben hatte. Ich weiß nicht gerade, ob es der herausforderndste war. Es gibt noch zwei Tage, die auch sehr herausfordernd waren. Das war auf jeden Fall Top 3. Das war Top 3. Ich hoffe, ich kann irgendwie ein bisschen Schlaf finden. Mit den Wurzeln wird es ein bisschen schwer. Mal gucken. Ja, das ist Bescheid. Ich weiß nicht, ob man da kennt. Es ist noch dunkel. Aber da haben sich ein paar Schnecken bei mir auf dem Zeitpunkt gemütlich gemacht. Das seht ihr. Es war recht feucht. Lala. Hier sieht man es wahrscheinlich nochmal besser. Wie gesagt, ich habe hier bestimmt schon 20, 30 Schnecken abgelesen. Aber die kommen immer mal so nach. Mal sehen, ob ich es noch schaffe, die Schnecken abzulesen. Das ist alles voll hier. So. Also ich habe da mal... Nach den ersten, bis ich nur 20, habe ich dann, weil ich habe die Plane hochgemacht, da haben wir noch mehr drunter. Also ich habe da nochmal mit 52 plus ungefähr 20, sagen wir mal, leicht übertrieben vielleicht 100 Schnecken abgelesen. Und ich hoffe, dass ich sie alle abgelesen habe. Weil ich habe natürlich dann immer beim Zusammenrollen die Angst, dass ich irgendeine Schnecke einquetsche oder irgendwie kaputt mache und töte. Und deswegen habe ich dreimal alles abgesucht. Aber beim Absuchen, weil ich ja nicht so... Also ich kann ja nicht alles, dass alles in Hand ist, kamen die dann wieder unten so ganz langsam wieder drauf, wo ich oben abgesucht habe. Es war das längste aber ever, das war eine Stunde. Und ja, aber alles, ja, ne, der Nebeneffekt. Was entscheidend ist, da haben wir auch schon gemerkt, mein Rücken. Der einzige Punkt, wo ich keine Kompromisse mache, wo ich sage, wenn da was ist, da bin ich extrem vorsichtig. Wie gesagt, da erkennt die Geschichte, wer sie nicht kennt, ganz kurz. Ich war ein halbes Jahr auf der einen Seite gelähmt, weil der Nerv war zwischen den beiden Wirbeln eingeklemmt oder ist zwischen den Wirbeln eingeklemmt, da ist ja das Nerv. Und in der Operation bringt auch, sagt zumindest der Arzt jetzt, jetzt nichts mehr, damals wurden es noch empfohlen, jetzt nichts mehr, weil die Chance über 50% ist, dass ich ein Querschnittsgelähmt bin nach der Operation. Weil das wie so, müsst ihr euch vorstellen, wie so ein eingeknicktes Kabel. So, wenn das die ganze Zeit eingeknickt ist und dann löst, dann kann es sein, dass es komplett bricht oder getrennt wird. Und das ist bei mir so. Und deswegen, das ist ein Punkt, wo ich 100%ig aufpassen muss, dass ich da so lange wie möglich noch laufen kann. Und das ist aber jetzt ein Punkt, ich merke, der schmerzt jetzt so wie damals, wo es begonnen hat. Von daher, laufen tut dem nichts, ist kein Problem. Es ist einfach nur die Nässe, es ist die Kälte und es ist die Belastung. Der schwere Rucksack, immer hoch und runter, das ist halt die Sache, die sich sicherlich verrückt ausgewirkt hat. Und im Zusammenhang gestern mit dieser Wahnsinnsbelastung den Rucksack weit über mein Limit getragen haben zu müssen. Dann teilweise gerannt, teilweise ganz schnell aufgebaut, gebückt dabei. Bücken ist halt furchtbar. Und letztlich bin ich dann an dem Punkt, ich habe jetzt noch 30 Kilometer bis Dresden, die werde ich, denke ich, laufen. Dann habe ich die Tour Leipzig-Dresden gemacht, das freut mich. Und dann wäre ich bei derjenigen, wo ich übernachte, natürlich zwei Tage übernachten, wäre ich dann nochmal schauen, ob das wieder komplett regeneriert wird mit dem Rücken. Und wenn nicht, dann wäre ich erstmal wieder nach Leipzig gehen und einfach warten, bis es wieder gut ist. Und beim nächsten Mal auf jeden Fall einen leichteren Rucksack nehmen, meinen Rucksack neu packen. Ich habe mir jetzt zwar schon einen neuen Rucksack bestellt bei Anja, so heißt die Frau, zu der ich hingehe. Und der sollte auch dann heute angekommen sein und ich könnte theoretisch weitermachen. Aber dann kommt die Problematik, meine Isomatte, ich schlafe ja nur auf dieser Isomatte, ist kaputt gegangen. Das bedeutet, die brauche ich auch. Und die möchte ich selber nochmal neu testen und zwar bei Desathlon. Die haben da ganz viele, die kann ich hinlegen, testen und das möchte ich. Hier gibt es in Dresden keinen Desathlon. Das heißt, wenn der Rücken regeneriert wird, dann, oder wenn er sich regeneriert, dann werde ich wahrscheinlich nach Chemnitz zum nächsten Desathlon fahren, mit Fernbus oder was, und werde von dort aus meine Tour weiter starten. Wenn das nicht der Fall ist, wenn mein Körper sich nicht regeneriert, dann gehe ich zurück nach Leipzig. Der Rücken, die anderen Sachen, die Blasen und die Muskeln, das ist alles Pille, Palle. Rücken ist das Einzige. Und ja, genau. Also wenn er sich regeneriert, dann wahrscheinlich nach Chemnitz oder in Leipzig wäre auch noch ein Desathlon. Das ist sogar noch, glaube ich, sogar näher als Chemnitz, aber ja, es fühlt sich irgendwie dann uncool an, nach Leipzig in Desathlon zu gehen und in der Nähe meiner Wohnung zu sein. Ja, das ist das ganze Ding. Also, ja, schade. Mit dem Regen wahrscheinlich, die Kälte und dass nun die Schlafmatratze kaputt gegangen ist, alles zusammengekommen. Aber ist wie es ist. Man muss die Sachen annehmen, wie sie sind. Das ist meine Lebensphilosophie. Es ist wie es ist. Und ich muss nur für mich meine Konsequenzen ziehen. Ich laufe jetzt schön 30 Kilometer an der Elbe lang nach Dresden und werde dort ein, zwei Tage, vielleicht auch drei Tage mit Anja verbringen und mit Canda. Das sind die beiden jungen Damen, die mir Obdach gewähren. Und ja, und dann schauen wir einfach. Wenn jetzt auf dem Weg noch was Schönes ist, werde ich natürlich wieder aufnehmen. Ansonsten hören wir uns dann heute Abend wieder nicht im Zelt. Und hier sehen wir nur erstmalig die Elbe. Da fließt ganz schön stark. Und egal was mit meinem Rücken ist jetzt, wie sich das entscheiden wird, ich kann jetzt schon sagen, es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt aufzustehen und zu sagen, yeah, ich probier's. Das ist einfach nur, früh aufzustehen. Ich gehe mal wieder ins Bild. Früh aufzustehen. Keiner ist wach quasi. Also um vier ungefähr, um vier Uhr, vier Uhr dreißig. Und ich aufstehe heute, hat es ein bisschen länger gedauert, aufstehen wegen des Schnecken absammeln. Jetzt ist es schon, glaube ich, nach fünf. Und dann erlebst du das ganze Land, wo du lebst. Deutschland jetzt hier. Ganz anders, als du das sonst erlebst. Und das ist halt einfach schön. Und selbst wenn das mit dem Rücken jetzt irgendwie nicht klappen sollte, oder so was, das wird dann nur eine Pause sein in Leipzig. Relativ sicher, sag ich einfach mal. Weil es gibt mir sehr, sehr viel. Und auf irgendeine Art und Weise wird's weitergehen. Wenn ich dann wieder regeneriert bin und der Rücken tut nach zwei, drei Tagen irgendwie immer weh, weil der Rucksack so schwer ist, allgemein, auch wenn's ein leichterer ist, dann muss man sicherlich überlegen. Aber ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Trotz all dieser Scheiße, die passiert, ich bin begeistert. Richtig begeistert. Und von daher, ja, ich hab jetzt begeistert den Weg nach Dresden fortsetzen. Auf geht's. Nochmal der schöne Blick. Elbe. Das ist auch neu. Blasen an den Händen. jeweils an einen kleinen Finger. Durch die Stöcke. Schauen wir mal. Die Stöcke. Die Stöcke. 污染. Die Stöcke. Deine Stöcke. Ich glaub, dass da hinten ist ein Eißen, mit dem Türm. In Neißen angekommen und weiter geht's. Es sind jetzt ungefähr so 15-20 Kilometer bis nach Dresden. Ja, dort wartet die Anja schon und ich werde dann einfach durchziehen, laufen. Das ist halt immer so eine Sache, mit dem einerseits durchziehen und laufen, andererseits am Wegesrand die Sachen mitzubekommen, zu sehr aufs Ziel zu fokussieren. Die Problematik ist mir schon einige Male begegnet während dieser Wanderung. Und ich versuche dann zwar das Ziel zu erreichen, aber mich trotzdem im Moment, also da eine Zwischenlösung zu finden. Ich schalte mal auf mich um. Ja, eine Zwischenlösung zu finden, indem ich das Ziel vor Augen habe, das Ziel auch verfolge. Aber den Moment als Moment akzeptiere oder den Moment zu genießen, indem ich unbedingt alles wahrnehmen muss an der Seite. Ähnlich wie ich das in der Sequenz gesagt habe, wo ich unten auf die Bundesstraße geschaut habe, versuche ich dann einfach zu laufen und dann laufen zu sein. Und das dann so, wie ich das eigentlich gut unter einen Hut bringe. Einerseits Ziele zu haben und diese Ziele auch zu erreichen, aber nicht ständig auf die Ziele zu schauen, sondern wirklich im Moment zu sein. Und da kriege ich natürlich nicht so viel von der Umgebung mit, oftmals. Aber da möchte ich einfach auch gar nicht. Ich möchte zur Zeit nichts von der Umgebung mitkriegen. Ich habe ja das Ziel im Kopf, da möchte ich es schnell wie möglich hin. Und ja, am Fuß tut sich jetzt so ein bisschen was bilden. Ziemlich eine Blase. Schmerzhaft, aber ist halt nur eine Blase. Immer noch im Meißen und jetzt in diesen Arkaden endlich mal wieder. Ein Klo. Ich freue mich echt auf ein Klo. So weit ist es gekommen. Aber es ist tatsächlich so. Einfach mal wieder hinsetzen auf ein Klo und einfach schön kacken. Ich freue mich. So 120 Kilometer ungefähr später bin ich nun endlich bei dem ersten Menschen, den ich besuche auf meiner Deutschland Tour. Und ja, ich bin total froh angekommen zu sein. Ich bin ein bisschen mit Kräften am Ende. Die Fußblase ist richtig lästig geworden. Ich glaube jetzt würde ich auch so einen Tag Pause machen. Und von daher, ja, froh angekommen. Hoffentlich ist sie da. Und das erste war in Dresden, wo ich reingekommen bin, war ein älterer hat gesagt, Oh, hast du deine Bretter verloren? In Bezugnahme auf die Stöcke, die ich habe. Und na gut. Also doch, ich bin auf jeden Fall da und ja, ich freue mich. So, jetzt bin ich ja noch angekommen bei der Anja. Und Anja, möchtest du mir das Video? Ja, klar. Ah, das ist die Anja. Bald vielleicht auch auf Blog oder YouTube vertreten. Man hat ja eine wunderbare Kreation mit vielen Wildkräutern gemacht. So ein Smoothie Bowl. Da sind halt ganz viele Wildkräuter drin und noch Bananen und Apfel. Und obendrauf zum Crunchy-Effekt gibt es noch frisch gekannte Sprossen und Wildblöden. Und dann fest für die Augen. Guck mal, was ich bekommen habe für meine Reihe. Die ist ganz leicht, kann ich mitnehmen. Nicht so viel. Und ja, das ist eine Schale, die ist gemacht aus einer Kokosnuss. Die ist handgepflückt und handbearbeitet aus Thailand. Und ja, die hat mir die Ming geschenkt. Ihren Kanal werde ich mir unten verlinken. Und ja, alles Handarbeit. Und extrem leicht. Und ich freue mich total. Und die kommt jetzt mit. Meine Reise. Zeig noch mal, was fertig ist. Ja, die ganzen. Die Ming und die Otto, da ist auch mal her vorbeigekommen. Und die machen hier gerade seit einer Stunde hier Fotos von diesen wunderschönen... Nein, Quatsch. Das ist schon schön. Das ist schön, ne? Ich bin in einer komplett anderen Stadt. Und das sind die selben Leute wie in Leipzig. Und jetzt gibt es zum Nachtisch noch einen... Warte, da? Lemon Cheesecake mit Himbeeren. Lemon Cheesecake mit Himbeeren. Ah, gestern noch im Wald und jetzt hier Lemon Himbeeren Cheesecake. Ich sehe es. Es ist unfassbar. Ja, nun ist Samstag. Und wie ihr es in den Bildern gesehen habt, ist es so, dass ich mit warmen Armen empfangen wurde. Und ja, echt mich die ganzen Tage wie im Paradies gefühlt habe. Hier verköstet wurde mit Rohkost, Torte, mit einer wunderbar entspannten Rückenmassage. Und eine warme Dusche. Das sind alles so die alltäglichen Dinge des Lebens, die man wirklich erst wertschätzt, wenn du sie nicht gehabt hast. Ich bin einfach total happy, total glücklich. Und ich werde auch morgen nochmal ein Interview mit der Anja machen. Ja, sie hat auch so ein kleines Projekt vor und hat auch eine interessante Wandlung hinter sich gelegt. Einige Parallelen habe ich da auch entdeckt zwischen mir und ihr. Und ja, und da ich ja morgen wahrscheinlich eh nicht so viel machen werde, sondern einfach nur entspannen, blasen kurieren, Rücken kurieren. Ja, es dann einfach wird morgen dann das Video dann wahrscheinlich sein, dass ich mit der Anja ein Gespräch führe und euch das präsentiere. Und das ist auch die erste Person dieser Sachen Besucher auf meiner Deutschlandwanderung. Das ist ja eins der drei großen Ziele oder Absichten meiner Deutschlandwanderung gewesen. Und eigentlich auch das Kernelement überhaupt. Ja, meine Zuschauer kennen zu lernen, persönlich kennen zu lernen. Auch die Möglichkeit den Zuschauern, sie geben mich kennen zu lernen. Und ja, und das wird sozusagen, ja, morgen seinen Anfang nehmen. Und entsprechend gibt es immer, wenn ich irgendwo bin. Und die Zuschauer möchten das auch, ja, einfach so eine Vorstellung des Menschen und deren Geschichte als einzelnes Video. Und in Dresden werde ich auch noch jemanden kennenlernen, beziehungsweise nicht kennenlernen, sondern bei jemandem sein oder mit jemandem Zeit verbringen, der das auch gewünscht hat. Und ja, vielleicht gibt es dann den übernächsten Tag dann auch noch eine Vorstellung von einer weiteren Person. Je nachdem, das ist auf jeden Fall so die, ja, wie so die Videos laufen. Ne, wenn ich wandere, berichte ich von meiner Wanderung. Wenn ich bei Menschen bin, dann stelle ich entweder die Menschen vor. Oder es gibt halt Videos zu meinen Gedanken. Ja, alles so wie es kommt. Und das fühlt sich alles gut an. Auf jeden Fall echt heute ein Tag wie im Paradies dazu kam halt eben noch Ming und Otto. Auch zwei total liebe Menschen vom Brokost-Potluck. Ja, es war einfach ein Traum. Es war einfach ein Traum. Es war einfach ein Traum und ja, bin total happy. Guten Morgen! Ich bin hier bei meiner Heilsbringerin gelandet. Ich war ja, ihr habt ja den letzten Tag gestern gesehen. Da hatte absoluter Horror und dann bin ich ins Paradies gewechselt zu der lieben Anja. Wir kennen uns zu schon vom Rohkost-Potluck, der Anja in Leipziger. Und ja, wir haben ja gemerkt, dass wir ziemlich gleich schwingen. Und ja, dass wir uns dann irgendwann mal auch auf ihrem Terrain sehen, war eigentlich nur eine logische Folge. Und für mich natürlich absolut brillant, dass es in solchen Umständen ist, wo ich halt ausgehungert und von Blasen und Netze und Kälte hier und wurde dann mit Rohkost-Torte, mit Massagen und mit so viel Liebe und so viel Herzlichkeit hier empfangen, dass ich das unbedingt mit Euch dann teilen möchte. Und ja, ich möchte so als Kleiner während meiner Wanderung halt auch immer die Menschen, bei denen ich bin, so denn sie sich bereit erklären, mit vor die Kamera zu kommen, ja auch einfach das mit Euch teilen. Einfach, dass ihr wisst, wo geht es lang und wie viel in ganz Deutschland liebe Menschen gibt es überall. Und Du bist ja jemand, der jetzt auch, sagen wir, sein Leben, ähnlich wie ich, und das wäre so eine Parallele. Du warst mal, also ungekrempelt hat, Du warst mal relativ dick und bist jetzt wieder in Normalform. Und wie hast Du das damals geschafft? Viele interessiert erstmal, wie viel hast Du gewogen? Das sind immer so die Zahlen, was die Menschen wissen möchten. Und ja, wie hast Du das geschafft, dass Du dann wirklich diesen, eines der schwersten Dinge überhaupt, dieses wirklich konstante Abnehmen und wirklich auch Gewicht halten, dass Dir das halt funktioniert hat? Ja, also hallo erstmal, ich bin Anja, wohne in Dresden und ich freue mich total, dass Christian jetzt hier ist. Es ist mir eine Ehre und es ist wunderschön. Wir waren gerade in Elbe und haben Wildkräuter gesammelt und ja, aber mein Weg der Transformation begann eigentlich schon vor längerer Zeit. Da habe ich tatsächlich 82 Kilo gewogen, bei einer Größe von 1,62 und habe dann eine Phase gehabt, wo ich auf Zucker und Milchprodukte verzichtet habe und auch vegan schon gelebt habe, ein halbes Jahr. Das habe ich dann aber wieder sein gelassen und dann hatte ich eine Arbeit, die mir nicht besonders gut getan hat, wo es mir wirklich schlecht ging. Als Grafikdesignerin habe ich gearbeitet in einer Marketingagentur und da geht es Schlag auf Schlag und Auftrag und Stress und Aufträge bitte bis vorgestern fertig und das war ein ziemlicher Druck auch und ja, das Kreativsein liegt mir sehr, aber nicht auf Knopfdruck, das war schon ein bisschen hart und genau und ich hatte ziemlich viele Krankheitsanzeichen und bin aber sehr oft über meine Grenzen gegangen und habe vieles als normal erklärt. Dann geht man halt zum Arzt und lässt sich halt Medikamente verschreiben oder sogar, ich war bei der Heilpraktikerin, die konnte mir auch nicht mit allem helfen. Wir haben damals eher versucht, dieses Stresslevel ein bisschen zu senken und zu gucken, wie kann ich damit besser umgehen. Kann ich mir auch nicht schlecht sein. Genau, statt eben nach den gesundheitlichen Ursachen zu gucken und dann wurde ich aber gegen Ende des Jahres richtig krank und hatte eine ganz schlimme Nasenlebenhöhlenentzündung und musste Antibiotika nehmen und ganz viel Ibuprofen, weil mein Kopf vor Schmerzen fast explodiert wäre. Und da habe ich mich dann nochmal stark belesen. Ich kannte das ja auch schon. Ich hatte schon mehrere Ernährungsformen mal durchprobiert und dieses halbe Jahr vegan zuckerfrei schon mal gemacht. Und bin dann wieder drauf gekommen, dass man bei Antibiotika besonders beachten sollte. Kein Zucker, kein Gluten, keine Milchprodukte und habe das schlagartig von heute auf morgen weggelassen, wegen der Antibiotika-Nahme und der Schmerzmittel und natürlich kein Alkohol in dem Zusammenhang. Und seitdem trinke ich auch kein Alkohol mehr. Das ist recht voll geil, jetzt eineinhalb Jahre schon. Und bin dann ab Anfang des Jahres 2016 sehr schnell in die vegane Richtung gekommen und auf die Rohkostschiene. Und habe verschiedene Videos gesehen, unter anderem Silke Leopold, Ross Billett, Christian und viele andere mit Rezepten und verschiedenen Ideen, wie man sich ernähren kann und andere Ernährungsformen. Und ja, durch diese Ernährungsform habe ich nochmal sehr, sehr, sehr viel abgenommen. Also von damals 82 auf, in dem Fall waren es 73, als ich angefangen habe, auf jetzt 56. Also das ist so dieser Sprung. Und das hat sehr viel mit der Ernährung zu tun. Und natürlich muss man dann auch ein bisschen Sport machen oder wenn man Lust hat, eben sich zu bewegen. Ja, bewegen ist schon gut. Es muss nicht viel sein, aber möglichst konstant, jeden Tag idealerweise. Ja, ja. Und ja, das war so der Weg. Und ja, man merkt einfach, dass es einem viel besser geht. Ich bin viel fitter und habe eben nicht mehr die ganzen körperlichen Zeichen, die ich davor hatte, von Regelschmerzen über aufgesprungene Fingernägel, über chronische Schmerzen in den Gelenken und so viele Sachen sind einfach besser geworden. Das ist ja auch so ein, wie du sagst, ein positiver Kreisläufer, so ein Feedback-Kreisläufer geht ja besser. Und die meisten sind ja in diesen negativen Kreisläufer gefangen. Und deswegen ist es halt schön auch zu sehen, wenn man dann einmal den Mut hat und es auch langfristig ein bisschen ändert, dass dann auch diese positiven Kreisläufer, dass das nicht wie am Anfang oft auch ein Kampf ist oder sowas, oder hast dann Not geboren und wenn die Not dann weg ist, wie zum Beispiel Schmerzen oder gesundheitliche Einschränkungen, dass man dann wieder zurückfällt, sondern das ist dann ein eigenes, positives Feedback, was du erhältst, ein positiver Kreislauf, was angefeuert wird. Und von daher, es ist dann gar nicht mehr so schwer irgendwie sich gesund zu ernähren. Im Gegenteil, es ist teilweise bei verschiedenen Dingen, dass du eigentlich auch eine Ablehnung entwickelst, gegen besonders, je nachdem, bei mir wären es jetzt besonders fettige Speisen, die ich früher gerne gegessen habe oder sowas, bei anderen ist es halt dann das Brötchen, was sie nicht mehr sehen wollen oder so, du entwickelst eine ganz natürliche Abneigung oder bei mir jetzt auch so eine Bratwurst, vielleicht, ich habe auch immer eine Bratwurst gegessen, aber jetzt einfach Bratwurst, ne, wenn du lange genug vegan bist und dich dann wirklich entwöhnt hast und auch das positive Feedback durch deines Körpers hast, dann wächst das alles nicht mehr. Das stimmt. Und ich gehe auch so ein bisschen damit und sage, also wenn man die Ernährung geändert hat und erstmal, also durchs Abnehmen kriegt man positives Feedback und man fühlt sich viel besser und man läuft lächelnd durch die Straßen und zieht dadurch viel ganz andere Menschen auch an und viel Positives und kann sein Leben wieder selber in die Hand nehmen und dann auch habe ich das Bewusstsein entwickelt, ich bin ja wirklich selbst dafür verantwortlich, was ich jeden Tag esse und wie ich mit meinem Körper umgehe und vielleicht ist er immer noch nicht perfekt, aber ich kann ihn ja lieben, so wie er jetzt ist und ja, mich weiter gut ernähren und dadurch auch das Bewusstsein entwickeln, wo kommt denn zum Beispiel, wo kommen die Tierprodukte her, wie werden die hergestellt, wie werden die im Körper verarbeitet und sich darüber auch bewusst, ich bin wirklich von der gesundheitlichen Richtung gekommen, aber wenn man dann noch das Bewusstsein entwickelt, was hat es für eine Vorgeschichte das Fleisch zum Beispiel und was hat es für Umweltfolgen und vom Tierleid gar nicht zu sprechen und so. Also es sind so viele Sachen und man muss ja auch nicht aufhören von heute auf morgen Fleisch zu essen, aber es zu reduzieren und bewusst zu tun und dann ja, also ich habe es tatsächlich dann sehr konsequent gemacht und ja, aber es ist vieles, bei mir auch der Zucker, ich habe in der Zeit in der Grafikagentur unglaublich viele Süßigkeiten gegessen, vermutlich auch, weil ich es einfach gebraucht habe für den emotionalen Ausgleich, der Stress jeden Tag im Büro und dann kommt man heim und denkt sich, oh, jetzt noch was Gutes für mich tun, dabei tut man sich damit überhaupt nichts Gutes. Zumindest langfristig nicht, kurzfristig denkt man, das hat sich was Gutes zu tun. Genau, man hat dieses Glücksgefühl, weil der Zucker ist ja auch wie so eine Droge und ja, das zieht dir am Ende nur ganz viel Energie und ja, gibt wieder Hüftgold, sagt man so. Und du bist beruflich, du hast ja das als einen Faktor ausgemacht, was deine Gesundheit sozusagen geschwächt hat, da hast du mir jetzt gesagt, dass du auch in die Richtung der gesunden Ernährung und der Gesundheit das weiterzugeben, auch diese Erfahrungen, die du gemacht hast, ich sage, du weißt, dass es ja nicht immer so leicht ist, dass andere von den Erfahrungen selber auch partizipieren können, sondern dass es da auch, ja, dass es sehr schwer ist, etwas zu vermitteln, aber du versuchst dennoch trotzdem jetzt im Bereich Beratung und dass du auch, ja, einfach versuchst halt sozusagen, dich zu lösen von deinem alten Beruf quasi, sondern halt hin zu dem, was dir halt sehr viel Freude geschenkt hat und das dann halt auch anderen schenken. Auf jeden Fall. Und da hast du gesagt, du hast jetzt eine Webseite, wo aber noch nichts drauf ist, ne? Also du beginnst sozusagen jetzt erst deinen Weg in Richtung, also du kannst ja trotzdem schon mal nennen, falls jemand interessiert, wie heißt die Webseite? Die Webseite heißt organia.de. Okay. Organia. Organia. Also wie Organic sozusagen? Genau. Also Organ und ein JA. Genau. Ist mein Name mit drin, Anja. Organ, ja, Anja. Ah, okay, 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 alles klar. Und es hat natürlich viele Bedeutungen, also Organic, Organisch, auch die Organgesundheit, wir entgiften, also wir müssen ja nicht nur Nahrung zu uns aufnehmen, sondern auch entgiften. Also die JA zu deinen Organen. Organia. Ja, genau. Die Leber und die Niere und die Haut und alles, womit wir entgiften. Ich verliebe euch das unten noch. YouTube, Instagram oder sowas? Ich möchte gerne mit YouTube anfangen. Der Kanal heißt dann auch Organia. Okay. Und auf Instagram, ich liebe nämlich Food-Fotos zu machen. Und das heißt dann auch organia.de. Okay, cool. Also wenn ihr, also der Kanal existiert schon, Organia, auf YouTube. Aber hast du vielleicht noch keinen Abonnenten, wenn ihr noch nicht habt? Nein, genau. Noch keinen Abonnenten, wenn ihr der erste Abonnent sein wollt, dann abonniert an mir einfach. Wie gesagt, absolut. Ich kann es wirklich so gerne öffnen. Du bist einfach ein total liebenswerter, herzensguter, schöner, alles toller Mensch. Ich fühle mich so wohl hier und es ist einfach so eine schöne Zeit, die ich mit dir hier verbringe. Und ich genieße den Moment oder die Momente, die wir zusammen haben. Ist schön. Ja, also meine Intention ist wirklich meine ganzen Erfahrungen und mein Wissen, was ich mir jetzt angesammelt habe. Über Messen und Interviews, persönliche Kontakte. Genauso bin ich auch Seminare und Kochkurse gefahren. Das alles möchte ich eben weitergeben, um euch zu inspirieren, um euch vielleicht auch zu helfen, um neue Wege zu zeigen. Und wenn mich jemand fragt, was kann man denn noch essen? Also vegan, gluten- und zuckerfrei, also clean eating. Was kann man denn dann noch essen? Und dann zeige ich dir das. Und das ist so eine bunte Küche, also voller Sprossen in jeder Form und Farbe. Die hat mich auch inspiriert jetzt. Ihr habt vielleicht schon, wenn ihr mich verfolgt habt, auch auf Facebook habe ich ein Foto gepostet, von diesem Smoothie Bowl, hast du gesagt? Ja, Smoothie Bowl. Das ist halt, ich trinke meine Smoothies einfach hinter mich und dann nach 10 Minuten ist das dann gegessen. Aber wenn du das so ein bisschen dickflüssiger machst und dann oben so crunchy Zeug drauf machst, so Sprossen oder sowas, also nicht direkt ein Smoothie die Sprossen rein, sondern drauf machst und dazu noch Schokonips oder was machst du immer drauf noch? Irgendwelche Beeren, gefrorene Beeren. Genau. Und Bildkräuter sind drin. Du isst da viel länger dran und ja, das sind total tolle Inspirationen. Und ja, für mich wäre es mit Sicherheit auch mal bei mir probieren, inspirieren, mich inspirieren zu lassen und das dann umzusetzen und mal sehen, ob es dann einen Weg in den Alltag bei mir findet. Aber busiert bei dir gegeben habe, ich fand es einfach echt toll. Schön, das freut mich. Jawohl. Ja. Ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns und ja, dann wie gesagt orgadia.de und YouTube schaut auf jeden Fall vorbei. Und ob, sagen wir so, der eine kann einen erreichen, der andere nicht einen erreichen und du kannst vielleicht andere Menschen erreichen, als dass ich erreichen kann und wieder ein Andri kann andere Menschen erreichen. Hauptsache alle Menschen werden irgendwann erreicht. Ja. Und wir machen uns jetzt noch ein fantastisches Abendessen. Ja. Uh. Mit selbst marinierten Wildkräutern und Sommerrollen mit, auch mit Wildkräutern und Möhren. Genau. Und einem selbstgemachten Pesto. Ja. Ja. Bevor ich dann wieder in den Wald gehe. Ja. Das wird ganz köstlich. Das werden wir machen. Gut, dann verabschieden wir uns. Ja. Okay. Vielen Dank. Und jetzt kommt der Smoothie. So schöner Zivilisationsleit. Und hier. Und mit ganz viel Sprossen oben drauf. Es gibt kein Smoothie, sondern, wie heißt das? Eine grüne Smoothie Bowl. Genau. Da wird das nämlich alles etwas dickflüssiger und in so eine Schale getan. Und dann wird oben drüber die Sprossen, da hat es noch so einen crunchy Effekt und man nicht tut das länger einspeichern. Vielleicht eine Sache, die ich auch bei mir übernehmen werde. So. Absolute Geheimtippe. Also wenn ihr euch mal nicht rohköstlich Brühgurken oder sowas holt, diesen Sud, dann einfach hier mit Wildkräutern auffüllen, insbesondere der Löwenzahn. Da schmeckt sowas von gigantisch. Die nehmen die Flüssigkeit auf, einfach schön durchschütteln, Deckel drauf durchschütteln. Richtig richtig geil. Da habt ihr wie gesagt nochmal so eine ganze Packung voll ganz aromatischen Wildkräutern, die mariniert sind in so einer Knoblauchgurken. Also richtig heißer Tipp. Wie gesagt oftmals schmeißen wir das einfach nicht weg. Und ganz ehrlich, ich hätte es auch wahrscheinlich weggeschmissen und weggekippt. Und dann die Idee gehabt, zack Wildkräuter rein und sehr geil. Und das am Ende. Und guck mal das da hinten ist Paletto oder so. Alles schön. So. Ich präsentiere meine Blase. Was selber nicht wieder aussieht. Oh. Na. Na. Na, sieht ziemlich scheiße aus. Tut auch ziemlich scheiße weh. Und deshalb stockt. Lepra. Oder Zecke. Fussel. Gut. Ja. Ja. Das ist jetzt wie gesagt. Ich muss jetzt auch nicht wirklich nur ein paar Tage Pause machen. Ah. Das tut auch weh. Aua. Elend. Elend zu machen. Das man nicht mal sehen kann. Naja egal. So sieht es aktuell bei mir aus. Ja. Ich bin jetzt in Dresden und werde warten bis die Blase weg geht und dann werde ich weiter ziehen. Und es sieht derzeit dann noch aus, dass ich nach Chemnitz gehe. Vielleicht fahre ich nach Chemnitz. Und dann ist die Frage, ob ich von Chemnitz, entweder in Chemnitz dann starte weiter zu laufen. Da kann ich bei einer Freundin schlafen. Schlafe ich auch auf jeden Fall. Und wenn ich dann von Chemnitz aus, wenn es sich gut entwickelt, könnte ich eine Mitfahrgelegenheit bekommen nach Euskirchen zum Rohkostvortlag. Das ist in der Eifel. Und das ist nicht genial. Weil dann kann ich einfach dort bleiben und in der Eifel weiter wandern. Was natürlich schon ziemlich geil ist. Und ich dann in einer ganz anderen Ecke von Deutschland wandern kann. Und ja. Eventuell. Wir werden sehen, ob das euch alles so gut machen lässt. Bin ich dann ab in drei Tagen, vier Tagen in der Eifel. Und wandere weiter. Das ist dann der Dinge. Und ja. Mal schauen. Ich kenne dir den Film Sommer vom Balkon. So fühle ich mich hier gerade. Es hat echt ziemlich die gleiche geile Atmosphäre. Der eine hat das hier richtig schön gemacht. Hat ja gepflanzt. Verschiedene Dinger. Hier hat einen eigenen Kastanienbaum hier oben. Sehr geil. Ja hier lässt sich's aushalten. Sieht das geil aus. Oder sieht das geil aus. Jetzt gibt's selber gemachte Sommerröschen mit Wildkräutern. Sommerröschen. Und das sind Sommerröschen mit Salat, Petersilie, Rotibetel und Möhren. Hier gibt's nochmal einfach so ein bisschen zum Snacken. Und dann hier zwei Dips. Das ist einmal selbst gemachte Marmelade aus dem eigenen Garten. Brombeere, Himbeere und Johannisbeere. Und das ist ein Pesto auch selbst gemacht. Korianderkerbel und gekeimte Sonnenblumenkerne. Und dann haben wir hier noch so ein Salat, was aus der Füllung gegrüßt geblieben ist. Und das gibt's jetzt zum Abendbrot. So. Die liebe Anja hier, die hat mir jetzt goldene Milch gemacht. Und ich trinke jetzt erst einmal im Leben goldene Milch. Ich bin sehr gespannt. Raus. Mal gespannt. Schmeckt sehr geil. Schmeckt richtig geil. Was ist da drin? Ganz besonders schwarzer Pfeffer und Kurkuma. Ein kleines bisschen Kokosöl. Das schmeckt richtig gut. Vanille, ein bisschen Zitronenschale noch für den Geschmack. Wasser natürlich. Und vier Scheiben gefrorene Banane und drei Datteln. Ja, das ist dieses geil. Sehr geil. Also sehr zu empfehlen. Goldene Milch und ultragesund, oder? Ja, voll. Na dann, goldene Milch. Hallo. Willkommen zum nächsten Jahr in Anja. Und präsentiert uns deine neue Sommermode. Fantastisch. Guten Morgen. Willkommen zum nächsten Mal hin. Ich bin immer noch in Dresden. Und ja, heute habe ich die liebe Chanda besucht. Sie kennen mich schon seit letztem Jahr. Wo ist das erste Mal in Marokos Potluck? Du kennst mich seit 2015. Das war letztes Jahr 2015? 2015, ja? Ja. Ja. Gut, okay. Ich kenne dich seit 2015, aber das habe ich wahrscheinlich wieder vergessen. Auf jeden Fall. Ja, vielleicht 2015 schon. Ja, klar. Da habe ich das erste Mal hundertmal gesagt fast immer. Und da bin ich das erste Mal gekommen. Okay. Dann kennst du dich seit 2015. Und machen wir es jetzt, glaube ich, dreimal gesehen? Hm. Viermal gesehen. Wie du machst. Auf jeden Fall. Wir haben es so oft gesehen. Genau. Eins, zwei oft. Ja. Und ja, heute habe ich endlich mal die Möglichkeit, da ich jetzt mit meiner Deutschland Tour eben immer meine Zuschauer besuche und halt liebe Freunde oder Menschen, die ich halt bei Rohkost Potluck kennengelernt habe, ja, dann eben auch mal zu den Menschen hinzugehen und zu schauen, was sie so treiben. Und ja, einfach fühlt sich einfach gut an für mich. Und jetzt bin ich hier in den, ja, Seminarraum von dir, durch dir in Dresden, in Reiki-Zentrum, oder Reiki heißt das ja, glaube ich? Reiki-Zentrum. Genau, Reiki-Zentrum. Und ja, ja, bin jetzt gerade hier verwöhnt worden mit so einem Gerät und bin total entspannt und ja, wollte einfach so mit euch, ja, euch daran teilhaben lassen an meinem Tag. Bisher waren es ja immer meist nur Wanderungen. Das ist halt einfach mal ein schönes Gespräch mit der Janda und ja, deswegen. Genau. Du hast, jetzt habe ich gehört, einen eigenen YouTube-Kanal sogar. Ja, habe ich. Ja. Einen, zwei habe ich auch. Zwei YouTube-Kanal. Einer ist wichtig oder einer finde ich wichtig. Ja. Und worum geht es da? Also was machst du da? Na, zur Zeit ist es so, dass ich ja hier 100 Tage Saftpasten mache. 100 Tage Saftpasten? Und da ist in meinem YouTube-Kanal, also beziehungsweise berichte ich von ihm den Videos davon. Also wie ich die Safte mache, wie es mir geht, wie es weitergeht und so weiter und wie man damit umgeht, wenn man mal eine Fastenkrise hat. Weil viele wollen ja entgiften, dann haben sie Entgiftungserscheinungen und dann denkst du so, okay, jetzt bin ich erkältet, jetzt kann ich nicht mehr fasten und dann werden wir auch so fasten. Okay. Ja, als du Projekt hattest und wo ich das damals gehört habe, dachte ich ja, what the fuck, 100 Tage Saftpasten. Ja. Und du hast ja auch da wirklich eine körperliche Transformation dabei gemacht. Du hast ja viele, viele Kilos da abgenommen. Viele wollen auch fasten, um abzunehmen. Ich habe ja eher den Eindruck, dass wenn ich gefastet habe, also jetzt immer nur ein paar Tage, dann kommen die Kilos auf jeden Fall wieder drauf. Wie sieht das bei dir aus? Fasten, um abzunehmen, macht das Sinn, macht das nicht Sinn? Also in erster Linie faste ich ja nicht, um abzunehmen, das ist ein nettes Lebeneffekt. Und es ist natürlich so, ich habe irgendwann mal, war mein höchstes Gewicht 110 Kilo. 110 Kilo! Und das ist natürlich, also mir war das damals auch peinlich einzukaufen, weil wenn das eine kleine Kürze 54 oder was das war, einkaufen muss, dann war es mir an der Kasse peinlich, so ne großen Sachen und so. Und mein inneres Gefühl war halt, dass ich gar nicht so dick bin, aber ich war halt einfach dick. Und klar, anfangs habe ich immer gedacht, mein Fasten ist gut, um abzunehmen. Und wenn man aber danach nichts ändert, also wenn man dann wieder aufs alte Essen zurückfallt oder die alten Essensmuster, dann geht der Körper und macht wieder das, was er vorher gemacht hat. Also man kann ja nie ein Problem lösen, indem man immer so weitermacht wie bisher. Und deswegen muss man das ändern. Und das erste hunderttägige Saftpasten hat für mich danach, also ich war ja auch bei dem Rohkost-Rotlack und ich habe gemerkt, dass mir Rohkost gut tut und habe halt entschieden, um nicht wieder zuzunehmen, die Fläche Rohkost und wollte erst mal 100 Tage Rohkost machen. Okay. Aber es gibt ja auch ein bisschen leckere Rezepte, mal ganz ehrlich, also wenn du dann irgendwelche Kuchen machen kannst oder. Ja, ja. Und nach diesen 100 Tagen hatte ich echt noch eine ganze Latte Rezepte, die ich noch aufprobieren wollte und dann habe ich mit meinem Mann so rumdiskutiert und habe dann gesagt, okay, ich mache ein Jahr Rohkost. Ja. Danach kann ich ja wieder Pizza essen, Eisbein, was es alles gibt, aber ein Jahr Rohkost. Und nach dem Jahr Rohkost kann ich es mir nicht mehr vorstellen. Also selbst im Urlaub habe ich Rohkost gemacht, also selbst in irgendwelchen tollsten Hotels, wo du alles Buffet hast, na klar, da kann man auch Rohkost essen, sonst jetzt nicht. Viele sagen ja, wenn ich verreise, dann muss ich mit Rohkost aufhören. Quatsch, eine Wiese gibt es immer. Das kommt auch dazu, ist ganz richtig cool. Ja, also ich spiele ja auch Schachtturniere. Schön, Tanya spielt zweite Bundesliga jetzt, muss man dazu sagen. Ja, bei Frauen, ja. Ja, trotzdem zweite Bundesliga als Bundesliga. Ich spiele auch in Tschechien und da war ich halt in Tschechien, mit einem Schachtfreund sozusagen. Und haben wir Schacht zu mir gespielt und der Organisator wollte uns zum Essen einladen. Und der ist aber auch auf Facebook und der sieht natürlich, was ich da mache, so für Tocke und so. Und dann sagt er so zu mir, na Herr Chandra, ich weiß aber nicht, ob wir ein Restaurant finden, wo du Rohkost kriegst. Und dann sagt er, ach ich weiß, wir gehen in den Park, da können wir Begrilltes essen und die schieben wir auf die Wiese. Also die Leute, also ich sage immer allen, dass ich Rohkost esse und wer es nicht verknuspern kann, dann muss er sich halt überlegen, ob er noch Freund ist von mir oder nicht. Aber die meisten verstehen das dann. Selbst wenn sie es nicht verstehen, dann lassen sie sich von mir erklären, was das bedeutet. Und das ist gut. Also ich komme damit sehr gut zurecht. Und auch wenn ich faste, also 100 Tage ist ja eine lange Zeit. Das ist extrem lange Zeit. Und natürlich, ach wir wollen nicht zum Kaffee anladen, dies und jenes. Und dann sage ich, okay, ich faste aber. Das heißt, ich trinke Sackte, beziehungsweise Wasser und Tee, alles ungesüßt. Wenn du mir das bieten kannst und nicht mit mir über Fasten und Nicht-Fasten diskutieren willst, dann komme ich. Und sobald irgendwie eine kritische Diskussion, was Energie saugt. Ja, was einfach auch runterholt und so. Das will ich nicht. Und wenn das ist, dann stehe ich auf den Gieren. Und entweder die Leute laden mich dann freiwillig nicht mehr rein oder sie können damit leben. Und das macht es einfach. Also darüber reden, das ist wichtig. Ja, auch nicht einfach diskommunizieren. Sonst ist es einfach. Und du hast jetzt, wie viel Mal, gesackfastet in deinem Leben jetzt? Was würdest du sagen? Weißt du noch? Also Sackfasten habe ich das erste Mal 2015 gemacht. Die 100 Tage. Dann jetzt letztes Jahr 50 Tage oder 60 Tage. Also ich wollte eigentlich 100 Tage machen. Aber dann musste ich mal was kaufen. Es gibt ja die Muskeln, die bewegt werden wollen. Okay. Und der Druck zu kauen, der war so groß, da habe ich einfach Fastenbrechen gemacht. Okay. Und dann halt ein bisschen anders um zu kauen. Ein paar Pflichtsachen hören, bisschen so. Okay. Und jetzt dieses Jahr das dritte Mal sozusagen mit Säften. Auch immer gleich so radikal. Also die zwischendurch, was jetzt so 2-3 Tage oder was nicht gerade Saftfasten ist. Das zähle ich gar nicht mehr. Weil das für mich einfach normal ist. Ja, da fallen die im Lebensmittel, also da fällt es kaum lecker so zu essen. Das ist halt nur Saften. Also es ist auch so, wenn ich vorbei oder bei einem Schachtturnier zum Beispiel bin, wenn es keine Gelegenheit gibt, was Gutes zu essen, dann fast nicht einfach. Also es ist erleichtert unheimlich, wenn man unabhängiger wird. Und ich werde unabhängiger von den Öffnungszeiten, von den Angeboten, was es eben auch gibt oder so. Und es gibt unheimliche Leben oder Restaurants oder Bistros, wo man Wokast essen kann. Das klappt man gar nicht. Man muss halt nur fragen, haben Sie irgendein Grillzeug da? Dann machen Sie einen Salat draus und dann ist gut. Naja, man kann sich ja auch vorher informieren. Also zum Beispiel so, ich war 2015 im Sommer, war ich in Amerika, in Ross. Und hatte vier Monate vorher, also bevor ich mein Saftfasten angefangen hatte, hatte ich meine Unterkunft dort gebucht. Weil ich bin ja so ein Planer, ich plane ja gerne voraus. Letztlich mag ich es da nicht so, aber ich plane das erste Mal. Das ist so mein Mathematiker nach oben. Und dann hatte ich die Unterkunft gebogen. Und dann habe ich eine Woche vorher gesagt, ich muss ja auch irgendwie an Rohkost rankommen. Und habe mich halt ins Internet gegeben und gesucht, wo kann ich denn. Und wirklich zwei Häuser neben meiner Unterkunft ist eine Saftbar mit Rohkost. Krass. Perfekt. Absolut perfekt. Ich bin hin, habe in meinem Hotel meine Sachen abgegeben, bin in diese Rohkostbar, habe mich da erst mal Saft und Saft gegessen. Also so richtig gute Sachen machen. Und ich denke, wenn man sich einfach empfindet, wird man da auch etwas. Wie kommt das eigentlich? Du hast jetzt schon mal gesagt, mit Organisieren und Mathematik. Du hast ja Mathematik studiert. Wie kommt man als, ich sage mal, totaler Naturwissenschaftler, Mathematik studieren, zu einem Reiki-Zentrum? Also wie ist da für dich der Übergang von der Wissenschaft hin zur Spiritualität gekommen? Oder siehst du da überhaupt einen Unterschied dazwischen oder wie würdest du das beschreiben? Na ja, ich meine, wir sind Menschen, der hat einen Bauch, der fühlt und der hat einen Kopf, der denkt. Und beides wird bedient werden. Also, ja. Für mich war es so, ich habe Abitur gemacht. Das war dann zu DDR-Zeiten, das war genau im Jahr der Wende, da habe ich mein Abitur gemacht. Und ich wusste nicht, was mache ich danach. Und Mathematik fiel mir immer leicht. Ich habe Olympiaden gewonnen und da habe ich hinter den Schacht gespielt und so. Das fiel mir immer leicht, das war das Thema. Aber Lehrer wollte ich nicht werden. Letztlich bin ich Lehrer, aber damals wollte ich nicht Lehrer werden. Und dann habe ich gesagt, okay, ich studiere Mathematik. Das ist so süß. Und dann hatte ich das auch geschafft, dass ich da in der Universität saß. Und ich habe in der ersten Vorlesung 20 Jahre und gedacht, was ist das? Ich habe es ein paar Jahre durchgehalten, aber es war überhaupt nicht das, was ich wollte. Und ich kann auch nicht sagen, dass ich Naturwissenschaftler bin. Also, kann ich nicht. Klar, ich denke gerne, ich plane gerne und ich analysiere gerne. Das war dann so der Schachspieler in mir. Aber letztlich ist es Mathematik, das ist es nicht. So ein Wissenschaftler kann ich nicht. Und das ist es. Ich habe auch schon während des Studiums angefangen, habe ich eine Massageausbildung gemacht, was im Leben verlieflich. Die dauerte dann fünf Jahre, weil ich habe dann studiert. Und ich habe in der Zeit auch meine ersten Reiki-Kurse und meine ersten Meditationserfahrung gemacht. Ich bin jeden Sonntag zur Meditation gegangen. Mein Eltern lieb sich immer aufs Wach gesprungen. So, wieso kriegst du zur Meditation? Das ist eine Sekte. Und dann habe ich gesagt, naja, es hat ja auch noch Geld gekostet. Geldverschwendung habe ich gesagt, naja, ich kann ein paar Mark mehr in die Hand nehmen und gehe dann jeden Samstag und Sonntag zur Disco und komme dann völlig besoffen wieder und kotze euch hier die Bude voll. Ihr könnt entscheiden, was ihr wollt. Da oder da. Gute Argumentation. Da haben sie nichts mehr gesagt. Ja, letztendlich ist das auch eine Art Veranstaltung in der Woche gewesen. Ziemlich preiswert. Also mehr hat der Kenner den Kopf vertreten. Und auch das erste Mal, ich bin dann nach Schweden gefahren, zu so einem schamanischen Urlaubbetreiber und wollte dort halt entscheiden, was mache ich mit meinem Studium richtig ab. Und dann habe ich halt versucht, einen anderen Studium zu machen. Und da waren meine Eltern noch so, ja, das ist Sekte und so. Und die gingen jetzt so auf den Geist. Und dann habe ich zu dem Partner gesagt, wisst ihr was, ich wäre heilfroh, wenn es eine Sekte wäre. Dann würde ich nämlich nicht wieder herkommen. Also ich hatte alles und ich hatte ja gar kein Geld mehr. Innerhalb von drei Tagen hatte ich die Kursgefühlen zusammen gesammelt. Von Freunden, Bekannten, Bewandten. Innerhalb von fünf Tagen hatte ich mein ganzes Equipment. Also Zell, Isomatte, Töpfe, Gabel, Messer, alles zusammenorganisiert. Ich hatte das alles nicht mehr. Ich hatte mir jetzt alles zusammen, also Organisation und Talent hatte ich da. Ich wollte das machen, versuchte ich. Und meine Mutter hat innerhalb von einem Tag alles wieder weg organisiert. Das war natürlich stopp. Echt? Klar. Ich habe die Leute angerufen, das brauchst du ihr nicht geben und so. Und dann habe ich ihr gesagt, komm hier, holen wir alles wieder zurück. Leben da ja noch? Ja. Und die stehen jetzt zur Hochkost? Die wissen nichts davon. Also ich habe kaum Kontakt zu tun. Und meine Mutter weiß es und wir waren auch dort und ich hatte so eine Hochkost-Rotter gemacht. Aber eigentlich war es eine Schweinerei, was ich schon gemacht habe. Also das sah aus. Ich dachte dann, nein. Und es hat auch keiner gegessen. Also nur ich und mein Mann höflichkeitsweise. Aber sonst war keiner. Mein Bruder konnte sich rausreden. Ich hatte keine Kirschen. Und sonst hat es auch keiner probiert. Also gut. Und da habe ich dann gedacht, ich muss das besser machen mit den Torten. Aber jetzt bin ich geübt. Jetzt kannst du mich eigentlich wieder einladen. Jetzt würde ich dir eine Schwarzweiler-Kirschchen stellen. Du bittest ja selber auch zu dem ganzen, ich sag mal, dem Winklzentrum, was du hier hast. Und auch zu deinem Hobby, Kommerschaft, als Hobby. Ja. Machst du ja auch noch wie in der Hochkost. Du bist an einem Hochkost-Pontakt beteiligt. Du machst jetzt selber ein Event, habe ich gehört. Irgendwie zusammen mit Meditation und mit allem, wo alles ist. Also du bist in ganz verschiedenen Richtungen unterwegs. Und ja, liegt das daran, weil du einfach vielseitig interessiert bist? Oder weil du auch noch ein bisschen auf der Suche bist, wo du vielleicht hin möchtest? Oder wie würdest du das sehen? Oder ja, wie fühlt sich das an in so vielen Bereichen? Also wirklich echt krasse Unterschiede. Ist das wirklich, wie du vorhin sagst, es möchte einfach alles bedient werden? Oder ist das noch eine Findungsphase? Wie würdest du das beschreiben? Ne, ich denke, Schaff ist mir unheimlich wichtig, weil es gibt einen Ausgleich zu diesen ganzen, ich sag mal, abgehobenen esoterischen Kram, der einem in meiner Praxis begegnet. Ja. Also, ja, beim Reikiabend, also immer mehr Reikiabende. Oder wenn man ein systemisches Familienstellen, oder jetzt am Samstag, also, war hier Highlight-Treffen. Und das ist schon manchmal sehr abgehoben. Ich weiß gar nicht, also, ja. Und da ist das am Schachbett sitzen und wirklich die Welt ist auf diese 64-Fälderchen begrenzt und es ist nur schwarz-weiß und es gibt nur kleine Holzfiguren, ein kleines Holzbrief. Klare Regeln. Sehr klare Regeln. Und da gibt es keine Ahnung. Man hat noch die Ohren, also man hat noch den Zeitfaktor mit dabei. Das ist sehr angenehm. Also finde ich sehr angenehm. Und es ist, es ist zwar Stress, oder kann man als positiven Stress bezeichnen, aber letztlich ist es auch noch ein Spiel. Also man kann sich auch politisch zurücklehnen und sagen, ja, guck, es ist nix, ne, man kann auf dem gehen. So. Aber dieser Wettkampfkarakter, also, ich hab, ich will mich immer mit anderen Leuten messen. Alleine so, ich glaube, alleine auf einer Insel, ich würde mich, ich weiß auch nicht, ich würde anfangen mit Ameisen, um die Wette Mölkchen zu bauen oder so. Also, ich bin so ein Wettkampftype. Ja, okay. Und deswegen auch mein Ehrgeiz ist da unheimlich hoch. Der Faktor Rohkost, gut, das ist halt einfach, weil ich gemerkt habe, ich fühle mich nicht wohl, wenn ich dick bin. Und mir kann kein dicker Mensch erzählen, dass er sich wohlfühlt in seiner Haut. Also, das ist, lass mal jeden dicken 10 Kilo abnehmen, der fühlt sich wohl. Kann ich, ich bin absolut konformiert. Ich sehe auch häufig Dicke, die sagen, sie sind glücklich und alles ist gut und so weiter. Ja, das ist, also, und deswegen habe ich auch das Essen, ich habe mit der Rohkost und Ernährungsweise für mich gefunden. Und momentan, das kann sich wieder ändern, für mich gefunden, wo ich sage, ja, damit kann ich leben. Und ich merke auch, ich will genießen. Also, wenn ich weniger essen will, dann muss ich es einfach genießen. Dann muss es schön aussehen auf dem Teller und dann muss es nett sein. Also, ich gucke, ich rufe auf den Küchenschlag, dass ich es jetzt gleich rauskriege. Also, viele, die fasten, halten sich dabei vom Essen fern. Ich gar nicht. Ich gucke Kochsendungen. Ich mache Essen für meinen Mann und auch für den Hocherspotlack und gucke mir Rezepte an. Also, ich beschäftige mich mit Essen. Und wahrscheinlich nähere ich mich auch davon. Das ist immer ein Thema, was ich vielleicht auch noch am Ende jetzt mal ansprechen möchte. Du hast ja auch, also es gibt ja immer auch diesen Begriff der Lichtnahrung. Ja. Und du hast dich da auch schon, du hast auch schon die ersten Erfahrungen damit gesammelt. Mhm. Würdest du sagen, dass es möglich ist, sich, sage ich mal, nur von Wasser und dem Licht quasi zu ernähren? Und was sind deine Erfahrungen dazu? Was sind deine Gedanken dazu? Also, ich habe das selber gemacht. Ich glaube, das war 95, 96. Ja, ungefähr 20 Jahre. Und da habe ich mit einem Freund zusammen, der hat das gemacht und davon erzählt und geschweren und so. Und dann habe ich gedacht, wenn der das kann, der ist Musiker, kann ich das auch. Mhm. Und dann habe ich das probiert. Und die ersten Male gehen wir mit dem Gehose, da hänge ich dann schon nach drei Stunden am Wasser an. Und dann habe ich gedacht, ich verdorste, weil es ist ja wirklich der erste Tag, der ist ja lange trockenfasten. Mhm. Sieben Tage oder so. Ja, sieben Tage. Und dann habe ich es immer nach Thailand angefangen, habe ich versucht, das dort zu machen. Und es ging dann aber auch, wo habe ich, ich dachte, es ist 36. Also, ich habe hier um Mitternacht angefangen und im nächsten Mal um sie geflogen, weil man dann irgendwann nicht halten kann, das war meiner Meinung nach. Und ich glaube, es hat 36 Stunden geschafft. Und jetzt kommen wir unter Stresszeitumstellung und so weiter. Ja, und der Flug, du hast ja Druckverhältnis, du hast auch eine Luft da oben. Also, wenn ich trockenfasten würde, würde ich nicht irgendwie hinlegen und ich würde es gar nicht. Also, das war total so. Und dann habe ich es aber dort dann erstmal weiter Wasser getrunken und dann habe ich es dort normal gemacht und dann auch dort die 1-2-2-Tank. Ah, okay. Und danach ging ich ins Kloster zu meditieren und dann haben die mir gesagt, du musst essen. Und dann habe ich immer eine Handvoll Nüsse und dann ein bisschen Papaya gegessen. Und am Ende des Kurses kam einer zu mir, du hast so wenig gegessen und ich dachte, du hast ja so viel gegessen. Also, es ist immer ein Verhältnis. Also, so habe ich Lichtwärmung kennengelernt. Ich habe den Prozess, glaube ich, 2-3 Mal gemacht, ich weiß es gar nicht. Und ich weiß, dass es funktioniert, weil ich habe einmal ein halbes Jahr ohne alles gelebt. Also, nicht ohne alles, sondern ich habe den Lichtwärmungsprozess gemacht und danach habe ich nur Wasser und Tee getrunken und Tee umgesiebt. Also, ein halbes Jahr und mein Gewicht ging nicht runter. Okay. Ich dachte, es gleicht sich an. Und da war ich, glaube ich, bei einem Tag von der Tee. Also, ich war stark übergewichtig und da hat sich auch nichts gegeben. Nichts, gar nichts. Ja. Und ja, also, Wissenschaft hin oder der, es hat funktioniert. Und deswegen passt sich jetzt. Mach bewusst nicht Lichtnarrung, weil ich sage, mein Körper ist noch ein bisschen krummelig, da kann noch ein bisschen mehr von der Körper untergehen. Weil, wenn die Knie anfangen, so kann man auch schon mal unter die Fußgelände getrunken. Das ist einfach unangenehm. Da denke ich mir, da ich am anderen Jungen bleiben will, denke ich mir, da muss ich jetzt was tun. Okay. Und aus diesem Prozess könnt ihr sich eben auch begleiten wie ein YouTube-Kanal. Genau. Also, ich verlege euch den unten. Aber du hast noch einen zweiten YouTube-Kanal. Um was geht es da? Da geht es um wie passender Medikation. Ja. Das ausschließlich für Medikation gedacht. Da habe ich einen Kurs gemacht. Der heißt ABC der Medikation. Also, da kann man wirklich mit fünf Minuten Medikation anfangen, dann zehn Minuten, dann 15 Minuten und sich so weiter steigern. Und ich erkläre da sehr genau, was wie geht. Und dann spüre ich auch ein Filmchen ein, wie man die Bewegung gemacht und so. Und das ist eigentlich ganz cool. Also, das ist so, das kann dann auch jeder zu Hause machen. Wer es dann natürlich richtig machen will, der kann zu mir kommen. Und meinen Vertriebs teilnehmen. Das ist ja jetzt hier in Dresden. Genau. Ansonsten, wie gesagt, die beiden YouTube-Kanäle von Chanda. Tut ihr euch unten verlinken. Und wenn ihr Interesse habt. Ansonsten, ihr könnt natürlich gerne kommentieren. Vielleicht schaut Chanda bei mir auch auf dem Kanal mehr vorbei. Genau. Kann sie dann beantworten. Ich bin jetzt in der Wanderung. Schauen wir natürlich trotzdem eure Kommentare trotzdem auch an. Und ich werde auch meistens trotzdem alle beantworten. Aber vielleicht nicht in der ganz großen Intensität, wie ich ja nicht zu Hause in Ruhe im Bett liege, als wenn ich dann im Wald irgendwo für eine Flucht vor den Bären unterwegs bin. Aber, ne, ohne Spaß. Schreibt einfach in die Kommentare rein, wenn ihr Fragen habt. Und schauen wir vielleicht Chanda vorbei auf dem Kanal. Ja, und ich werde dann sozusagen jetzt auch weiter rein zum nächsten und durch Deutschland. Mal gespannt. Jetzt hast du ja einen gestärkten Rücken. Jetzt habe ich einen gestärkten Rücken. Jetzt habe ich einen gestärkten Rücken gemacht. Ja, danke dir. So, jetzt gibt es. Ja, danke dir. Lecker Eisen. Obst, viel, viel Obst. Und auch ein bisschen rote Beete, Salat und Petersilie, alles so Zeugs. Und noch der Rest. Wildgrün-Smoothie von gestern. So, und das ist jetzt die fertige Smoothie Bowl. Und die Rezepte findet ihr übrigens auch bei Organia.de. Weil die Anja, die habe ich ja schon vorgestellt, habt ihr im Interview bestimmt gesehen. Die macht nämlich auch eine eigene Webseite mit Rezepten und so weiter. Und ja, das sieht immer sehr, sehr schön aus. Organia.de. Ich verlinke euch das unten noch. Schmecken lassen. Hehehe. So, jetzt ist Chiara angekommen. Und ja, mal sehen, ob wir sie gleich stimmen. Die Chiara. Ich fahre mit dem Fahrstuhl und du mit dem Fuß, damit wir beide Wege haben. Chiara. Juhu. Juhu. Ah, der Wandersmann. Juhu. Oh Mann, die sieht total fertig aus. Oh, guck mal. Das hat der Wandersmann. Guck dir mal den Wandersmann an. Komm da hol jetzt mal zum Zug. Ich denke ein bisschen. Es ist egal. Schönes Tag. Und ein Kilometer. Ich glaube, wir sind zwei Tage alleine unterwegs. So sieht Camper aus. Jetzt gibt es wieder einen Wildkräuter-Smoothie. Bis jetzt ist es fast nur ein Prennettel-Smoothie, aber unten sind schon Bananen und Äpfel drin. Jetzt hat es oben noch mit Brennnesseln und mit Taubnesseln gefüllt und mit Sauerampfer und mit Zitronenmüll, der kommt dann auch noch und dann haben wir das wieder lecker Smoothie-Bowl mit wieder vielen Samen und vielen Keimlingen da oben drauf. So und jetzt gibt es diese Bowl quasi wie sie fertig aussieht, wieder liebevoll angerichtet von den beiden Damen her. Ja, und lassen wir uns jetzt schmecken und der Tag beginnt sozusagen wieder sehr grün. Guten Morgen. Schaut mal, wer hier angekommen ist. Ihr werdet gleich die Bilder noch dazu sehen. Klara hat es geschafft, über 100 Kilometer mit einem Rucksack, der fast so schwer ist wie meine, weil du hast das selbe Zelt und selten Schlafsack und quasi fast dasselbe. Deine Sachen wiegen ein bisschen weniger als meine und das technische Equipment hast du ja auch nicht mitgehabt. Und ja, jetzt ist halt jetzt hier angekommen, die erste Nacht in der Zivilisation geschlafen. Wie war es? Kurz und weich und warm, aber an sich schön. Und das, was du dir bekommen hast, war auch so eine Rohkostschotte von der Anja. Ja, total lecker. Das wäre mega geil. Auf dem sonnigen Balkon und so. Meine Sachen wurden gewaschen und ich habe jetzt andere Sachen an. Und du warst ja diejenige, die, sag ich mal, so am untrainiertesten von all denjenigen waren, die jetzt zu viert losgegangen sind. Und letztlich aber, hast du es gemerkt oder war es für dich nicht zu bemerken, dass du halt besonders trainierter warst? Also ich dachte tatsächlich, dass ich irgendwie mehr Muskelkater habe, aber irgendwie spüre ich immer nur nach einer Weile dann, so nach 23 Kilometern zum Beispiel, habe ich dann meine Füße halt extrem gespürt. Ich habe dann auch noch ein anderes Blasenfass da drauf gemacht, weil noch der andere Fuß so ein bisschen weh tut. Und meine Oberarme durch diesen Stöcken und so, da der Trizeps halt, der tut halt weh. Also den spürst du halt dann ständig, weil du halt ja auch mit Kraft drückst und so. Aber tatsächlich irgendwie die Oberschenkel oder die Beine an sich, die haben echt mitgemacht und das fand ich echt so, wow, cool. Und deswegen möchte ich ja eigentlich dann doch wieder mit auf die Wanderung halt, weil es macht schon Spaß. Und ich kann es jedem empfehlen, einfach echt mal so einfach aus seiner Komfortzone raus und einfach mal was zu machen und einfach mutig sein, ohne tausend Gedanken. Einfach mal wirklich Sachen packen, loslaufen. Ihr könnt klein anfangen, indem ihr einfach einen Tag mal, einfach mal zwei Stunden spazieren geht. Fangt klein an. Ihr müsst jetzt nicht irgendwie gleich wie wir hier irgendwie, ach ja, jetzt machen wir Deutschlandwanderung oder so. Ich habe es ja auch nicht erwartet, dass ich jetzt bis nach Dresden komme. Ja, und ja, es geht jetzt wie folgt so weiter. Also bei mir ist es jetzt so, der Rücken tut zwar immer noch ein bisschen weh von dieser grausamen Nacht und jetzt hier auf den weichen Betten tut den auch nicht gut, aber ich habe ja heute Nacht, die letzte Nacht hier schlafen bei Anja und dann werde ich nach Cavnitz fahren, weil ich mein neues Equipment holen muss, beziehungsweise kaufen muss. Und Kiara, du wirst nach Leipzig fahren. Ja. Und, ähm. Ich bin ja jetzt Trauchianerin. Ja, Kiara hat jetzt umgezogen. Und, genau, ich werde in Chemnitz dann bei Jacqueline, mir werden wir Chemnitz angucken, wenn ich schon dort bin. Und, ja, und dann werde ich von Chemnitz aus nach Euskirchen zu dem Rohkostcamp fahren. Und du eventuell von Leipzig auch zum Rohkostcamp. Ja, ich wollte ja eh. Also, bei mir war es irgendwie so, äh. Bei dir war es ja eigentlich schon fast geplant, wenn du mit der Wanderung aufhörst nach Dresden, dass du hingehst. Bei mir war es eher spontan. Aber, so werden wir dann auf dem Rohkostcamp sein und eventuell, ne, vielleicht auch wieder gemeinsam wandern ein Stück. Und dann halt schauen, wie es halt wird. Ja, von mir aus voll gerne. Genau. Und ich würde dann wahrscheinlich, brauche ich jetzt, ich kann dann wieder wandern. Meine Blase ist halt, das eine Problem ist anders, der Rücken. Aber, wie gesagt, bis Chemnitz wäre ich halt erstmal wieder laufen. Also nicht nach Chemnitz, sondern in Chemnitz. Und wir Chemnitz anschauen, dann halt Equipment kaufen. In Chemnitz ist nicht so schön, das ist so eine Industriestadt, fand ich. Ja, egal. Lauf, es geht ums Laufen. Ja, ja, ja. Genau. Und, ja, dann wäre es halt schauen und dann würde ich wahrscheinlich vom Rohkostcamp aus nach Norden starten, wahrscheinlich. So durchs Rohgebiet oder so, Hamburg-Bremen dann. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Das ist das Schöne an diesen deutschen Wanderungen. Wir haben jetzt auch gemeinsam jetzt hier angefangen und es entscheidet sich einfach spontan. Und genauso, wenn ihr Lust habt, uns oder mich zu joinen und einfach dabei zu sein, mal ein bisschen mitlaufen, dann macht es keinen Spaß, man geht wieder zurück. Es gibt hier kein Ziel und kein Dicks. Einfach nur fließen lassen, einfach nur, ja, wirklich frei sein. Darum geht's. Und, ja, und jetzt freue ich mich. Heute werde ich meinen Rucksack, meinen alten, zurückschicken nach Hause mit, sagen wir mal, einer Hose und alles Sachen, was ich loswerden konnte. Und werde dann morgen in Chemnitz sein. Und werde aber heute noch mit dem Tag mitnehmen. Werden heute wieder von Anja verköstigt. Ja, sie ist so toll. Also sie beiden haben mich gestern angerufen und meinten, äh, komm doch heute schon und nimm die Bahn und so. Und ich wollte eigentlich zwei Tage jetzt alleine für mich sein und weiterlaufen, weil die wollten jetzt irgendwie nochmal hier chillen und da und da noch angucken und so. Und ich wollte aber den Christian nochmal sehen, bevor er dann weiterreist. Das war ja nicht geplant, dass er zum Ruckostcamp geht, weil ich wollte ja eigentlich dann eh, weil ich wusste, jetzt bin ich wieder ein Taucher, dann kann ich auch eigentlich da hin. Ja, und deswegen bin ich jetzt nämlich schon hier, um nochmal ihn kurz hier zu sehen, bevor er dann irgendwie monatelang verschwindet. Morgen geht's dann nach Chemnitz per BlaBlaKar. Und von Chemnitz, ja, werde ich dann morgen berichten. Und, aber heute ist erst mal noch der letzte Tag bei der lieben Anja. Du bekommst ja noch eine Massage. Ja, ich freue mich. Die habe ich auch schon bekommen. Ja, ich freue mich. Heute lasse ich mich mal wirklich voll entspannen. Ja, ja, dann macht sie noch eine Goldene Milch und Smoothie Bowl und Zivilisation ist halt so geil. Also darauf habe ich mich auch gefreut. Jeden Tag mal das Zelt auf und ab und dann aufpusten und mal alles. Und das ist echt mega anstrengend irgendwie. Und einfach mal unter die Dusche hüpfen und so. Also man schätzt die Sachen ganz anders, genauso wie die Ernährung generell ja. Und ja, probiert es einfach mal aus. Ich werde jetzt auch nochmal ein Video für meinen Kanal auch machen. Genau, und Kiaras Kanal, den verlinke ich auch direkt unten in der Infobox. Das heißt, wenn ihr den noch nicht abonniert habt und hier ein Video von der Kiarawa sehen wollt, dann abonniert ihr einfach ihren Kanal und wir werden jetzt einen schönen Tag haben. Macht's gut. So, ein letztes Mal bei der lieben Anja. Die Nieren würde ich schon fast sagen, aber das ist ja sozusagen mein Reiseproviant, wenn es jetzt losgeht, ja, zum Bahnhof Mitte, wo auch immer das hier in Dresden ist. Aber meine App würde mir das schon sagen. Ich freue mich total, das eine Golden Bowl wieder mal. Wer es auch zu Hause mal probieren, vor allem Kurkuma und Piparin drin. Und ja, wunderbar. Christian, ich wünsche dir eine gute Reise. Es war wunderschön, dass du da warst. Ach, schön. Und dir wünsche ich auch eine gute Reise, weil du bist ja auch weg. So, jetzt heißt es Bye-Bye Dresden und Bye-Bye Elbe. Das ist jetzt ein Mal, das ist sozusagen jetzt hier der Altstadtsee. Meine Mitfahrgelegenheit kommt dann bald, wo ich dann jetzt sozusagen nach Chemnitz fahre. Schalt mal wieder um. Ja, also, es war sehr, sehr schön in Dresden, muss ich sagen. Also, ich habe mich von Dresden jetzt nicht so viel gesehen, weil ich mich halt vor allem regeneriert habe. Mein Rücken und vor allem dann meine Blase. Das war das Schlimmere von beiden. Der Rücken, den geht es auf jeden Fall schon wieder fast so gut wie vor der Reise. Das heißt, der regeneriert. Kein Problem. Die Wanderung kann weitergehen. Und mit der Blase, ja, also, ich habe noch nie gehört, dass wegen einer Blase man nicht weitergehen kann. Also, von daher ist es auch nur eine Zeitfrage, ob es die komplett verheilt. Die Frage wird vielmehr sein, taucht die immer wieder an derselben Stelle auf? Kann ich immer nur vier Tage laufen? Muss ich mein Pensum zurückschrauben? Das werden Fragen sein. Aber, ja, mal gucken. Ich fühle mich auf jeden Fall total gut. Ich, ja, bin jetzt sozusagen von Leipzig losgelaufen, laufe hier gerade durch Dresden und, ja, habe einfach das Gefühl, echt zu leben. Ich habe viele nette Menschen kennengelernt. Nicht nur Anja, sondern auch ein paar von Anjas Freunden. Dann lustige Begegnungen gehabt in dem Alauenpark. Ein Zuschauer von mir getroffen und sehr interessantes Gespräch gehabt über, ja, über Drogen, über Pilze und so weiter. Ein Thema, ja, wie ihr ja alle wisst, ich habe da überhaupt noch keine Erfahrung, noch nicht mal mit Alkohol. Ja, und bin halt am überlegen, inwieweit ich da irgendwann mal Erfahrungen sammeln werde. Mir geht es um eine zentrale Fragestellung und die ist, kann ich diese Erleuchtungserfahrung, die ich gemacht habe, kann ich diese mit irgendwelchen Substanzen, DMT oder mit Pilzen, kann ich diese sozusagen noch einmal machen? Darum geht es mir eigentlich. Es ist einfach diese Frage möchte ich beantworten. Ich möchte einfach Klarheit darüber haben, ob eine Erleuchtungserfahrung tatsächlich reproduzierbar ist. Denn ich habe es nicht geschafft. Ich habe viermal in meinem Leben eine Erleuchtung, eine Erwachen oder wie auch immer ihr das nennen wollt, wo man halt die Wahrheit erkennt, wo man zufrieden ist, wo der Tod plötzlich, ja, komplett entmystifiziert wird, wo alles gut ist. Und ich möchte gerne wissen, ob das auch möglich ist, das zu reproduzieren mit irgendwelchen, ja, natürlichen Substanzen, also mit Gräsern oder mit Pilzen oder sonst was. Und wenn das so wäre, dann würde ich das halt einfach publizieren. Das ist halt einfach so Wissensdurst. Das ist einfach der Durst oder ja, einfach zu sagen und den Menschen sagen zu können, hey, was ihr dort erfahrt, das ist eine Erleuchtungserfahrung. So, und das wäre halt interessant. Ich bräuchte sie nicht. Es ist nicht so, dass meiner Meinung reicht, eine Erleuchtungserfahrung aus, wenn man die entsprechend verarbeitet, um, ja, sein Leben entsprechend gestalten zu können, auch angstfrei. Aber es wäre halt total interessant. Und darüber haben wir gesprochen und, ja, aber ich habe auch einen sehr großen Respekt davor, das muss ich auch sagen, ja, steht jetzt, zumindest aktuell nicht auf der Debatte, so aktuell ist halt tatsächlich die körperliche Belastbarkeit meines Körpers ein bisschen zu testen und die Zuschauer kennenzulernen und all die Erfahrungen aufzunehmen, die ich bisher nicht gemacht habe. indem ich einfach wirklich nur loslaufe, ohne Ziel, ja, und einfach mich frei fühle. Und das funktioniert zurzeit sehr gut. Ich bin echt total zufrieden bis zu der Stelle und selbst wenn jetzt irgendwas passieren sollte oder sowas, ich kann sagen, war alles komplett wert, all die Gedanken, die man sich gemacht hat und das an der Stelle einfach nur mal so gesagt, sollte es wieder schlimmere Momente geben oder Momente, wo es vielleicht schmerzhaft wird oder andere Sachen, dass ich weiß, es hat sich gelohnt, egal was kommen wird. Dann an dieser Stelle, ich bin jetzt, ja, ungefähr, 5 Kilometer gelaufen, ich gehe jetzt gleich zu meiner Mitfahrgelegenheit, das sind jetzt noch halber Kilometer und fahre dann nach Chemnitz, dort laufe ich zu Decathlon, um mir halt mein Equipment neu zu kaufen, was alles kaputt gegangen ist, deswegen bin ich auch recht leicht unterwegs, wie so eine Feder und, ja, das werde ich euch dann zeigen, was ich gekauft habe und dann werde ich bei weiteren Zuschauern übernachten, die eine schöne Zeit mit hier haben und dann morgen in die Eifel fahren und dort am Rockhost Camp teilnehmen und dort weiß ich nicht, dass ich mitten in der Eifel, wie weit ich da wandern werde, ich glaube, ich werde wandern, weil ich möchte das beibehalten, ich merke, dass es tut unheimlich gut, jeden Tag in Bewegung zu sein und man kann ja auch sich unterhalten beim Wandern, also ich denke da, dass ich da nicht die ganze Zeit irgendwie am Zelt sitzen werde, sondern dass ich da ein paar Touren machen werde und nette Leute kennenlernen werde, wieder sehr, sehr viele, ja, und dann werde ich weiterlaufen in der Eifel, ich weiß ja nicht, in welche Richtung, aber das werde ich dann erfahren, so viel zum aktuellen Zeitpunkt und, ja, das war's, mit BlaBlaCar gefahren oder will fahren und, ja, 11.40 Uhr war Abfahrt und jetzt ist es 11.50 Uhr, zehn Minuten und kein Hass da, hm, ziemlich scheiße, erst einmal mit BlaBlaCar, aber abwarten, recht, wendet sich ja alles noch zum Guten. So, ich bin jetzt hier angekommen, in Camp jetzt wurde hier rausgeworfen von dem BlaBlaCar, mein BlaBlaCar, Mann, war eine sehr, sehr angenehme Fahrt, wir haben, es war ein bekennender Christ und wir haben über, ja, das ist ich geredet und war sehr, sehr anregend, hätte ich nicht gedacht, dass man einfach in so ein normales Auto geht und dann nämlich sehr, sehr tiefgründige Diskussionen geführt haben und tatsächlich auch Diskussionen, ähm, der Christ hat immer noch so ein bisschen ein Problem mit der Ansicht, dass wir Gott sind, dass wir alles eins sind, er, was sich daraus ableiten lässt, das, das sieht er eigentlich genauso, aber er hat trotzdem ein Problem zu sagen, ich bin Gott und da wird eigentlich auch so ein bisschen, ja, ersichtlich, dass es da ziemlich, ähm, ja, so eine Art von Begrenzung ist, wenn man sich von Worten abschrecken lässt, wenn man weiß, dass man dasselbe meint, nur weil man nicht Gott sein darf, ne, was ist ein Dogma, ich darf mich nicht Gott nennen, ich bin nicht Gott, so, und, ja, aber es war trotzdem sehr anregend und sehr sympathisch, jedenfalls war er und, ja, hat Spaß gemacht, mit BlaBlaCar zu fahren und, ja, relativ preiswert für 5 Euro, jetzt hier zwischen zwei Großstädten hin und her gefahren, also, mit BlaBlaCar, so, das war meine erste Fahrt mit BlaBlaCar, war echt cool, so, jetzt käme jetzt, das heißt, ich werde 10 Kilometer laufen, zu Decathlon, und, ja, mal sehen, vielleicht gibt es da zu filmen, das ist mein neues Equipment, ich brauche neues Equipment, das heißt, ich muss dort kaufen, und, ja, hoffentlich haben die alles da, was ich brauche, ich brauche ein neues Tuch, weil das Tuch geht hier hoch und dann will ich noch eins bisschen runde für den Sommer und dann eben, äh, eine neue Isomatte, beziehungsweise, ja, zwei Isomatten, eine flache unten, so ein Schaumstoff und dann drauf noch so eine aufblasbare Kinder-Isomatte, die ich halt für meine Schulter und für mein Becken nehme, aber, werde ich gleich berichten, auf jeden Fall, ich bin angekommen in Chemnitz, yeah! Und Albin ist derweil auch in Dresden angekommen. So, wir sind hier ja am, äh, äh, sogenannten Astronautenhut, äh, das ist, ähm, das haben Außerirdische hier abgesetzt, das ist eine, äh, also das war ehemalig ein Stück von einem Raumschiff von Aliens und das wurde jetzt untersucht und es ist top secret und das haben die hier verschleiert mit irgendwelchen bunten Zeilen, aber, es ist auf jeden Fall Astronautenzeug, hat mir grad jemand erzählt, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich mir das glauben soll, in jedem Fall, sieht es schon sehr mystisch aus. So, das ist jetzt hier so ein Flossteich in Chemnitz, was hier noch gibt, ne Videothek, das habe ich seit Jahren nicht mehr gesehen, das ist wie es aus einer anderen Zeit, das ist wie soll ich jetzt mit VHS-Kassetten, gut, da steht DVDs, so rumverleih, aber, krass, Videothek, geht für euch noch sowas? Schreibt es mal in die Kommentare. Ein Stück DDR-Geschichte, der Olle Karl Marx, Proletarier aller Länder vereinigt euch, wer kennt diesen Spruch nicht als alter DDRer? Ja, Karl Marx, jetzt kämpf jetzt, also wir sind ja jetzt so halb im Zentrum, und, äh, ist jetzt nicht so schlimm, aber so nicht so toll, irgendwie, die Stadt, geht so an einem vorbei, ja, kann man, fast richtig gut. Äh, die Straßenbahnen hier, die sind übelst fett, das Format, hört euch mal an, das sieht aus wie so ein Bus, krass, die Chemnitzer Straßenbahn scheinbar hier, richtig, richtig fett. Hier seht ihr alles versteinerte Holz von Kennenitz, eine Sehenswürdigkeit, die es, ja, die man mal gesehen hat. Schaut euch mal diesen geilen Baum an. Oah, krasse Scheiße. Sehr geil. So, jetzt bin ich in Desadlon und teste Schlafsäcke. Und jetzt zum Abendbrot bei der lieben Jacqueline gibt es rustikalen Salat von rustikalen Tisch. Und dazu die Kartenbuchweizen. In Salat ist alles mögliche drin, alles was der Kühlschrank noch hergibt. So, jetzt bin ich wie gesagt einige Kilometer wieder gewandert und ja, die Blase tut halt noch ein bisschen weh. Ich hoffe, dass sich das jetzt hier irgendwie verbessert, weil ich hab den Eindruck, dass irgendwie eine neue Blase entsteht und mir das tut das weh. Ah, es ist halt echt sackern. Woran ich gar nicht gedacht hab, Hüfte, alles im Schulter, aber Blase ist halt scheinbar ein bisschen das Problem zu sein. Aber, nun ja, dann ist es halt so. Auf jeden Fall, Update Blase. Ja, und das Equipment, das hab ich euch versprochen, dass ich euch das zeige, hab ich aber leider an dem Tag vergessen. Das werd ich morgen nachholen und sagen, was ich mal gekauft habe. Ich wünsch euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns morgen wieder mit der Fahrt nach Euskirchen. Guten Morgen! Heute geht's jetzt in die Eifel, dort wo ich dann sozusagen weiter wandere. Und, ja, vorher ist natürlich erst mal das Rohkostcamp, das heißt, da werden wieder 30, 40 Rohkostbegeisterte zwei, drei Tage lang campen und gemeinsam singen und es ist ganz gut für meine Blase, weil ich hab gemerkt, dass halt, ja, gestern waren es so 10, 15 Kilometern und das war schon wieder die Grenze und ich glaube, die Blase hat sich auch noch fast ein bisschen neu gebildet. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Ja, Rucksack ist jetzt leichter. Ich hab mit mir, ja, neues Equipment gekauft bei D-Sattelern und zwar möchte ich euch das mal zeigen. So, also, diese Matte hab ich mir gekauft und diesen Schlafsack. Folgendes, die Matte hier, also erstmal hab ich so eine ganz einfache ISO-Matte drunter und nicht die grüne klappbare gekauft, die ich schon mal hatte, auf der ich eigentlich schlafen wollte. Einfach, ja, erstens hat es Geld die Kosten und zweitens wollte ich mal probieren, ob es reicht, auf dieser zu schlafen und tatsächlich kann ich auf dieser doch relativ dünnen Matratze ganz gut schlafen und ist so relativ schmal, aber geht alles. Und das ist jetzt die Matratze, wo ich schlafe, die ISO-Matte und das ist der Schlafsack, der ist, ja, bis 0 Grad, das heißt, ich habe ja oft gefroren im Schlafsack und der ist halt bis 0 Grad so ein Schlaf-Mumiensack, allerdings hat er keine geteilten Beine. Ich hab heute die erste Nacht drin geschlafen und, ja, ohne geteilte Beine ist halt nicht ganz so cool. Dafür ist er wärmer und er ist 700 Gramm leichter als mein anderer Schlafsack. Deswegen werde ich den probieren. Ich kann bei Desathlon, wo ich den gekauft habe, auch in anderen Filialen den abgeben. Das heißt, ich werde den jetzt beim Rockkostcamp versuchen, damit zu schlafen, für drei Tage. Wenn das nicht geht, gebe ich den dort irgendwo, Dortmund ist glaube ich, ein Desathlon, werde ich dorthin wandern und den dann dort wieder abgeben. Und meinen anderen, den Selkbeck, ja, den werde ich versuchen, wieder zu verkaufen, weil es kostet ja alles Geld. Aber so ist das halt, wenn man am Anfang anfängt, hier mit dem Camp-Zeug, dann kaufst du halt am Anfang nicht immer das Optimum. Und, ja, der Selkbeck ist richtig cool, aber halt nur für die warme Jahreszeit und ich will einen Schlafsack, der auch im Winter, mit dem ich da schlafen kann, und der ist hier von 0 Grad ausgelegt und, ja, und von der Entsprechend ist das sinnvoller. Naja, das was ich sage, ein Update ist, die Matratze, glaube ich, gibt es auch bei Amazon, kann ich euch mal verlinken, damit ihr euch informieren könnt, den Sach gibt es, glaube ich, nicht bei Amazon. Wenn es was gibt, dann, ja, schaut einfach unten in die Infobox, dann verlinke ich euch das, ansonsten, ja, einfach bei Desathlon selber reingucken, ist halt natürlich blöd, dass man sich ja nicht so richtig informieren kann, weil es halt ein Offline-Geschäft ist. Jupp, und jetzt geht es, hoffentlich, wenn alles passt, in drei Stunden, na, in die Eifel. So, zum Morgen gibt es wieder einen grünen Smoothie, die Jacqueline hat hier so einen kleinen Mixer, da werden wir wahrscheinlich einige Becher auch vollkriegen, wir waren gerade im Garten von Jacqueline und haben hier verschiedene Wildkräute gesammelt dazu, Bananen und Apfel, so sieht der Mixer aus, genau, und dann gibt es jetzt einen Smoothie zum Morgen, Jetzt noch eine kleine Obstplatte und den Salat von gestern. Oh, jetzt geht es nach aus Kirschen und fünf Leute in einem Auto mit Camping, das sieht dann so aus. Da ist noch Platz. Da ist noch Platz, da ist noch Platz. So, nachdem wir jetzt ungefähr so 150 Kilometer Autobahn gefahren sind, ist dem Joachim eingefallen. Wir fahren jetzt also quasi zum Rockkurscamp zum Zelten und der Joachim, der Fahrer, der Zelt vergessen hat, da sind wir nochmal zurückgefahren und es ist jetzt schon 16 Uhr und wir haben noch 7 Stunden Fahrt vor uns und das ist Stress der anderen Art. Bisher war ja immer so körperlicher Anstrengung, körperlicher Stress, jetzt einfach nur lange im Auto sitzen, brütende Hitze und das, aber naja, so kommt halt alles zusammen. Aber ich freue mich trotzdem heute Abend dann beim Dennis zu sein, den habe ich jetzt lange noch nicht gesehen und ja, die Vorfreude, die trügt dann so ein bisschen jetzt die Hin- und Hergefahr. Du möchtest auch langsam auf den Ziehen. Ich habe mich einmal aufzumaschen. Oh, 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 oh. Ah, doch ein LKW. Wir sind jetzt gleich machtlos. So die Zukunft der Welt besprochen. Was ist jetzt so rausgekommen bei euch? Sehr ruhig, weil ich. Aber es gibt doch bestimmt auch irgendwie ein Zwischenfazit. Es kann nicht stimmen. Es stimmt einfach alles. Ich habe es da immer gesagt. Ich steige jetzt in die futuristische Toilette, die ich jemals gesehen habe, so am Bahnhof, äh, am Autobahn und so weiter. Parkplatz. Habt ihr es schon mal gesehen? Alles UFO. Angefangen von Chemnitz, gestern mit diesem Astronautendeckel bis hin zu den Wolken, die wie UFOs aussehen. Und jetzt Toiletten, wie viele UFOs aussehen. Alles ein Zeichen der UFOs. Yeah. Wuhu. Sehr geil. Ja, und dann sind wir abends total entkräftet beim Dennis angekommen, haben uns dann hingelegt. Und ja, es zeigt sich aber einmal mehr, wenn man so gemeinsam so eine Aufgabe oder so eine stressige Situation sich entgegenstellt und bewältigt, dann ist das gar nicht so stressig, sondern dann ist das auch schön. Und daher möchte ich euch heute den Tag entlassen mit dem Wunsch, dass ihr irgendwie, wenn ihr Stress habt oder wenn ihr eine Aufgabe zu bewältigen habt, das gemeinsam mit dem anderen macht. Und dann wird alles viel, viel einfacher. Und Herausforderungen werden sowas wunderschön. Ich liebe euch alle und wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian. Wir fahren jetzt zum Potluck und ja, würde sagen, es ist leicht gefüllt hier. Lächelt mal alle. Hallo. Ich nehme nämlich noch Platz im Auto. Ja. Und der einzige Platz, der noch halbwegs frei ist, ist der Fahrer. Und der Fahrer muss ja auch Platz sein. Bei mir ist ja hier bis zum Dings nicht mehr viel. Also viel weniger Platz geht nicht und jetzt geht es zum Rohkostpotlack und das Wetter ist gigantisch. Das könnte gigantischer gar nicht sein. Ihr seht das hier. Mitten im Regen fahren wir jetzt zum Rohkostcamp. Yeah. Jetzt sind wir hier am Zeltplatz angekommen, bauen jetzt die Zelte auf, regengeschützt. Hier ist Kjara gerade am Zelt aufbauen. Da drüben, die Krametels haben wir ein Zelt aufgebaut. Mein Zelt steht auch schon. Genau, und das ist halt sozusagen, wo das Rohkostcamp stattfinden wird. Da hinten ist noch eine kleine, wo man unterstehen kann. Nicht so in den Boden, sondern immer so schräg. So, wir haben gerade alles ausgepackt, was die Leute hier mitgebracht haben. Überall, da drüben. Gärtner für die Küche, die wir nicht benutzen dürfen. Und bei mir gibt es jetzt Apfelmus und ich habe da so Harp und Müsli reingetan in meiner neuen Schüssel. Wow, it's good. Yeah. Und nun holen wir Feuerholz. Das ist Sven Rohhaug, der hier einfach mal die Bäume klein macht. Yeah. Das ist Rohkostcamp. Mittlerweile sind es ein paar mehr Zelte geworden hier auf dem Rohkostcamp. Regen hat aufgehört. Und es ist so ein geiles Behörd hier. Aber gerade Holz hacken. Einfach nur geil. Einfach nur geil hätte es sein. Es gibt ein Ritual. Ich habe es leider vergessen, wie es heißt. Stefanie, magst du nochmal sagen, wie das Ritual heißt? Atme Vodra. Okay. Gut, danke. Das Mantra geht. Ja, das war dann der erste Abend. Auf dem Rohkostcamp. Und ja, einfach wunderschön. Viele, viele nette Menschen. Und auch eine Sache ist mal zur Sprache gekommen, die ich sehr, sehr wichtig finde und die ich mit euch teilen möchte. Und zwar geht es um die Sache, dieses Klatschen und Tratschen über andere Menschen. Ich denke, das ist eines der Grundprobleme, die wir in unserer Gesellschaft haben. Dass über andere Menschen schlecht geredet wird, während sie nicht da sind. Und man kann uns eigentlich gar keinen Vorwurf machen. Zumindest denjenigen, die das noch tun. Weil das ist konditioniert. Wir haben jetzt gelernt, dass Papa und Mama, wo wir Kinder waren, über andere geredet haben. Und auch über andere schlecht geredet haben. Und haben das quasi, ja, gelernt, dass das normal ist. Und genauso in der Schule, wenn der Klassenkamerad dann irgendwie nicht zugegen war, haben die anderen dann über den Klassenkameraden schlecht geredet. Und so hat sich das immer weitergezogen. Aber ich habe schon seit ein paar Jahren, und ich habe auch schon mal ein Video gemacht. Ich kann das nicht verlinken, weil ich jetzt, wie gesagt, unterwegs bin. Aber ihr könnt es vielleicht auf meinem Kanal suchen. Ja, wo ich die Problematik schon mal detaillierter angesprochen habe. Heute geht es nur darum, noch mal ein bisschen Bewusstheit zu schärfen. Und zwar, dass wenn Menschen nicht zugegen sind und sozusagen, ja, keine objektivere Meinung zu einem Themengebiet gewährleistet ist, weil derjenige sich selber nicht äußern kann dazu. Sondern irgendein anderer redet über ihn schlecht. Und da können Ängste eine Rolle spielen. Da können schlechte Erfahrungen eine Rolle spielen. Da kann so viel eine Rolle spielen, was diese Meinung trübt. Und da man ja generell als Mensch immer geneigt ist, den anderen Menschen zuzustimmen, stimmt man dann zu, nickt und sagt, ja, das reicht, das ist schlecht. Und das ist aber nur eine Facette der anderen Person. Und entsprechend, ja, gibt es kein komplettes Bild ab über die andere Person. Und es bildet sich einfach was, was nicht schön ist in deinem Körper. Es wird was Negatives, ihr begegnet dann der anderen Person, seid voreingenommen. Und, ja, und die Thematik hatten wir heute mal besprochen am Feuer. Und ich finde es auch sehr gut, dass es hier auch so ist, dass, ja, nicht über andere Menschen in irgendeiner Weise negativ geredet wird. Sondern, dass man halt wirklich, ja, einfach entweder gar nicht über andere redet. Und wenn man drüber redet, dass man das halt versucht, objektiv und mit schönen Mindset zu machen. Fand ich sehr, sehr angenehm. Ja, das war jetzt sozusagen der erste Tag hier auf dem Rockhorst-Camp. Gesundheitlich geht es mir immer, immer besser. Meine Blase ist fast komplett ausgeheilt. Und ich könnte mit Sicherheit jetzt schon, ja, das Rockhorst-Camp verlassen und weiter wandern. Ich werde natürlich das Rockhorst-Camp hier voll mitnehmen. Ich werde vielleicht jeden Tag ein paar kleine Eindrücke für euch sammeln. Ansonsten, ja, nehme ich eines der vorproduzierten Videos, die ihr seht. Aber ich denke mal, ich werde hier ein paar Eindrücke sammeln, auch wenn es nicht so lang und so viel ist. Aber einfach, dass ihr weiter live dabei sein könnt. Und dann werde ich hier in der Eifel quasi weiter wandern. Ich weiß noch nicht, wo es hingeht. Aller Voraussicht nach so Richtung Ruhrgebiet. So erstmal Köln und dann Borum-Essen. Ja, so die Richtung wahrscheinlich. Ja, und dann splittert es jetzt entweder, ich gehe rüber nach Amsterdam oder, ja, hoch Nordsee-Ostsee oder halt rüber nach Hannover. Keine Ahnung. Mal sehen. Ich will da auch nicht planen. Er bleibt auf jeden Fall weiter auf dem Laufenden und wir sehen uns. Sechs Uhr morgens. Und, ja, auf dem Rohkostkampf ist es schon wach. Gestern war ja den ganzen Tag verregnet. Mal sehen, wie es heute aussieht. Mal gespannt. Ich denke mal, es wird es schöner vom Wetter her. Oder noch mal passender, dass man draußen ein bisschen mehr sitzen kann, sinken kann. Einfach schöner Morgen. Ich freue mich auf den Tag. Yeah. Ja, ist drauf stehen oder? Dann ist der lebensmüde. Schon gut, dass man zu sehen hat, ob die nicht bricht oder sowas. So, das ist jetzt hier so ein bisschen improvisiertes Mahl. Das ist Apfelmus und da ist jetzt so ein Müsli drin oder sowas. Das ist mir im Geben hat so ein, einfach so, ja, Energie halt auf jeden Fall. Ganz einfach zubereitet. Und in der geilsten Schüttel der Welt von meiner lieben Ming. Also wo ist das rausbeut? Wo ist das rausbeut? Hier ist das rausbeut. Yeah. Sehr geil. Jetzt wird es potluck zubereitet. Das sind dann das, was ich und Gina und Kira da eingestellt haben. Mangos und Milo. Und jetzt sind alle und hier der bereitet so seine Sachen zu. Der Julia schnallt gerade Knoblauch. Uh, lecker. Mmh. Der Benni, ach ne, die Benjamine, die hat hier einen riefengeilen Salat gemacht. Das ist ein sehr milder, mit leichtem Chili-Geschmack. Das ist ein scharfer Salat mit Chili und Tomate, Avocado und Kupfla. Okay, und das ist nicht so scharfer Salat? Nee, das ist Alge, Buchweizen, Tomate und Kurze. Okay, dann gucken wir mal, ob der Scharfer Salat darüber geschaut hat, dass ihr da noch ein Blödsinn erzählt habt. Jetzt brennt's. Ist das mehr Rettig? Äh, Chili-Pulver und frisches Chili. Mmh. Kommt so eine leichte Schere durch. Ist ja angenehm. Und das hast du dir auch hier leid. Und das gibt's jetzt Gurkenwasser. Das ist ein Chili. Chiliwasser, das hat alles da reingesteckt, sodass wir jetzt nur noch hier raus. Schönes Chiliwasser, kann man schön sehen von unten. Uh, uh. Schönen Chilis drin mit heißem Wasser. Ja, und draußen ist das geile Wetter. Und das ist jetzt, nachdem es gestern so verregnet war, ist jetzt, uh. Uh, einfach nur geil. So, jetzt sind wir am Samstag, es ist Potluck-Zeit. Jeder hat hier so ein bisschen was gemacht, versucht irgendwie spontan was mitzubringen. Und trotzdem sind hier doch einige Sachen entstanden. Obwohl man eigentlich hier gar keine große Möglichkeit hatte, was hier zu machen. Aber, einfach doch. Na klar. Sehr geil. Ja, das hat nix. Ja, aber, ach so, ähm. Ja. Ja, das ist besser. Das ist ein Abwagschlag, ne? Ja, man, genau. Ja, ey, ihr könnt vielleicht mit dem Handy oder so. So, jetzt ist ja der Obstmann, also Bio-Obst. Leider keine exotischen Früchte, bis auf Cherry-Moya und Kokosnuss. Aber, ich hätte ein bisschen gehofft, dass vielleicht Jackfurt dabei ist. Na ja, der ist jetzt hier ran gefahren und ich habe mir hier drei Bananen geholt für 75 Cent, Bio-Bananen und finde eigentlich, weil es reife Bananen sind und ich auf meiner Wanderung kaum reife Bananen bekomme, bin eigentlich da ganz zufrieden damit. Und dann öffnet man dann eine Kokosnuss, einfach mit der Axt. Unspektakulär. Ja, es ging doch aber wenig Zeugs drin. Ja, ne? Das ist die liebe Stefanie. Die liebe Stefanie macht, wenn ich das richtig im Ohr habe, Gestaltungstherapie, also das Wort. Und ich war sehr überrascht. Ich habe bei ihr sozusagen wegen meinen Hüftproblemen einfach mal angefragt, ob sie da mit mir auch so eine, was auch immer das für eine Therapie ist. Sie hat übrigens einen eigenen YouTube-Kanal, den verlinke ich euch unten. Und ja, wir haben das einfach gemacht. Wir haben dann so eine Art Familienaufstellung gemacht und es war für mich unglaublich, dass tatsächlich Sachen, wovon ich ausgegangen bin, dass diese, ja jetzt nicht die großen Emotionen in mir hervorrufen, dass diese tatsächlich in irgendeiner Weise aufgearbeitet werden mussten. Beziehungsweise, sagen wir das mal ganz, ganz einfach ausgedrückt. Ich habe geheult wie ein Schlosshund und ja, konnte teilweise nicht stehen, bin zusammengebrochen. Ja, von Sachen, von bei Dingen, wo ich gedacht habe, ja, ist halt so. Das heißt, da ist noch einiges im Magen und wir haben da hoffentlich einiges ausgelöst. Ich weiß nicht, ob die Hüftprobleme jetzt dadurch weg sind, das kann ich mir nicht vorstellen, weil es ist eine Fehlstellung der Hüfte. Aber ja, wir haben daran gearbeitet und ich war total positiv überrascht von so etwas, weil ich bin immer sehr, sehr skeptisch, was die spirituellen Heilungen angeht und so weiter. Ich weiß auch nicht, ob ich geheilt worden bin, aber ich habe zumindest die Erkenntnis, dass ich nicht ehrlich zu mir selber gewesen bin oder das falsch gesehen habe, dass gewisse Dinge halt tatsächlich noch große Emotionen in mir hervorrufen, wovon ich nicht mehr gedacht habe, dass sie es tun. Und da möchte ich an dieser Stelle einfach mal der Stefanie ein riesen, riesen Dankeschön aussprechen. Und ja, als so kleine Energieausgleich verlinke ich halt eben den YouTube-Kanal, wenn einer von euch da bei der Stefanie mal vorbeischauen wollen würde. Da würde ich mich persönlich freuen, Stefanie auch. Und wie gesagt, das ist nicht nur im Interesse von der Stefanie, sondern wahrscheinlich könnte das auch in eurem Interesse sein. Weil was Stefanie geleistet hat bei mir, das war schon bemerkenswert. Hier wird die Reste von Durian werden hier genommen. Der große Patrick Schrobach vom Rohregal am Limit hat hier mit Durian die Reste fallen lassen. Die Arsgeier. Das ist jetzt für das kleine Feuerchen, was wir heute machen. Brandmeister Sven Rohak, der freut sich schon, tendenziell. Und ja, das wird heute O-Ton Sven, ein episches Feuerwerk. So, wir sind jetzt hier morgens am Feuer. Die Kläferen haben direkt mit dem Schlafsack am Feuer geschlafen. Das war die wärmste Stelle. Ansonsten war es der Nachbar auch wieder recht kalt. Aber mein Schlafsack hat eigentlich ganz gut gehalten. Aber die Sonne kommt und wärmt uns alle. Ja, und das Wetter kann nicht nur Holz hacken, sondern wir können auch Wunder über die Laut spielen. Wir sind schon wieder am Morgen. Und ja, langsam kommen die Leute aus den Zelten. Sie setzen sich hin ans Lagerfeuer, was die ganze Nacht gebrannt hat. Unterhalten sich ein bisschen. Einfach nur wunderschön. Heute soll es auch nicht regnen. Einfach ein schöner Tag unter Freunden. Liebe Gespräche, Umarmung, Fertigkeiten. Schönes Wetter. Was will man mehr? Auf dem Rohkostcamp. Und hier neben mir ist der Ölfgin. Das ist jemand, der jetzt schon beim Euskirchener Rohkostportlack das zweite Mal dabei ist? Oder das dritte Mal? Das zweite Mal. Das zweite Mal. Und das ist ein total lieber, warmherziger Mensch, der ja genauso ins Leipziger Rohkostportlack passen würde, wie auch alle anderen hier in Ölfgin. Und das halt so schön zu sehen, dass hier in anderen Städten, in anderen, wirklich anderen Regionen schon, dass da genauso viele liebe Menschen da sind. Und deswegen habe ich mich einfach mal geschnappt und habe mich mal ein bisschen mit ihm unterhalten. Warum bist du hier? Warum ich hier bin? Meine Seele schreit nach euch. Ja, Mann. Was anderes kann ich nicht dazu sagen. Du bist ja das zweite Mal hier, wo du das erste Mal da gewesen bist, beim letzten Rohkostportlack. Da traue ich ja nicht dabei, hier in Euskirchen. Wie war das für dich, diese Menschen zu sehen und in erster Instanz? Unbeschreiblich einfach. Da gibt es keine Worte dafür. Ich hatte Gänsehaut vom ersten Moment an, wo ich dort ankam. Die sind alle einfach aufgesprungen, zu mir gekommen, haben mich so herzlich begrüßt. Da gibt es einfach keine Worte dafür. So wie die Sonne scheint, so haben die mich begrüßt, du. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, und du kommst, kommst du hier aus der Region? Aus Wiesbaden. Wie alt ist das? Zwei Stunden. Zwei Stunden? Fährst du da mit einem BlaBlaCar oder Busauto? Ja, am liebsten so, so wie es am günstigsten ist. Ja, denke ich. Und ich will auch lernen, zu trampen und so. Es soll voll viel Spaß machen. Hab ich selber noch nicht gemacht. Kommst du vielleicht noch auf mich zu? Ja. Da kannst du mir keine Tipps geben, aber da muss ich mal gucken. Ich bin mit Marlon, war gestern da. Der hat ja schon ganz schön getrampt. Ja. Als Mann ist das, glaube ich, immer so ein bisschen ein Problem. Ja. Ja, naja, mal gucken. Gestern das Feuer mit dem Zen, das war ja gigantisch, ne? Diese Stämme, das hat dich gekriegt. Ja, voll, ja. Das war super schön. Das hat dich leider nicht so auf Video gebannt, wie es war, aber das war wirklich. Aber das war wirklich die kindliche Freude von den Menschen. Der eine, da hat sich so eine Drohne gehabt, das war der Patrick. Ja. Und hat dann wieder diese Drohne gemacht und leuchtende Kinderaugen. Der andere hat Holz gefällt und das waren da, die leuchtenden Kinderaugen. Und so hat jeder hier seine Begeisterung von irgendwelchen Dingen und alle sind am Lachen und Liebe teilen. Und es wird sich gedrückt, es wird sich geherzt und ja, einfach ohne Grenzen. Das ist halt so unbeschreiblich. Und ich weiß nicht, bleibst du heute noch hier, oder? Ja, ich bleibe noch hier. Bleibst du hier? Weil manche haben wir überlegt, eventuell sogar das zu verlängern und morgen noch da zu bleiben. Also heute übernachten. Und ja, ich glaube, ich werde mich auch anschließen. Ja, ziemlich geil. Ja, auf ihn. Man überlegt ja so, was gibt es vom Grund, hier wegzugehen? Und da fallen einem nicht so viele ein. Ja, fast gar keine so. Ja. Und die einen, die einen einfallen, die vielleicht Verpflichtungen sind, wie jetzt Job oder Ausbildung oder sowas, die sind da irgendwie unbefriedigend, wenn man dann jetzt hier die Zeit sieht und miteinander verbringt. Und wie sieht das bei dir aus? Hast du da Lust auch bei dir, sagen wir mal, zwei Stunden Wiesbaden, direkt in einer unmittelbaren Umgebung, denkst du, dass es da auch sowas funktionieren würde oder dass du da zusammentrommeln kannst, wo dann wieder was entsteht oder so? Weil so ist ja Dennis entstanden. Ja. Aber Leipzig und das Geil hat das bei sich einfach gemacht. Ja, voll. Ja. Ja, also ich bin mir da eigentlich auch schon ziemlich sicher, dass das genauso zustande kommen wird und ich glaube auch daran, dass die Welt momentan voll im Wandel ist und man spürt das auch voll so, ne, so auf jeden Fall, so zum Beispiel bei Rewe und so, die Tüten werden so irgendwie organisch jetzt, da gibt es kein Plastik mehr und immer mehr Bio. Stimmt, bei Netto auch, ja. Ja, ja, ja. Das denke ich auch und das ist, glaube ich, eine Message, die wir auch ruhig mal raussenden können, alles wird gut, alles ist gut und alles wird noch besser. Ja, Mann, genau. Okay, wir feiern jetzt weiter, was heißt feiern, wir tun uns weiter hier, kuscheln in der Sonne, umhertreiben und ja, und senden euch alles Liebe. Ja. Gut. Ciao. Ja, Mann, cool. Aber danke schön. Ja, Mann, cool. So, wir sind hier auf dem Rohkostcamp und ja, wieder mal mit Sven, der kennt ihr ja schon, wir haben ja schon mal Interview gemacht, was ziemlich konträr ankam, weil der beim Fleischkonsum, der die Einstellung vertritt mit Fleisch, machen wir heute nicht, aber deswegen kennt ihr ihn schon. Und ich finde Sven einen sehr, sehr faszinierenden Männchen, weil einerseits ist er so die typisch männliche Urgewalt, ihr habt euch das Holzfäller-Video schon gesehen, wenn ihr das jetzt hier lest, hört. Und andererseits bist du an der Laute total sensibel und spielst total feinfühlig und das ist halt ja total faszinierend, dass du so diese beiden Seiten in dir vereinen kannst. Und ich denke, jeder hat von uns auch beide Seiten in dir. Einmal dieses archaische Fleisch, diese Urgewalt und dann hat es aber auch die Sensibilität und die Feinfühligkeit. Und das ist das, was mir an dir sehr, sehr gut gefällt. Das wollte ich nochmal vorausschicken. Ja. Und dann haben wir jetzt auch, wenn wir am Lagerfeuer sitzen, dann reden wir auch viel über Gesundheit und so. Sven hat dir ein neues Buch geschrieben, Leitlinien der alternativen Krebsbehandlung. Meine Zuschauer sind relativ kritisch und möchten auch die Quellenangaben haben. Und es gibt ja viele Kanäle, die sagen, ja alles Böse, wir werden manipuliert und so weiter. Und ich habe das erstmal, wo ich gehöre, Leitlinien der alternativen Krebsbehandlung, so ein bisschen skeptisch gesehen. Und er gleich, das sind Quellen, das ist wissenschaftliche Arbeiten so. Und er hat es gleich mitgehabt und da habe ich mal durchgeguckt und tatsächlich alles, was er schreibt, ist wissenschaftlich belegt. Ich habe natürlich jetzt nicht alle Quellen geprüft oder sowas, aber das sieht echt gut aus. Und was ich auch gut finde, er stellt so ein bisschen gegenüber einerseits, was die Empfehlungen jetzt sind, sozusagen für die Krebsbehandlung und dann, was er daraus ableitet als Alternativen. Die Frage ist natürlich, wie bist du darauf gekommen? Warum fühlst du dich bemüßigt, die Krebsbehandlung? Weil das ein riesiges Feld ist, als Privatperson halt so detailliert in der wissenschaftlichen Arbeit für dich, ja, dann niederzuschreiben. Und was war die Motivation? Hast du irgendwie einen Krebsfall gehabt, wo jemand gestorben ist und du sagst, hey, es hätte besser gehen können? Oder ist das einfach eine allgemeine Überlegung? Ich kenne mich einfach gut aus, in dem alternativen Bereich. Ich kenne mich einfach gut aus, ja. Als Erfahrung, weil du jetzt nicht viel sprichst oder aus Recherde? Weil ich viel in dem Bereich gelesen habe. Und da ist mir halt oft gefallen, dass da halt wenige Sachen, die da von der Wissenschaft gesagt haben, halt keine Kreisangaben haben. Das ist tatsächlich so. Man denkt immer, wenn Institute, und du hattest ja mal so einen offenen Brief geschrieben bei Facebook, dass wenn Institute was veröffentlichen, dass da teilweise nicht fundierte Sachen drinstehen. Und man glaubt dann, weil es ein Institut für irgendwas ist oder irgendwie so eine öffentliche Instanz, dass das dann automatisch irgendwie recherchiert ist. Und du hast dann halt gezeigt mit dem Brief, dass da vieles, ja, einfach wirklich nicht recherchiert ist. Und hinter diesen Instituten stehen auch nur Menschen. Und die müssen irgendwelche Mitteilungen oder Empfehlungen rausgeben. Und je nachdem, wie gearbeitet wird, und gerade im öffentlichen Dienst kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ist die Arbeitsmoral nicht unbedingt so idealistisch, kommt dann sowas dann oft dabei raus. Und die Menschen werden dann nicht beeinflusst von den öffentlichen Instituten. Und da hast du ja mit deinem Brief ja wirklich die Schwachstellen aufgezeigt. Also, wenn er auf seinem Facebook-Profil guckt, da ist der Brief auch öffentlich da, den er geschickt hat. Und das fand ich schon interessant. Und ja, und das Buch halt jetzt, ich werde euch das auch unten bei Amazon verlinken. Was kostet das? 10 Euro. Perfekt, ja, also 10 Euro. Und das ist ein richtiges Buch. Muss man auch mal dazu sagen, Zeiten von E-Book. Obwohl, E-Book, ich hab's ausgerechnet, ist besser. Also ökologisch sinnvoller. Ja, durchaus, genau. Könnte sein, ja. Aber, ich meine, viele mögen einfach so das Buch. Und es muss nicht jeder perfekt sein und alles ökologisch perfekt machen. Und von daher, ja. Was hältst du dich für ein Rockhaus-Camp? Sehr schön. Ja? Super, ja. Schönes Feuer gemacht. Ja, ja. Sehr schönes Feuer. Und du bist auch derjenige, dass du ein bisschen, was das Feuer oder die Struktur angeht, gerade am Anfang, im strömenden Regen, das Tarte aufgebaut hat, die Plane und so weiter. Also ich glaube, ohne dich, ja, hätte ich ja viel gefehlt. Also das wirklich. Gestern wirklich zwei Stunden mit Konstantin zusammen, muss man dann auch dazu sagen, der es dann angeschlossen hat, da Holz gehackt und... Eine Stunde war das. Eine Stunde, okay. Aber es war so viel Holz. Also das war richtiges Eichenholz. Und ja, ihr habt das Video vielleicht gesehen. Das Feuer, also episch. Ja. Und ja, was ist mir der Eindruck von den Menschen und von den Menschen, mit denen vielleicht sonst Kontakt hat? Ist das dasselbe? Oder wie bist du eigentlich so irgendwie... Bist du eher für dich alleine so, dass du umherziehst? Oder hast du auch noch Kontakt zu, ich sag mal, der normalen Gesellschaft? Weil du wirkst hier sehr urig und du weißt sehr viel. Wie ist das bei dir? So im alltäglichen Leben, wie muss man sich das vorstellen? Ich bin halt öfters mal auf dem Bauernhof, mal bei den Freunden. Ja. Klar, ich bin im Leben irgendwo umgekehrt. Ja. Okay. Naja. Gut. Ja, also wenn ihr Interesse habt, schaut da mal rein. Wie gesagt, ich habe da jetzt heute mal reingelesen. Grundsätzlich kann sie sagen, erstens die Empfehlung, was derzeit uns suggeriert wird, wie man Krebs behandeln soll. Dann seine Alternativen. Und dann halt auch noch ein paar praktische Tipps, Sprossen ziehen und so weiter. Also für 10 Euro denke ich mal, dass man nicht so viel falsch machen kann. Weil zumindest hat man Input und kann darüber selber reflektieren. Ich hoffe, da regst du auch dazu an, dass die Menschen selbstständig auch darüber nachdenken. Auch das, was du sagst. Dass das nicht blind übernehmen. Vor allen Dingen, das ist ja schon... Es geht vor allen Dingen auch darum, dass die Medizin da praktisch neue Impulse da stärker aufnimmt. Das ist auf jeden Fall eine interessante Arbeit. Also es ist eine Facharbeit, in dem Bereich über alternative Krebsbehandlung, die da neutral vorgestellt werden. Mit alles, mit Quellen oder Publikationen. Ja. Ja. Sobald das auch. Gut. Dann lass uns einfach mal so stehen. Wir werden jetzt weiter zum Rockkostcamp gehen. Es gibt bald Frühstück. Also macht's gut. Tschüssi. Dann haben wir einen Fliegenfinger. Wir haben extra hierhergestellt, weil der fängt die Fliegen. Weißt du das? Das ist ein Fliegenfinger, den Herr Dennis gepackt. So. Das Feld lichtet sich langsam. Die ersten Zelte werden abgebaut. Aber einige haben sich dazu entschlossen. Inklusive meine Person. Auch das noch zu verlängern. Das Rockkostcamp quasi um einen Tag. Und ja. Sodass es dann erst am Montag beendet ist. Und dann werde ich wahrscheinlich bei Dennis noch einen Tag bleiben. Und dann weiter wandern. Zumindest statt jetzt. Ich bin jetzt nochmal an den See gegangen. Richtig geile Atmosphäre hier. Wir sind ungefähr jetzt noch zwölf Leute. Im Rockkostcamp. Und machen so eine Art Chillout. Das ist einfach nur. Geile Zeit. So. Das letzte gemeinsame Feuer hier. Nochmal Rockkostcampfeeling nach einem perfekten Tag. Das war einfach geil. Ciao. Heute Nacht hat sich ein Drama ereignet. Hier von dem Feuer ist was hier hochgesprungen. Auf den Schlafsack von der Jenny. Man sieht das hier in einem anderen Loch. Und ja. Da war so ein richtig großes Stück was da abgefallen ist. So groß wie das hier. Und das lag hier drauf. Und ja. Das hat sich dann so langsam in Jennys Körper brennen wollen. Aber da war der Lebensretter. Da drüben. Jacqueline. Die ist über das Feuer gesprungen. Und hat mit ihren bloßen Händen dieses Holzstück hier wieder da rein gemacht. Und hat so ein Leben gerettet. Und das Leben von der Jenny. Yeah. Ja. Ja. Da sind hier so die letzten Ausläufer. Die Leute bauen jetzt ihre Zelte ab langsam. Aber ich weiß nicht ob das alles rein... Die Leute bauen jetzt langsam ihre Zelte ab. Das ist jetzt eine Videodokumentation darüber für die Leute die immer mit ihrem Wurfzelt angeben wenn sie es hinbauen. Das muss nämlich auch wieder zusammengebaut werden. Was ist die Anna? Anna ist 19 Jahre alt. Anna steht vor einem Wurfzelt. So. Dann schauen wir mal. Das ist die erste Stube. Ausreden finden. Ja. So ist es dann eben. Hm. Ja. Das sieht schön so aus als könnte das so... Aber... Da fehlt noch irgendwie so ein Dreh. Ich muss fairerweise sagen das ist ja nicht Annas Zelt. Sondern das ist das Zelt von Chris und von Anna. Das ist doch Annas Zelt. Nee. Helfen ist nicht. Das soll doch eine Dokumentation werden. Da würde ich doch meine Zuschauer betrügen wenn ich dir jetzt helfe. Das können wir nicht machen. Aber das sieht doch schon sehr gut aus. Kannst du dir hinten noch ein bisschen weiter höher machen, dass ich das Publikum sörge. Ja. Aber sieht schon gut aus. Wirklich Anna. Echt. Du musst jetzt bloß noch sozusagen dass der Ring über den Ring liegt. Vielleicht gibt es dabei ein... Jetzt wird es wieder groß. Vielleicht gibt es da bei YouTube ein Tutorial. Oder wir schlafen einfach noch eine Nacht in dem Zelt. Ist auch eine Option. Immer gern genommen. Ja. Jetzt film ich dich mal Christian. Nee. Ich habe keine Ahnung. Ich würde mir nie ein Wurfzelt kaufen. Niemals. Ich weiß. Ich weiß. Achso. Deswegen du bist ja auch nicht schuldig. Aber es ist halt schön jemanden zu sehen der versucht dieses Wurfzelt zusammenzubauen. Ja. Das freut mich. Na gut komm ich probier es mal. Ich weiß aber ich weiß ja nicht mal theoretisch wie es aussieht. Aber schön filmen. Also das ist top. Ich habe es ja noch nie gesehen. Also du hast ja schon mal irgendwie... Ja und jetzt musst du es so hoch stellen und dann irgendwie... Äh. 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 Naja. Ja. 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 Dass der Bändel da wo da an der Seite hängt oder dieses. Das kann man drum rum spannen. Ähm. Dieses Band da. Ja dieses. Das. Das. So oder? Nein. Das da. Ja. Muss man... Gut rum. Wir filmen weiter. Geh weg. So. So. Leute. So einfach geht das. Ich will halt nicht jetzt irgendwie geschlechterspezifisch diskriminieren. Aber ich habe mal nie ein Wurfzelt zusammengebaut. Aber das war halt einfach so total easy. Also. Ja das hast du auch super schön gemacht. Also wenn man das jetzt noch in diese Tasche versuchen zu machen würde. Ja ne das ist ja nur eine Formsache. Das ist Deko. Deko das ist dann eher so nicht mein Metier. Cool. Ah sehr geil. So jetzt ist das Festival. Festival sag ich schon. Das Camp. Rokos Camp vorbei. Und ja. Jetzt haben wir jetzt noch 6 Mann. Also ich und die 5 jungen Damen hier dazu entschieden. Dass wir jetzt noch veganes Eis in Euskirchen essen. Was leider ich nicht auf dem Video gebannt habe. Was richtig geil war. Am Ende bevor wir gegangen sind haben wir alle nochmal so eine halbe Stunde getanzt. In der Mitte halt so eine kleine Box hingestellt. Und so richtig geil. Ja auch habe ich nicht dran gedacht das aufzunehmen. Aber stellt euch einfach vor das Ende des Rokos Camps war einfach episch. Ja jetzt gehen wir halt veganes Eis in Euskirchen. Ja ich werde die Videos für euch jetzt alle hochladen beim Dennis. Das sind halt 4-5 Stück damit es weiter so täglich bleibt. Und ja und dann werden wir gucken was der Tag noch bringt. Ob er noch was bringt. Und er bleibt auf jeden Fall auf den Laufenden. So und wir sind jetzt hier angekommen. In einem thailändischen Restaurant. In dem es auch vegane Gerüchte gibt. Und ja jetzt geben wir uns mal was. Bevor es dann morgen wieder in der Wildnis geht. Mit der Wildnis kriegen. So und das Vorspeise haben wir alle hier solche Rollen. Beziehungsweise solche Reisrollen. Da haben wir alle die letzten Reisrollen. Hier. Ah hier sowas. Hier ist noch eine Reisrolle halb. Genau. Die hat schon gezeigt. Und das ist jetzt die Vorspeise. So jetzt gucken. Das ist jetzt ein Zaubertrick. Das ist eine Soja-Soja. Das ist eine Soja-Soja. Jetzt machst du den Zaubertrick ein bisschen weiter weg. Das ist Soja. So. Und die Reisnudeln mit Chili-Soja. Das sieht ziemlich geil aus muss man ganz ehrlich eingestehen. So und na mal sehen was man hier hat. Und bei Klara und bei Jen. So. Und das ist das was ich bekomme. Die Portion ist leider Kindergott und Größe. Aber das ist halt immer so. Auf jeden Fall ist das Gemüse, Reis und einen kleinen Salat. Clara hat es auch bekommen und Jenny auch. Es ist noch nicht da. Aber Jenny ist ein Außerirdischer. Ja, das Rokos-Camp ist jetzt vorbei. Wahrscheinlich ein großer Akt für dich. Du hast ja vorher Gäste gehabt, du hast das Rokos-Camp an sich organisieren müssen und die ganze Verantwortung, die damit einhergeht. Und du hast jetzt danach immer noch Gäste. Wie fühlst du dich? Wunderbar. Es sind traumhaft schöne Gäste. Es war ein traumhaft schönes Camp. Es war alles viel einfacher als gedacht und immer wieder gern. Das Rokos-Camp, im Gegensatz zum Rokos-Potluck, wie war das für dich vom Gefühl her? Ich hatte das Gefühl, dass das Rokos-Camp irgendwie noch ein Stück intensiver war. Es hat sich näher, aber auch die persönliche Entwicklung der einzelnen Menschen innerhalb der Zeit war teilweise als Urlaubwürden persönlich einzugehen, aber schon echt radikal. Auf dem Potluck entwickeln die Menschen sich auch schon enorm, aber so ein Camp hat da glaube ich echt nochmal ein Stück weit drauf gelegt, weil die Leute nochmal ein bisschen mehr Zeit hatten, sich kennenzulernen, sich zu öffnen, sich auf Dinge einzulassen, sich an Dinge zu gewöhnen. Es war wieder so ein mega tolles Gemeinschaftsgefühl. Es ist einfach wirklich unbeschreiblich. Gab es irgendwie so ein absolutes Highlight innerhalb Rokos-Camp, wo du gesagt hast, das war so richtig geil. Es war alles geil wahrscheinlich, aber das eine war so richtig geil. Fällt mir eigentlich nur der Sven ein. Der Sven ist einfach der geilste überhaupt. Der hat sich ums Feuer gekümmert, der ist in dem Wald stundenlang hacken gegangen und hat sich dann ein paar Leute geholt um Holz zu sammeln. Im Allgemeinen war einfach alles toll. Es waren Vorträge da, wir haben Circle Singing gemacht, wir haben in Kreisen gesessen und miteinander gesprochen, abwechselnd. Das war einfach, das Ganze war ein Highlight. Das Ganze. Also ich muss auch sagen, das war schon ziemlich geil, vor allem weil die Leute, also ich vergleiche das jetzt nicht, also ein Rohkost-Potluck ist für mich nicht so ein fairer Vergleich, weil du hast einfach längere Zeit. Aber ich vergleiche das eher so mit der Erfahrung, die ich kürzlich gemacht habe in diesem Rainbow Camp. Und da muss ich sagen, war halt das Schöne an unserem Rohkost-Potluck, dass wir, was auch die Ernährung angeht, auch noch so ein bisschen auf einem Level waren. Gerade was, sagen wir mal, das Vegan angeht und so weiter, dass das halt, ja, dann noch intensiver eigentlich gewesen ist, als so ein Rainbow. Andererseits war natürlich wieder, du hattest da doch diese Toiletten und die Duschen und so die ganzen Errungenschaften der Zivilisation, was das alles so ein bisschen von diesen Puristischen so ein bisschen wieder weggenommen hat. Weil du hattest theoretisch auch Strom, obwohl leider keiner einen Mixer mit hatte für einen Smoothie, das wäre so geil gewesen. Aber das ist halt das. Aber vom Gefühl her, die Menschen, wenn du da gesessen hast, und ich habe mir echt total, gerade abends dann so, wenn man das Feuer gesehen hat, wie so Familie gefühlt. Und jeder ist auch so rausgegangen und da auch, sagen wir mal, Menschen, die vielleicht sonst etwas reservierter sind, wie jetzt vielleicht der Joachim, also was die Intensität seiner Gefühle angeht, dann diesen Talking Circle, also wo wir dann so einen Stock und dann hat dann jeder, könnte sagen, was ihm auf dem Herzen liegt und dann ist das so rumgegangen und ja, wo er dann erzählt hat, dass es ihn so erinnert an seinen Pfadfinder, an seine Pfadfinderzeit und so weiter. Aber das war schon echt. Ja, was einige erzählt haben, war wirklich früher und immer. Es ist wirklich eine Familie, die immer größer wird. Es ist nicht einfach so ein Treffen, das kann man so gar nicht beschreiben. Es wächst von Mal zu Mal. Es wird immer eine größere Familie. Und das ist auch so, dass die zwar nur diesen einen Punkt haben und uns oft gefragt haben, Mensch, können wir nicht einfach ewig zusammenleben, als Gemeinschaft und so weiter. Klar, das ist natürlich eine Überlegung wert und du hast ja auch so Tendenzen, dass du eventuell dahingehend etwas abmahnen möchtest. Aber ich denke, du nimmst auch, wenn du jetzt an diesem Camp teilgenommen hast, du nimmst einfach so viel mit auch zu Hause, wo das weiterfruchtet und weiterfruchtet und das ist also nicht nur auf diese drei Tage oder vier Tage begrenzt, sondern das strömt halt aus. Und das strömt halt nicht nur auf die eigene Persönlichkeit aus, sondern auch schon auf andere. Das heißt, auch wenn wir das jetzt nicht quantifizieren können, das sind jetzt 13 oder wenn dann sagen wir, irgendwann 2000, es ist dann halt trotzdem, es strahlt aus. Ein Wahnsinnsimpuls, der gesetzt wurde. Ja. Das ist halt total fasziniert. Und nächstes Jahr, hast du ja schon überlegt, eventuell? Ich denke definitiv, kann man sagen, dass nächstes Jahr auf dem Zeitraum dann auf jeden Fall nochmal ein Camp stattfinden wird. Und dann mindestens eine Woche lang. Haben sich viele gewünscht. Viele konnten gar nicht loslassen. Gäste sind abgereist und wieder gekostet. Ja. Dann sind Gäste, die abgeholt werden sollten, einfach nicht mitgefahren, sondern sind geblieben. Und es war halt, ja. Man ist ja so ein Rohkostpotlack gewinnen, was schon ziemlich geil ist. Es ist einfach geil, es ist ein Tag gesinn, geil und so weiter. Aber halt durch die ganze Routine morgens, du lernst die Menschen ja auch immer morgens ganz anders kennen. Wenn sie sich aus ihrem Zelt schälen oder wenn sie sich da gelegen haben, du bist gerade neben denen aufgewacht oder so weiter, und sie schälen sich raus, du nimmst die so pur wahr, nicht immer um diese Fassade. Weil es gibt Menschen, du hast nicht böse gemeint, ich habe auch eine Fassade. Und bei mir ist das genauso, wenn ich einen Tag mit Menschen zusammen bin, dann bin ich auch häufig extrovertierter und ja, etwas aufgedrehter. Aber wenn ich dann eine Woche mit den Menschen zusammen gewesen bin, dann habe ich dann auch meine ruhigen Phasen. Und dann lernen mich die Menschen auch anders kennen. Und genauso, gerade zwei, drei, dann auch so eine ähnliche Entwicklung, wo man einfach total boah aufgedreht und dann bin ich schön geerdet, schön ruhig und ja, aber alles, denke ich, eine positive und angenehme Art, letztlich dann. Es ist keiner aus der Reihe getan. Es war wirklich alles, von hinten bis vorne, perfekt und harmonisch. Es ist wirklich, ja, alles perfekt gewesen. Naja, und eventuell hast du dir die Überlegungen dieses Jahr nochmal so spät. Ja, vielleicht, das weiß man noch nicht. Aber so, Ende des Sommers nochmal, in einer kleinen Runde, wenn Leute dabei sein wollen. Ja, aber als Anregung, die ich dir geben müsste, hat Chiara schon gesagt, eigentlich müssen wir jeden Tag mal gemeinsam mit Tanten machen. Ja, auf jeden Fall. Das war so geil. Das haben wir leider viel zu spät gemacht, erst am Abreisetag. Leider habe ich kein Video davon gemacht, du hast glaube ich auch nicht auf eigen. Es ist halt immer so geil. Irgendwie diese schöne, chillige Momente, und dann holst du dich die Kamera raus und... Manchmal machst du es, aber oftmals... Gar nicht alle Momente festhalten. Ja, ja. Und am letzten Tag haben wir einfach, glaube ich, keiner mehr gefilmt. Es sind noch so viele magische Dinge passiert. Ja. Aber es stimmt ja. Es war schön. Ja, das Video, das Video vom letzten Tag, aber ich habe am Anfang ein paar kleine Eindrücke gehabt und dann war es einfach nur, so, ja, der Sonne hat geschehen, alles so chillig, auf der Wiese gelegen und dann regelt noch ein bisschen, dann Toiletten sauber gemacht und ich habe mit dieser Hand, das war ein absoluter Mutbruch, mit dieser Hand, in das Pissoir rein gegriffen und diesen Stock, wo bestimmt mindestens 50 Leute drauf gepisst haben, in die Hand genommen und dann habe ich weggemacht. danach habe ich natürlich mit der Hand versucht, zu reinigen, aber es riecht, glaube ich, immer noch ein bisschen an. Ne, Quatsch. Aber, ja, wollte ich schon mal sehr erwähnt haben. Das war doch für viele Menschen dort auch Sachen, wo sie dann, und das nicht nur im Bereich der Organisatorik, sondern auch innerhalb von Gesprächen, so etwas aufgebrochen ist. Und gerade Stefanie, das kann man vielleicht auch mal erwähnen an der Stelle, hat da auch einen großen Anteil, der hat sich echt viel Zeit genommen, jeden Tag, so 2, 3, weiß ich nicht, Menschen da wirklich intensiv beraten, sie macht so Gestaltungstherapie, also Aufstellungen von Ahnen und Ideenaufstellungen. Ja, ja, genau sowas. Und ich habe euch ja schon in einem Video davon berichtet, bei mir auch Sachen aufgebrochen. Und das ist halt, ihr müsst euch das vorstellen, wenn ihr zu so einer Gemeinschaft, so einem Camp geht, dass manche sagen, okay, oh, das ist total egal, 5 Euro in der Nacht, dann haben wir 5 Euro in der Nacht und vielleicht Anreise und so weiter, oh, das ist so teuer und so weiter. Also davon, kriegt gerade Leute, die wirklich Therapien machen oder Bücher kaufen oder Selbstfindungen usw. Es ist so einfach wie Heilung passiert. Es passiert einfach in einer harmonischen Umgebung mit Menschen, die sich Zeit nehmen für den Anderen und Gespräche einfach führen. Und dadurch, entweder durch Spiegelung oder auch vielleicht durch interessante Gedanken eben dann dazu angeregt werden, also die Menschen, die irgendwelche Probleme haben, das zu verarbeiten. Oder sie verarbeiten das ganz selber. Sie spüren den Mut, in so einer Gruppe einfach Dinge rauszulassen. Das kann verbal sein, das kann mit Bewegungen sein, das kann auch mit gesprächen, also mit sinnhaften Gesprächen sein. mit verbal mein ich einfach so, dass man mal schreit oder das mal raus usw. oder dass man die ganze Zeit lacht, wie die Ärzte gehen am Anfang, so ein bisschen, einfach so diese Verarbeitung. Und da wurde keiner dumm angeguckt oder sonst was, da wird eventuell in den Arm genommen oder vielleicht den einfach machen lassen. Und das ist halt, gerade dieses Geld aufrechnen, häufig so, oh, das ist eine weite Anreise und Zeit, da muss ich Urlaub nehmen und so. Es lohnt sich so dermaßen. Das war ein heilsames Fest, also wirklich. Wir waren irgendwo alle Heiler und sind auch irgendwo alle Geheilte gewesen. Und habe ich bei dir auch beobachtet, wenn du mit gewissen Leuten gesprochen hast, was du da eigentlich machst. Du hast da echt die Rolle oder auch einige andere haben die Rollen von Therapeuten übernommen, obwohl sie da ja gar nicht zu qualifiziert sind. Aber das brauchen wir ja auch gar nicht. Qualifizieren, das wäre die Zettel. Wir können uns alle gegenseitig heilen und das hat man halt auf dem Camp echt deutlich gesehen. Und du hast halt auch so ein breites Repertoire an potenziellen Heilern. Weil jeder hat eine andere Art, dafür zuzugehen. So gehst du zu Heiler A, also Arzt oder spiritueller Heiler, das ist mir egal jetzt, gehst du dem und musst erstmal Warteliste, Termin geben lassen, checken ob das was so ist, entsteht eine Verbindung. Und hier hast du potenziell 20, 30 Leute und spürst auch schon sofort, mit wem du kannst, mit wem du nicht kannst und derjenige kann dann, also es ist einfach, ja. 50 automatisch. Ja. Also voller Erfolg trotz, ein bisschen Stress, aber ja. Machst weiter. Auf jeden Fall. Cool. Ja dann würde ich sagen, belassen wir das dabei und wenn ihr beim nächsten Rohkostcamp dabei sein wird, ich verlinke Dennis seinen Kanal und den macht auf jeden Fall eine Ankündigung auf dein YouTube Kanal. Genau. Und dann schaut da vorbei und am besten abonniert den Kanal gleich, dann werdet ihr auf jeden Fall informiert. Ihr müsst bloß schauen, ob ihr die langweiligen Live Talks immer überlebt. Nein. Ihr habt jetzt die Live Talks, ich mache ja wahrscheinlich keine mehr. Ja, viele sind ja auch von den Zuschauern so rübergeschaut zum Dennis und weil es ja auch so eine kleine Gemeinschaft ist und ja, schaut auf jeden Fall vorbei. Gut. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Alles klar. Tschüssi. Macht's gut. Ja, und am nächsten Tag ist dann leider was passiert, was dann die ganzen positiven Eindrücke, die bisher passiert sind, so ein bisschen in den Schatten gestellt hat und naja, werden wir morgen darauf zurückkommen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag und wir sehen uns morgen. Guten Morgen. Der Tag danach. Ja, gestern, wir sagen was passiert, habt ihr ja gestern eigentlich gesehen in dem Video, dass, ja, Chiara in ihren Schuhen sozusagen hängen geblieben ist, der eine Schuhe, die Schleife des einen in dem anderen und ja, dass sie halt eben gestürzt ist und es hat sich eigentlich ganz gut abgefangen, aber das Problem war, dass das nicht einfach eine Ebene war, wo sie draufgefallen ist auf dem Asphalt, sondern dass das eine Erhöhung war, so eine Steinerhöhung, wo Blumen gepflanzt sind mit Stein und da ist sie mit ihrer einen Seite vom Kopf dann halt genau da drauf und der Nase auf diesen Steinen sozusagen gefallen und ja, jetzt sitzen wir hier. Wie ist es jetzt für dich? Ja. Ja, ich habe halt noch Schmerzen auf jeden Fall. Ich merke jetzt überall, hier fühle ich einen blauen Fleck, dann ja, die Gesichter, das ist hier oben, hier unten ist unten, es sind auch noch mehrere Bollen, wie man jetzt so nicht sieht. Und durch die Lippe bin ich und hier, da wo es am meisten blutet, eingeschränkt mit dem Reden ein bisschen und essen ist halt nicht so einfach für mich. Ja, ich habe entschieden, heute eher einen ruhigen Tag einzulegen und trotzdem zumindest mal zu schauen, wie viel ich laufen kann. Ich habe mir jetzt zehn Kilometer so überlegt, dass wir zehn Kilometer laufen, dann gucke ich mal, was der Kopf macht, aber wir schlafen hier auf jeden Fall noch mal nach bei der Nussung. Wenn die zehn Kilometer für meinen Körper okay ist, dann kann ich mir vorstellen, vielleicht mal wieder loszugehen. Ja, genau. Wir hatten es gestern einfach mal so offen gelassen, was heute passiert, ob wir heute sozusagen, ob wir heute vielleicht weiter wandern, ob wir heute noch da bleiben und da war einfach die Nacht abgerollet und erweitungsgemäß ist dann, nachdem gestern ja vor allem auch so ein bisschen der Schock noch da war, nach dem ganzen, wie es auch aussah, Gesicht und die Schmerzen und als Verarbeitung, kommen heute so langsam auch so ein bisschen die Schmerzen und die ganzen anderen außerhalb des Gesichts, wie gesagt das Schulter, Knie und so weiter, worauf sie gefallen ist. Die Ärzte haben ein CT gemacht oder ein MRT? CT und gerentscht wurde ich also viele Strahlenbelastungen. Der Arzt hat auch vorher gefragt, hat gesagt, wollen sie das, wollen sie das abklären und so weiter. Er hatte gesagt, man soll das vielleicht, also er war tendenziell ja, man soll das machen, um sicher zu gehen und ja, du hast dich dann entschieden, da ja zu sagen und magst du dazu was sagen, warum du das wolltest? Ja, wir haben ja generell, wo dann die Frage auch kam, vom Passanten und so, ob ich in Krankenwagen möchte, da ich ja wirklich schon einen Knall aufs Asphalt gemacht habe, dachte ich mir, wegen innerer Verletzung oder Ader geplatzt oder irgendwelche Brüche vielleicht, die man so jetzt nicht erkennen vielleicht, dachte ich mir, werde ich mal lieber ins Krankenhaus fahren, um das abzuchecken, so für mich einfach zur Sicherheit. Und ja, es war ganz schön viel los dann, also die Krankenwagen kam dann halt, dann haben sie mich voll gequatscht und so, da war mein Impuls sehr niedrig und da habe ich auch eine Fusion bekommen und Blutzucker, irgendwas haben sie mir mit Zucker gegeben und ich habe dann auch gleich eine EKG bekommen im Krankenwagen, da in der Krankenwagen war so, und so. Ähm, ja, und ja, im Krankenhaus haben sie dann halt mich gefragt und dann meinte ich so, ich möchte das gerne, weil ich halt einfach das abklären möchte, dass alles okay ist, nicht, dass ich weiter einfach wandere und dann irgendwie umfalle und tot bin, weil mein Gehirn voller Blut ist oder so, das wäre ein bisschen doof. Ja, klar, es ist halt auch interessant gewesen jetzt, wie ich entschieden hätte, also pauschal kann man da einfach nichts sagen, ähm, weil CT ist natürlich schon eine heftige Sache, von der Strahlenbelastung und rönt mir sowieso gerade jetzt am Kopf und ich weiß nicht, wie ich entschieden hätte, ich hätte wahrscheinlich von dem Bauchgefühl gehört und Chiara dann entschieden, konform zum Bauchgefühl. Und, ja, genau, und dann, ja, wurden wir wieder nach Euskirchen zurückgefahren, wir waren ja schon, äh, quasi, aus Euskirchen raus, in zehn Kilometer sind wir gelaufen, wo das passiert ist und dann, ja, um den Krankenwagen, die ganze Strecke mit dem Wagen zurück. Naja, gut, deswegen werden wir, ähm, so, wenn wir morgen dann weiter wandeln, ich würde das jetzt noch nicht in Stein meißeln, kann ja immer nach einem Jahr sein oder so, aber wenn wir dann morgen weiter wandeln, wandern, oder wandeln, und mehr wandeln, äh, dann, denke ich, wenn wir einfach mal eine andere Strecke jetzt nehmen, weil jetzt nochmal die Strecke, ne, wenn wir einfach nördlicher gehen, vielleicht nach Köln rein oder so, also, du willst eventuell über Decathlon nochmal dein, dein Equipment eventuell ein bisschen verändern, dafür dann nach Köln gehen oder so, und dann, ja, geht's halt weiter. Das ist auf jeden Fall sehr interessant, ähm, wir probieren es jetzt zum zweiten Mal halt aus, wir beide, und, ähm, Albin ist, hat ja einen Wagen gehabt, und er ist halt recht zügig, äh, vorangeschritten, ich hab da meistens ihn auch nur von hinten gesehen, und, ähm, das empfandest du ja auch so ein bisschen, und, ähm, und wir beide haben eigentlich echt so, außer dass du halt noch zielstrebiger bist und immer warm, warm, warm und so, also Kilometer, Kilometer schritten willst, ähm, haben wir ungefähr die gleiche, ähm, Lauf, ähm, Schritt, äh, Tempo, also wir laufen ungefähr gleich, das ist sehr angenehm, wenn ich vorne laufe und er hinter mir, dass ich jetzt keine Begrimmung hab, dass er gleich auf meinen Rucksack sitzt oder so, sondern wirklich Abstand auch, und wir sind gestern auch übelst, die Beine vibriert, es war ganz komisch, als hätte ich keine Beine, ganz, es ist eigentlich echt schwer zu erklären, es hat halt übelst gekribbelt an meinen Oberschenkel, und, ja, ich weiß nicht was, das war jetzt, ähm, es war ganz komisch halt, ich dachte erst, das liegt an der Hose, aber ich glaub, das lag nicht an der Hose, weil wo ich lag, äh, da verletzt, äh, war die Vibration immer noch vorhanden, also, als hätten die, ähm, die Zellen in meinem Körper an meinem Oberschenkel getanzt. Okay, auf jeden Fall, äh, echt in der Tat ist es so, dass wir dieselbe Schrittfrequenz haben, und, äh, gleich schnell laufen, das ist mir auch schon aufgefallen, wo wir ja im Vorfeld mal so ein bisschen gelaufen sind, also das ist natürlich extrem angenehm, dass man halt wirklich am selben Tempo läuft. Ähm, ob das viel länger funktioniert, also, ich würd's mir natürlich wünschen, es ist immer schön, zu zweitach zu laufen, und, äh, Kjara ist auch ein Typ, wo man wirklich, ähm, ja auch sagen kann, hey, heute brauch ich mal vielleicht einen Tag für mich, wenn ich mal, oder einen Tag, oder vielleicht ein paar Stunden oder sowas, oder halt voneinander getrennt vielleicht laufen, oder sowas, und, ähm, bei mir sowieso wie Kjara das mal möchte, dann geht das auch, und von daher, ja, hab ich da jetzt nicht irgendwie das Gefühl, dass ich jetzt wieder alleine laufen muss. Ähm, was sich rausstellen wird, ist der Schlafrhythmus, bei mir ist ja immer so, dass ich 18, 19 ins Bett gehe, und dann um 4 aufstehe, ähm, die jetzt hat sich mein Rhythmus allerdings auch geändert, die letzten Tage, es ist so, dass, wir waren gestern um 8, um 9, glaub ich, so im Bett, oder? Um 8, um 9 waren wir erst im Bett, und dann, ähm, ja, entsprechend auch heute bis um 8, oder um 7 geschlafen, aber auch den Strapazen von gestern, denke ich, geschuldet, mhm, ja, und, das wäre halt noch das, und dann halt auch die Laufleistung insgesamt, das heißt, ähm, ja, also so, 20 Kilometer wäre mir wahrscheinlich tendenziell ein bisschen zu wenig pro Tag, und, die 35, die ich die letzten Tage gewandert bin, wo ich, äh, nach Gresten kam, bin, das war für mich auch an der Grenze, und ich habe mir da auch eine Blase geholt, das war wahrscheinlich tendenziell zu viel, und, ja, vielleicht treffen wir uns da irgendwie eine Mitte, und das funktioniert, das wird sich halt herausstellen. Gerade am Anfang, äh, bin ich auch eher geneigt, bei Dresden war ja auch noch so wieder im Fokus, so, terminmäßig, würde gerne am Wochenende in Dresden sein, so, ähm, das haben wir jetzt überhaupt nicht, wir sind ja jetzt so komplett frei, und es ist auch kein Problem, dass wir jetzt halt, äh, eben noch 2 Tage in Neuskirchen sind, äh, beziehungsweise noch 1 Tage jetzt in Neuskirchen sind, also heute, und das gestern halt nur bei 10 Kilometern gewesen ist. Ich habe gesagt, heute werden wir auch 10 Kilometer laufen, mit den Füßen einfach ganz so gewöhnen, ja, wir wollen ja nicht wieder barfuß laufen, und, genau, und das, alles schön, und dann tun wir vielleicht gemeinsam uns einschwingen auf irgendeine Kilometerdistanz, und dann, ja, und natürlich auch andere sind immer herzlich willkommen, die mit uns mit wandern wollen, wir haben ja auf dem Prokost-Camp ja auch ein paar Jahre kennengelernt, der eine oder andere hat sich auch so gesagt, ja, das ist eine ganz nette Idee, vielleicht schließt er sich mit uns an, dann andere, äh, in den Kommentaren haben ja auch gesagt, dass sie vielleicht mal uns ein paar Kilometer begleiten wollen, diesen ganzen Tag und ein paar Kilometer, ja, ja, das ist einfach, äh, unkompliziert, einfach uns ansprechen, mitlaufen, ja, sollten wir vielleicht mal zusammen ein kleines Picknick machen oder so, keine Ahnung, ja, das ist also der Statusbericht von, äh, von uns, insbesondere jetzt von Chiara, also, ähm, CT ist aber, glaube ich, noch gar nicht gesagt, hat herausgefunden, dass halt auf den ersten Blick jetzt nichts zu sehen ist, ähm, sie wollten Chiara noch da behalten, im Krankenhaus, äh, noch drei Tage, ähm, ähm, aber hat dann eine Verzichtserklärung unterschrieben, ähm, ja, das ist halt so, äh, die Ärzte haben auch unnötig Panik gemacht und, ah, könnte noch was passieren und das, 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 aber natürlich wollten halt die Betten möglichst voll und Auslastung und Krankenkasse und so weiter und Chiara hat sich aber so gefühlt und sagt, nee, ist, ist okay, mache übrigens große, wir werden ja doch nur ein bisschen laufen, wir werden ja nicht irgendwie Sport machen oder, irgendwelche gefährlichen Dinge, wir werden einfach ein bisschen laufen und viel ausruhen auf jeden Fall auch noch und, ja, und dann werden wir, ja, schauen wie es geht und dann wahrscheinlich morgen dann wieder versuchen aus, aus der Kirche rauszukommen, ähm, mal sehen, ob es uns diesmal gelingt Mhm. Ja. Das zeigt den Zuschauern nochmal, wie ich aus, oder? Hm? Das zeigt den Zuschauern nochmal, wie ich aus, ja. Und zeigt den Zuschauern, wie du auch bist. Sollt ihr das mal sehen. So sehe ich jetzt aus. Hm. Genau, also, hier ist halt eine große Beule. Ich glaube, hier irgendwo ist auch was Beule-mäßig. Das ist halt am, am unangenehmsten, genauso wie die Lippe. Hm. Dadurch kann ich nicht so gut sprechen, hm. Das kriege ich fast gar nicht mit, obwohl ich erst dachte, oh Gott, meine Nase. Und hier an der Schulter kommt ein großer blauer Fleck wahrscheinlich noch. Von auf mal. Ist da erstmal Bescheid. Hm. Ja, gut dann. Macht's gut. Tschüss dir. Tschüss. So, jetzt sind wir hier noch in Euskirchen und, ja, es schmeckt ein bisschen. Es gibt Afrikosen, Bananen, Tomaten, ein Wanner, der grüne Eistee, äh, ja, Rest Bananen und, vor allem, die probiere ich jetzt mal. Blond-Vegan. Die gibt's auch in Vollmilch-Vegan. Das ist die beste vegane Vollmilch-Schokolade, die es gibt. Und jetzt haben wir die auch in, weiße Schokolade und die will ich unbedingt mal probieren. Dunkle Schokolade gibt's auch. Dunkle Schokolade gibt's natürlich auch. Ja, die gibt's auch überall. Aber Vollmilch-Schokolade und weiße Schokolade gibt's nicht, in einer guten Qualität. Und die schmeckt richtig gut. Also die Vollmilch. Ob die Blond, also die weiße Schokolade, gut schmeckt, was wir an dir gleich erfahren. Und, ja, wir lassen's jetzt gut gehen. So, wir sind wieder ein bisschen am Test wandern. Heute zehn Kilometer. Und ohne Gepäck einfach wieder ein bisschen reinzukommen. Ja. Und die Jahre fühlt sich eigentlich ganz wohl. Es ist immer ein angenehmes Gefühl zu laufen. Mal ganz ruhig, ohne Stress. Warte, was hier? Ah, gerade. Ich liebe diese Weiby. Einfach nur schön. Zehn. Ist das Tolle, wenn man barfuß geht. Da kann man einfach in so einen Bach rein gehen. Da muss man sich keine Schuhe ausziehen. So, déjà vu. Wir sind hier nochmal beim Dennis. Das ist die Chiara. Und jetzt gibt's wieder eine Leckung, wenn ich schreibe. Schaut mal hier. Gebratene Zwiebeln, gebraten Tofu. Irgendwelche Streichcreme, Sprossen und Gurken. Das ist wie so ein Burger. Was gibt's eigentlich hier? Machen wir einen Deckel auf. Oh, boah. Das ist ein Spurgesünder, als würde ich sagen. Ja, ein bisschen. Da ist Oliven drin, statt Tofu. Also das ist gesünder. Und jetzt gibt's bei der Chiara. Uh, da gibt's noch richtig frische Tomate in der Leven. Ja. Ja. Hat's aber auch verdient. Ne? Und ab morgen geht's wieder wandern. Jeden Tag ein Marathon. Ja. Es geht wieder los. Chiara und ich sind wieder vereint. Und mal sehen wie lange. Und ja, wir laufen jetzt von Oiskirchen los. Einfach in den Norden. Und ja, schauen wir mal, wohin es uns verschlägt. Es geht los. Hello. So, jetzt gibt's veganes Eis. Wir sind hier in der Eismanufaktur in Oiskirchen. Und da gibt's veganes Eis mit veganer Waffe. Wir sind gerade mal so 500 Meter gelaufen. Das ist jetzt hier die Kirsche in Oiskirchen. Wahrscheinlich ist es eine gute Kirsche, weil das würde der ganze Ort nicht Oiskirchen heißen. Kirschen, Kirschen und so weiter. Ist Bescheid. Also drüben ist das Zentrum. Ja, das ist so ein bisschen das Zentrum von Oiskirchen. Gesehen und weiter geht's. Gäde Lübenbögen. Chip, wir Heute ist der Tag der Kirschen. Jetzt sind wir hier in Weilerswist. Weil ihr es wisst. Weilerswist. Versteht ihr? Tag der Wortwitze und Tag der Kirschen. Ja genau. Irgendwie so. Ja und dann ist das passiert, was ihr alle gesehen habt im Facebook. Die Jahre ist gestürzt und mein Gesicht auf dem Asphalt geschlagen. Ja ich habe sie gefragt, ob sie das möchte, dass wir das filmen, ob wir das als Dokumentation sozusagen für die Ewigkeit festhalten. Und das war okay und von daher haben wir das auch ein bisschen aufgenommen. Es gibt sicherlich zwiespaltige Meinungen bei euch, aber genauso wie ich das auch bei mir finden, eben gut finden würde, wenn das aufgenommen wird für mich als Dokumentation. Das hat Kiara auch so empfunden und von daher haben wir es dann aufgenommen, während wir auf dem Krankenwagen gewartet haben. Und ich habe dann noch ein paar Aufnahmen gemacht, wenn der Krankenwagen kommt. Und ja einfach, um das so als Erinnerung für uns aufrecht zu erhalten. Weil es irgendwo zur Reise dazugehört, sind nicht nur die schönen Momente, es sind auch die Momente, die eben nicht so schön sind. Das nochmal zur Information. Die EKG haben sie auch gemacht. Verletzung. Alles gut. Ich krieg's ein Pflaster schon und alles ist wieder gut. Danke. Danke. Kiara ist jetzt im CT und wir haben aufgrund der Schwellungen und der Blutung einfach gesagt, dass sie da jetzt ein Risiko angehen wollen und nicht einfach nur röntgen, sondern halt ein komplettes CT machen. Kiara zugestimmt und ja. Es wird über anderthalb Stunden weg, ich liege oder sitze jetzt hier am Wetterraum und ich hoffe, dass alles gut geht und ja, dass es Kiara gut geht. Ja, mit der Wanderung muss man jetzt mal schauen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt heute, mit dieser halt nicht, aber morgen, keine Ahnung, ob sie überhaupt die Wanderung fortsetzen möchte oder ob sie jetzt erstmal Ruhe haben möchte, ob sie zurück nach Leipzig fahren möchte, was auch immer. Ja, muss man einfach sehen, wie sich das jetzt gerade entwickelt. Für die wichtigste ist, dass ich vorher die Gesundheit zu starten und alles in Ordnung mit sind. Darum geht's letztens erstmal. Aber ich denke schon, es wird schon alles hinbegehen. So, und jetzt sind wir wieder beim Tennis. Kiara ist auch wieder halbwegs hergestellt. Und ja, es gibt so ein bisschen, ja, mentales Belohnungsfrühstück, äh, Abendbrot. Und ja, mit hier, guck mal an, ja. Das gönne ich mir hier. Orange mit Zucker und, äh, Oliven und Brot. Und einfach für die Seele jetzt. Ich, ja, das war so ich dran, ich ertrage. Und jetzt zum Abend wieder ein neues Kirchen. Morgen gibt's eventuell neuen Versuch. Oder wir ziehen einfach mit Ende. So, jetzt neuer Versuch vom selben Haus. Und, ähm, ja, mal sehen, ob's heute klappt ohne Unfall. Kiara sieht schon wieder ein bisschen besser aus. Aber die Rucksäcke sind heute besonders schwer, weil wir haben heute die, äh, Getränke für einen ganzen Tag hin, weil es Feiertag ist. Und das sind halt drei, oder hast bei Kiara vier, fünf Kilo mehr als normal. Wir merken das jetzt schon, ist ziemlich hart. Und mal sehen, wie's wird. Wollen wir uns noch einen Kuss geben? Das hat gestern kein Glück gebracht. Trotzdem? Ne, geben wir uns keinen Kuss. Heute nicht. So, wir sind jetzt gerade über die Bundesstraße gegangen. Und da kam ein mysteriöser Fremder von einem Rad und hat uns gesagt, Mensch, was läuft denn denn hier lang? Parallel verlauft ein Fluss und ein Landweg. Der läuft parallel hier und da könnt ihr Kilometer lang laufen und das ist wunderschön. Und ihr seht so viele gute Sachen. Mein Google hat mir das nicht gesagt. Und, äh, wir haben kurz überlegt, vertrauen wir diesem mysteriösen Mann oder gehen wir weiter auf der Bundesstraße. Und wir haben gedacht, ach scheiß drauf, wir vertrauen diesem mysteriösen Mann. Deswegen gehen wir jetzt auf eine mysteriöse Reise. Äh, das könnte der letzte Videobeitrag sein. Falls nicht, dann danke, mysteriöser Mann. Dann war es der schönere Reise. Weil hier ist es wirklich schön. Piepen der Und, äh, Und, äh, echoes auf den Weg, Äh, und, äh, Astorast, nach fünf Kilometern, wollten wir uns noch mal kurz hinsetzen, aber jetzt ist hier die Schokolade raus. Und jetzt geht's los. Übrigens, beste vegane Schokolade, voll mit Schokolade. Helle vegan. Gibt's unter anderem jetzt auch bei Norma und bei Kauflamm. Back wie Milka. Richtig geil. Genau das Richtige jetzt. Übrigens total schön hier. Und die Sonne kommt raus. Und die Sonne kommt jetzt auch raus. Aber das könnte schon fast schon ein Stück zu früh sein, weil wir wollen ja noch ein bisschen laufen heute. Naja, ist meistens so, wenn es so kalt ist, sagt man, oh, könnte es ein bisschen wärmer sein. Und wenn es warm ist, sagt man, es wird ein bisschen kälter sein. Wir werden es eben. Auf jeden Fall machen wir jetzt mal ein kleines Picknick. Gollum wäscht hier seine Sachen. Äh, Chiara meinte ich. Das sah jetzt ein bisschen aus. Du hast so einen Buckel, du hast so ein Tuch. Und das sieht jetzt aus, als würdest du nach Gold schürfen. Und dann fällt mir natürlich sofort Gollum ein. Mein Ring. Nein. Ich möchte mit euch jetzt einen Gedanken teilen. Und zwar, ihr wisst ja, dass ich beim Rockhorscamp von der Stefanie behandelt wurde. Mit so einer Aufstellung und das meine Hüftprobleme und so weiter. da in irgendeiner Weise von meinen Problemen, persönlicher Natur, in meiner Vergangenheit herrühren. Und ja, und da gibt es ja so viele spirituelle Heiler und die, sag ich mal, in erster Instanz irgendwelche Dinge tun, wo wir sagen, ja, wie hängt das zusammen? Das ist doch Schwachsinn. Das ist doch alles Humbug. Und ich sag mal so, ich kenne es ja selber mit einem Standzeichen. Da sagen auch Leute, war es total Humbug. Wenn sich Sachen über Jahrzehnte, Jahrhunderte in der Gesellschaft gehalten haben und immer wieder darauf zurückgegriffen wird, und es gibt sehr, sehr viele Menschen, die darauf schwören, dann hat das irgendwo, oder hat das zumindest Potenzial, irgendwo einen wahren Kern zu haben. Und es gibt unbestritten, gerade im spirituellen Bereich, viel Blödsinn und viel Geldmacherei. Brauchen wir uns nicht zu unterhalten. Das fängt beim Tarotkarten an und endet irgendwo beim AstroTV oder sowas, wo halt kommerzialisiert wird. Aber es gibt viele Sachen, gerade, die sich eben lange gehalten haben, die einen wahren Kern haben. Und ich kann nur sagen, dass meine Hüfte echt jetzt nicht mehr so stark wehtut, wie bevor Stefanie mit mir geredet hat und Sachen gelöst hat. Für mich selber ein bisschen, ja, ein bisschen strange, ein bisschen spooky, ein bisschen creepy. Aber es ist halt so, man muss da einfach einstehen. Die Hüfte tut doch weh, klar, aber er war nicht mehr so stark wie vorher. Gut, jetzt kann man sagen, ja, das liegt vielleicht dran, weil ich mich ein bisschen ausgeruht habe oder weil der Rucksack leichter ist. Na, aber das funktioniert nicht, weil ich habe, bevor ich wandern war, da hat meine Hüfte schon wehgetan, aber ich habe keinen Rucksack gehabt. Also, deswegen, also, das wollte ich einfach mit euch teilen, dass gerade so diese spirituellen Sachen und so weiter, dass sie oftmals, ja, wenn sie so lange existieren, einen wahren Kern haben und dass man da offen sein sollte und versuchen, die Dinge anzunehmen. Und ich hatte das im ähnlichen Video schon gesagt, ich weiß gar nicht, ob das war, ich glaube, ich schmiere mich mit Code ein, das Video, dass, wenn es 100 Leute gibt und 100 Spinner, so, wo du denkst, das ist ein Spinner, wenn du allen Gehör schenkst, dann sind wahrscheinlich 99 danach immer noch Spinner, aber der eine, das ist ein Avantgardist, das ist der eine, der dir eine Wahrheit verklickert, die du sonst nicht erfahren hättest. Und diese Schande sollte man eigentlich nicht vergehen lassen, weil man macht so viel am Tag, was einem die Sachen nicht weiterbringt. Weiterbringt im Sinne von, wenn man Ziele hat, wenn das Denken Ziel hat, wenn das das Ziel ist von jemandem. Ja, soweit ist er sozusagen, okay, ich habe gar keine Ziele mehr, wunderbar. Das ist halt die Frage, für mich ist es definitiv nicht so. Ich möchte meine Ziele, ich möchte auch das Denken, so sehr ich das immer relativiere, aber ich möchte das beibehalten als Instrument und dadurch habe ich auch Ziele, wie jetzt die Deutschlandwanderung. Ja, wenn man das dann sozusagen erreichen möchte oder forcieren möchte, dass man seine Ziele erreicht und dass man das Denken weiter verbessert, im Sinne der eigenen Lebenseinstellung, dann sollte man eben solchen Sachen gegenüber offen sein. Das wollte ich einfach mal teilen, weil ich jetzt mit der Hüfte einfach wirklich sehr, sehr erstaunt bin und ja, gehört halt auch dazu zur Reise, solche Begegnungen und solche Sachen, wo viele sagen, ah, na, doch, ist einfach so. Ja, und jetzt geht es weiter, wir haben uns jetzt mal Pause beendet und mal sehen, wohin es uns heute treibt. Und könnt ihr euch erinnern? An dieser Kirche waren wir schon mal, wo ich über Wortwitze geredet habe. Das waren wahrscheinlich so, glaube ich, so 100 Meter oder 200 Meter, keine Ahnung, wo Chiara ihren Unfall hatte. Und jetzt sind wir wieder hier, zwei Tage später. Und ja, wir hoffen einfach mal, dass wir es diesmal weiter schaffen. So, die Chiara, die steht jetzt an der Stelle, an dem vor zwei Tagen sie gestürzt ist. Das war genau hier. Hier an dem Kullideckel ist sie vorbeigegangen. Und dann ist sie hier hängen geblieben und hier mit dem Gesicht aufgeschlagen. An dieser Kante. Und was ist das für ein Gefühl, jetzt hier wieder zu stehen? Sie hat gesagt, dass es ganz gut war, dass wir jetzt noch mal Pause hatten. Also ich habe das gehört, das Mikrofon ist jetzt hier an meinem Mund. Ja, und jetzt hat er die Wunden begutachtet. Egal. Und? Geht's weiter? Yeah! Was uns nicht umbringt, macht uns stärker. So, jetzt gibt's, in so einer Halbzeit, ungefähr 12, 13 Kilometer sind wir gelaufen. Und ja, jetzt gibt's für mich das Letzte, was ich noch an Essen mit habe. Heutz Feiertag, dann gibt's nichts mehr, aber ich bin dann auch, denke ich, durch mit der Übung. Jetzt ist schon 13 Uhr oder sowas, für drei Stunden laufen und dann langsam in den Schlaf abgeleiten. Und die Kera, die ist ein Tomate-Bas-Silikon-Brot. Dazu gibt's früchte Tomaten, Paprika und Omega-3-Fettsäuren, beziehungsweise Walrus. Hier das lange gehütete Geheimnis, hier ist das Ebay Headquarter. Hier hat Ebay seinen Firmsitz in Wernisch, glaube ich, Oberwernisch hier. Hier ist Ebay gegründet worden. Und ja, weiß kaum einer. Jetzt gibt's Kaffee, trinken, lindert. Und hier direkt irgendwo am Wanderersweg. Das ist einfach genial. Die Aranast auch gerade sehr lecker. So, unsere letzte Rasse des Tages. Wir haben jetzt ungefähr 20 Kilometer gelaufen. Und in der nächsten Stunde werden wir dann unseren Schlafplatz suchen. Hallo, Ruhe. Und ja, und dann morgen sind wir dann wahrscheinlich in Köln, wenn alles gut läuft. So, das ist mein Fuß. Die Blase hier ist halt immer noch ein bisschen für das Problemfeld. Naja, merkst du jetzt auch schon wieder. Sieht ein bisschen aus wie ein Einschussloch. Naja, mal gucken. Also, jetzt nicht so, dass es jetzt total wieder offen ist. Aber ich merke halt schon Spannung hier. Ich bin jetzt in Barfußschuhen gelaufen. Ich versuche jetzt mal ein bisschen barfuß zu laufen, ob es vielleicht ein bisschen besser ist. Naja, mal gucken. So, also, wir haben jetzt in Köln, wir haben einfach mal probiert, bei Couchsurfing mal zu schauen, ob das funktioniert, wie Couchsurfing funktioniert und so weiter. Wir hätten jetzt nicht zwangsweise jetzt in Köln schlafen müssen, aber da Klara bei Dessatlon einen neuen Schlafsack braucht und ich mal gucke wegen einem etwas dünneren Shirt, wo ein bisschen mehr Sonne rankommt, falls ich doch mal ein bisschen Sonne tanken möchte. Also, auf jeden Fall, wir wollen mal gucken und ja, da hat bei Couchsurfing sich spontan was ergeben und freuen uns total, es hat geklappt. Also, sie hat gesagt, wir können kommen. Zwei Mann, muss man auch erst mal erlauben und ja, da schlafen wir morgen in Köln bei Couchsurfing, wenn wir jemals. Erstmal, dass wir das gemacht haben und ja, mal sehen, was das wird. Ja, jetzt geht's weiter. Wir laufen jetzt noch ein Stündchen, wie gesagt, und suchen uns dann irgendwo im Wald ein Plätzchen für unsere Zelte und dann wird's, glaube ich, heute einen schönen Abend. Gut. Jetzt haben wir auf der Suche nach einem Zellplatz und diesen Zellplatz finde ich jetzt ziemlich geil. Allerdings weiß ich, dass Klara wahrscheinlich hier damit ein Problem haben wird. Ähm, ja, dass du es nämlich direkt unter einem Strom hast. Aber ich sehe jetzt seit langem der erste, den ich jetzt richtig geil finde, aber ich weiß, Klara hat es ein bisschen mit dem Strom, weil ich denke, direkt unter dem Strom machst, wird's wahrscheinlich nicht so cool sein. Ähm, na, mal sehen, was sie sagt. Klara, schönes Ausliebe mit der Sonne. Klara, ich habe hier einen ziemlich guten Spot gefunden. Hier. Unter Mast. Unter Mast? Wieso, was meinst du jetzt? Strom machst oder was? Ja. Nicht cool? Ja, wohl mega krank. Wieso, hier ist doch alles gut. Wir haben unseren Zeltplatz gefunden. Da hinten ist Klara. Das ist ein alter verlassener Waldweg. Und ja, da hinten ist Klara. Und hier direkt am Weg habe ich, wie gesagt, der Weg ist so gut wie nicht mehr benutzt. Und deswegen habe ich gleich davon gemacht. Hier ist alles schön trocken, da ist keine Feuchtigkeit, keine Pflanzendichte zu drücken, nur ein bisschen Erde, ein paar Stöcke, die habe ich weggemacht. Einfach und, ja, wunderbar. Und jetzt geht's in den wohlverdienten Schlaf. Wir sehen uns jetzt noch einen wunderschönen Tag und wir gehen jetzt schlafen und morgen geht's nach Kallen. Gute Nacht. Gute Nacht, Klara. Guten Morgen, Klara. Guten Morgen. Hey, es ist schon um fünf. Wir wollen weiter wandern. Hey, es ist schon um fünf. Hallo. Hier draußen ist die Welt. Oh, Klara will ich noch nicht aufstehen? Die Sonne scheint, die Sonne scheint, die Vögel zwitschern, die Welt wartet auf uns. Nein, es ist schon um fünf. Hey, es ist schon um fünf. Ich bin ganz kurz. Ich bin ganz kurz. Ich bin ganz kurz. Kalt! Ich hab geschwitzt wie Schwein die Nacht. Ich hab nackte Füße und nur eine Lade an. Ich war total nackt, aber der Schlossack rockt einfach, den ich hab. Na, sei früh. Mir ist arschkalt. Ich bin erst um 21 Uhr schlafen. Okay. Da wurde schon ein bisschen kälter. Okay. Vorher saß ich auch nur mit Schlüppern hier. Okay. Warte. So, unsere erste gemeinsame Nacht ist vorüber. Getrennt. Wieso getrennt? Na, gemeinsam stimmt ja gar nicht. Warum? Du lagst hier und ich lag da drüben. Ah, das stimmt. Warum war das so? Na, weil du zu groß bist und ich alleine gerne schlafe. Keine Ahnung. Aber die erste Nacht, sag mal... Zu kalt. Für mich viel zu kalt. Ich hatte nur hier sowas an und unten nochmal sowas und nackte Füße und ich hab gefroren. Also für mich war es gar nicht. Aber erst um 21 Uhr bin ich schlafen gegangen. Und vorher war das so heiß, dass ich nur mit Schlüppern und T-Shirt im Zelt saß, weil es viel zu heiß war. Okay, jetzt du? Und das Finden, also das erste Mal mit mir, ich bin ja durchaus ein bisschen kompliziert, was die perfekte Lage angeht, sozusagen einen Schlafplatz zu finden. Wir haben das erste Mal gemeinsam einen Schlafplatz gefunden. Vorher hat nur Albin für uns gesucht, beziehungsweise ich für mich alleine. Wie war das? Kompliziert? Anstrengend. Anstrengend. Sehr anstrengend. Und es war mega unromantisch, wo wir geschlafen haben. Da habe ich mit Albin voll die schönen Sachen gehabt am Bach und überall und voll schön. Aber hier, also ihr könnt es ja gleich mal filmen, war jetzt nicht so prickelnd. Aber hey, man hat es überlebt und es ist voll in Ordnung und ja, ich bin auch ein bisschen müde, deswegen nicht wundern. Ja, und jetzt starten wir neu in den Tag bei prallen Sonnenschein. Wir werden heute zu einer Freundin in Köln gehen, vorher noch zu Desathlon. Ja, eben, dass Chiara nicht mehr friert, einen Winterschlafsack holen, angemessen für die Jahreszeit jetzt. Guck mal nur. Und ja, wir werden es uns halt einfach wieder gut gehen lassen und wir euch immer mitnehmen. Auf geht's. Hier ist ein wunderschöner See. Hier ist auch ein Angler. Und ein Angler. Solche Spuren müsste es eigentlich überall geben. Das sind richtig geile Spuren, wo du laufen kannst. Und ja, wenn es schon keine Radwege gibt, dann wegen solchen breiten Spuren, wo man halt wirklich als Fahrradfahrer oder als Fußgänger dann eben hier laufen kann. Und wenn man eh schon hier Betontroff gießt, dann kann man auch ja 1,2 Meter weiter gießen. Das ist richtig schön. Dann haben wir unsere erste kleine Rast. Und Chiara wechselt jetzt rum auf Barfußgangs, versucht halt immer mal so ein bisschen barfuß zu laufen, um halt auch die Füße ein bisschen dran zu gewöhnen. Ja, jetzt mach mal weg, weil ich ziehe mich jetzt aus. Wie soll ich wegmachen? Möchtest du meinen Zuschauern diesen wunderschönen Anblick vorenthalten? Genau. Na gut, dann müssen wir jetzt Schluss machen. Möchtest du meinen Zuschauern diesen wunderschönen Wunderschönen. Also, nach Kopenhagen sind es nur noch 620 Kilometer, nach Paris 485, was? Tokio, bist du auch? Tokio. Ah, ich weiß nicht. Rom, 1305. San Francisco, 1135. Nach Rom ist es genauso weit wie San Francisco? Ach, 11.325. Ja, 11.000 ist natürlich, oder wir nehmen Knappsack, das ist 4 Kilometer. Klara, ich wäre für Knappsack. Knappsack? Knappsack oder Rom? Knappsack, okay, Deal. Knappsack. Wir sind in den Tropen gelandet. Alles glüht. Alles schön. Unglaublich, sowas gibt es bei mir in Berlin nicht. Tropen, ich dachte, das sind Tropen. Oder halt im Ruhrgebiet, aber das ist ja fast dasselbe. Das Ruhrgebiet ist ja wie... Das Ruhrgebiet, das Ruhrgebiet ist sowieso viel, viel grüner, als man sich das vorstellt. Fast grob. So, wir machen heute unsere erste große Pause. Und ja, also mit reiner Rohkost, da wird es echt schwer. Also das ist mir auch, wo ich alleine gewandert bin, war so ein paar Tage gelungen. Aber dann hast du doch irgendwie die Energie, so ein Brötchen, mach schnell ein Brötchen beim Bäckerhaus. Ich bin ja auch so, dass ich da von jeher schon immer locker war. Aber, ja, wolltest du einfach nochmal festhalten, dass ich mir jetzt auch wieder zwei Brötchen gekauft habe. Und dazu frisches Obst von Rewe. Das heißt, wir haben Melonen gekauft, wir haben rote Beete gekauft. Und wir haben eine Gurke gekauft und Paprika gekauft. Und das gibt es jetzt zusammen mit einem Brötchen. Oh, zwei Brötchen. Zwei Brötchen und das lassen wir uns jetzt gut gehen. Da hinten, das ist die Skyline von Köln. Wir marschieren gleich in Köln ein. Wir haben es geschafft, das nächste große Tappensteher. Also gleich haben wir es geschafft. Dann sind wir bei der lieben Andrea eingeladen. Und ja, jetzt gibt es hier Melonen und Blaubeeren. Und das wird heute unsere abendliche Mahlzeit sein. Du bist gar nicht mein Videoklärer, nur die Melonen. So, wir laufen jetzt hier zu Aldi, um Pfandflaschen abzugeben und wieder ein Paket zurückzuschicken, um unsere Rucksäcke noch leichter zu machen. Und ja, das sind wir das Organisatorische. Dann dürfen wir bei der Andrea unsere Wäsche waschen. Uns selber haben wir auch schon gewaschen. Das Wetter ist gigantisch. Es ist gerade immer morgens, also nicht 8 Uhr, 9 Uhr. Und es ist schon total warm. Es sollen 31 Grad werden hier in Köln. Und ja, Andrea zeigt uns dann auch noch, wo man veganes Eis essen kann. Dann werden wir vielleicht an den See gehen oder was. Auf jeden Fall werden wir heute schön einen ruhigen Tag in Köln hier mit Andrea verbringen. Und ja, da freue ich mich dann drauf. Unser, weiß nicht, drittes oder viertes Paket nach Hause. Das ist wirklich mitgenommen. Haben Sie es auch gerade für uns. Und Chiara sagt, dass wir gerade alles dort fassen. Und mit aller Liebe. Und da hoffen wir, dass wir uns Prosten können auch annehmen. Die haben sich manchmal auch hier. Und jetzt gibt es Frühstück, hier gibt es Sprossen, Melonen, Magnus, Tomaten und Oliven und Äpfel und Heidelbeeren und glückliche Gesichter überall. Und jetzt, ja, das scheint so ein richtiger Gammeltag zu werden, aber ja, es fühlt sich auch nicht schlecht an, mal so ein bisschen rumzigameln. Und wir gehen jetzt erstmal veganes Eis essen und danach gehen wir, naja, baden oder hinlegen einfach nur. Keine Ahnung. Und ich freue mich weiter. So, und die Reihe geht weiter. Außerirdisches hier auf unserem Planeten Erde. Heute in Köln, das ist der Sputnik. Das ist der Sputnik, das war das erste bemannte Weltraumschiff, was sozusagen mit Yuri Gagarin in den Weltall geschossen wurde. Und das haben sie hier in Köln aufgestellt, wird allerdings mittlerweile zweckentfremdet zur Stromgeneration. Wie das genau funktioniert, weiß ich nicht, aber ihr wisst auf jeden Fall jetzt wieder etwas mehr. Highlight des Tages. Eis. Veganes Eis. Und die haben wir jetzt sogar Vanilleeis gehabt. Veganes Vanilleeis. Und ja, das ist sehr selten. Zumindest in den letzten veganen Eisdielen, wo ich war. Also in den Eisdielen, die auch veganes angeboten haben. Und Yara hat ja auch was. Welche Sorten hast du? Minze, Basilikum, Zitrone, nee, Zitrone, Basilikum, Gurke, Minze, Erdbeere und Schokolade. Ja, wir wurden eingeladen von Andrea. Yeah. Schmeckt sehr lecker. Ja, schmeckt wirklich sehr lecker. So, und hier sehen wir eine Kirsche. Also, die haben wir auch... Gar nicht mal so interessant. Macht das Geräusche, wenn du dran kommst? Ja. Ja. Geschafft! Ja! Und ganz hinten? Probier es mal! Wenn du es nicht schaffst, schneide ich es raus! Wie soll ich denn das mal kurz gemacht? Auf den letzten Dings gehen? Genau! Da an der... Genau! Und jetzt runter! So, jetzt ist Christian dran! So, jetzt ist Christian dran! Rücken gerade! Nicht ablenken! Klara ist erster Slackline Versuch! Ich bin übrigens grandios gescheitert, haben wir jetzt nicht abgenommen. Also von mir ist es nichts. Klara sieht auch schon wie ein Profi aus. Totale Ruhe! Volle Konzentration! Ich bin Slackline! Es wird nicht mehr unterschieden zwischen Ego und Slackline, sondern... und die Jahre und Slackline sind zum Eins geworden! Jetzt hat er Energie ausgetauscht und jetzt geht es nur noch nach vorne! Kein Wackeln, kein Zittern! Ich bin Slackline! Ich bin Slackline! Was geht los? Okay, das ist nichts! Ob ich und Klara komplett gescheitert sind, der nächste Versuch, Andrea! Oh, Andrea ist die Forscher-Variante! Gleich der Fuß drauf! Ah, er hat auch eben... Oh, zwei Füße! Zwei Füße ist mehr als einer! Aber Andrea gibt sich nicht geschlagen! Sie sollen besser das Gleichgewicht! Ja, ein Fuß! Ja, mehr als ein Fuß wird doch nicht! Ja, Slackline ist schon nicht so einfach! Wie es aussieht! Drei Füße! Vier Füße! Immerhin vier Füße! Eins, zwei, drei! Ja, fünf! So, der Rekord steht jetzt bei sieben Schritten von Slackline König Christian. Und ja, Klara lässt das nicht auf sich stehen. Sie hat jetzt eigens für Slackline angefertigte Schuhe jetzt hier angezogen. Und sieben ist der Rekord. Persönlicher Rekord steht bei eins und es wird das Leben riskiert. Drei Tage nach dem Unfall. Klara geht wieder los. Eins, zwei, drei! So, neuer Rekord! Aber die sieben sind noch nicht. Mach einfach schnell und Beine breit! Genauso! Eins, zack, zack, zack! Zwei, drei, Drei! Jaja, komm, komm, komm! Das gelten gehen die Schritte! Alter Tippler! Ein Versuch ist noch, sonst ist der Akku alle! Ja! Okay! Eins! 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 Zwei! Drei! Vier! Oh! Den fünften hätte es auch noch gekriegt! In Költer Fernsehenturm an der grünen Pottenauer hier! Oder wie das Gelände heißt! Riesenpark! Alles rum und dran! Ne! Wow! Nicht so schlecht, die Jahre! Ja! Auch der nächste! Ja! Aber der nächste! Oh! Passt! Ja! Das ist jetzt ein bisschen Premiere für mich, bei Andrea haben wir jetzt einen Salat gemacht bzw. zwei Salate und Andrea hat kein Öl im Haus, weil er verzichtet hat auf Öl und deswegen haben wir jetzt Salate ohne Öl gemacht und das Dressing haben wir dann aus Senf, frischer Orangen und Leinsamen, dass er halt noch ein bisschen die Fertigkeit reinkommt und ich habe gerade mal gekostet, es geht, es geht tatsächlich ohne Öl und es schmeckt auch ohne Öl, aber es trotzdem noch was anderes. Ich freue mich aber, dass ich jetzt hier mal einen Salat ohne Öl bekomme. So und jetzt zum Morgen gibt es leckeres Obst und ja, dafür kann so einen Tag nicht starten. Ja und dann sind wir von Andrea losgefahren und ja hier nochmal ein herzliches Dankeschön an die Andrea für die wunderschöne Zeit, die wir miteinander hatten und ja auf geht's. So, wir sind jetzt gerade bei Andrea los, es ist Sonntag und ja wir sind recht spät los nach Mittag, das heißt ja auch sehr spontan jetzt los und dann wollen wir halt einfach mal sehen, was jetzt noch passiert, weil heute haben wir natürlich nicht unseren Tagesbrenn zum Schaffen. Wir schaffen es auch wahrscheinlich nicht zum auch jemanden, der Konstantin, bei dem wir eventuell schlafen hätten können und wir werden einfach versuchen, ja irgendwo in Köln vielleicht zu schlafen, eins mit der Natur zu werden, so wie Sven das gesagt hat, der Sven Rohhak, der steht auch in Städten, weil eins mit der Natur, also wir haben hier irgendwo eins mit der Natur hier in Köln oder wir schaffen es irgendwie an den Rhein oder so und gucken da irgendwie ein bisschen, ob wir da schlafen können. Auf jeden Fall wird es heute... Wir laufen erstmal los. Genau, wir laufen erstmal los, wird es heute sehr, sehr interessant, weil wir normalerweise hast du dann doch gegen Abend immer so einen Plan, wo es hinläuft, aber heute einfach los. So soll es sein. Na dann, ciao. Romantik in Köln. Seht ihr da hinten diesen Bogen, diesen Baumbogen oder so, mitten einer Kreuzung hier, da hinten so ein kleines romantisches Idyll. Wir müssen aber in die Bismarckstraße und das ist die. Na dann, moderne trifft Antike. So ist dann die Türme früher aus, hier vorne und so heute. Mal sehen, in 100 Jahren, was da noch von Turb dahinter kommt. Wahrscheinlich ein Schwebender. Heute eine recht seltsame Stimmung beim Wandern. Bisschen gedrückt. Hat auch mit dem Abschied von Andrea zu tun gehabt. Das waren sehr intensiven Momente, die wir da geteilt haben. Und ja, wir laufen jetzt einfach so quasi durch Köln. Wir laufen vom Marsdorf über Braunsfeld. Jetzt sind wir glaube ich in der Altstadt. Könnte sein. Dann gehen wir über den Rhein. Dann sind wir Köln-Mühlheim. Und ja, dann Leverkusen. Also kleiner Wald, wo wir dann wahrscheinlich nächtigen wollen. Das sieht's heute aus. Relativ unspektakulär. Aber in dieser kurzen Video bin ich mir relativ sicher. Und ja. Also dämmt sich alles. Jetzt früh hat es zwar gewittert, aber heiß. Einfach nur laufen. Das Gute ist, man denkt nicht so viel nach. Aber sonst einfach laufen. Guck mal die Bäume hier an. Dann haben sie wahrscheinlich irgendwann einfach mal alles abgestütten. Und jetzt treibt der Baum neu aus. Die ganze Straße ist so verrückt. Ich weiß gar nicht, ob man so ein Video so erkennt, aber das ist total geil glitzert irgendwie. Was ist denn das? Ach, das sind ganz so kleine Plättchen. Geil. Das ist ja schön. Schön. Naja, weiter. Wir sind jetzt in Köln. Ich glaube in Neustadt-Nord oder so heißt das. Boah, jetzt gibt's hier nichts dafür zu sehen, aber naja. Weiter geht's. Halter, weiter. So, erster Rast am Eberplatz. Das ist hier so eine, weiß ich nicht, so ein bisschen multi-culti Neustadt-Atmosphäre. Ja, doch auf jeden Fall. Ja. Gibt's hier Datteln und das hält tatsächlich. Datteln sind nur weißgut süß genug. Datteln mit Glucosesirup. Mindestens halbbar durch 31.01.2016. Wie viel denn haben wir denn eigentlich heute, Chiara? Äh, 28. oder so. Okay, sonst sind die anderthalb Jahre überlagert. Ach ne, 18, oder? Ah, 18. Ja, da haben wir schweig gehabt. Aber den ganzen Zucker hat es wahrscheinlich so keinen Unterschied im Geschmack. Die schmecken echt mega mega süß. Ja, und dann gibt's noch hier ein paar getrocknete Tomaten und eine Flasche Wasser. Yeah. Da haben wir ihn gesehen. Erstmal den Rhein. Da konnten wir ihn und die Bianca. Da finden wir jetzt den Weg. So, das ist da rein. Das ist da rein. So, wir haben jetzt den Konstantin getroffen und die Bianca. Also das ist nicht die Bianca, das ist die Chiara. Ähm, und wir haben uns ein bisschen verquatscht. Es ist jetzt halb sechs. Äh, das Coole ist, ähm, der Konstantin hat uns einen Schlüssel für seine Wohnung gegeben. Und wir haben jetzt tatsächlich noch eine Schlafgelegenheit bekommen. Allerdings nicht in Leverkusen. Da wollten wir sowieso hin. Konstantins war jetzt nicht da, aber das sind jetzt noch, ja, das sind jetzt so elf, zwölf Kilometer. Und wir sind eigentlich jetzt schon schlafbereit. Und jetzt müde, schlafbereit, elf, zwölf Kilometer laufen. Das wird eine richtige Anstrengung. Und, ähm, ja. Herausforderung. Herausforderung, yeah. Aber, naja. Da ist halt irgendwie ein komischer Tag. Aber da waren wir schon. Wir pushen uns, wir pushen uns. Wir haben auch nichts mehr zu essen und zu trinken. Aber wir haben den Rhein. Wir haben unseren Livestore mit. Das heißt, wir werden auf jeden Fall, äh, zumindest nicht verdursten. Jo, das soll's für heute gewesen sein. Wahrscheinlich. Ne, es wird nicht heute. Ich werde dann noch schlafgemacht. Noch mal kurz filmen oder so. Und, ähm, ja. Also dann. Weiter geht's. So, wir überqueren grad den Rhein. Das ist ja hier nochmal. Ist ja echt schön gewesen, hier lang zu laufen auf der Seite. War sehr viel Grün. Sehr viel Wildkräuter waren hier. Und, ja, jetzt kommen wir auf die andere Seite. Die soll wohl nicht ganz so schön sein. Äh, das ist jetzt Köln-Mülheim. Das sagt mir gar nichts. Ähm, ja. Das ist jetzt auf der anderen Seite. Hier. Und dort geht's dann weiter Richtung Leverkusen. Wo wir dann ins Bewohnung reisen. Was ist da rein? Ja. Klara, wie geht's dir? Ich brauche was zu trinken. Klara brauche was zu trinken. Ich brauche was zu trinken. Ich brauche was zu trinken. Live-Straw nehmen und in den Rhein. Also du hast noch was. Okay. Na dann. Geht's auch ohne Live-Straw? Äh. 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 Wir sind noch 4,4 Kilometer. Und so beide ziemlich doll die Füße wehen. Wir sind ungefähr eine knappe Stunde noch. Und, ja, dann sind wir da. Auch von der Zeit her ist es halt schon fast um 8. Ah. Ich bin halt nervig, weil das ist eigentlich schon Schlafenszeit. Ja. Sag was. Prost. Angekommen in Leverkusen. Beim lieben... Äh. Konstantin? Genau. Schon vergessen. Ja. Der hat uns echt seinen Schlüssel für die Wohnung gegeben. Äh. Wir haben ihn in Köln getroffen. Und, ja, er ist jetzt ein paar Tage nicht hier in seiner Wohnung. Und, ja. Gibt uns einfach seinen Schlüssel. Und wir haben ja echt... Sind Andi gekommen. Und, ja. Da hat er noch ein bisschen Gemüse im Kühlschrank. Wo er gesagt hat, äh. Da jetzt immer taglich das können wir benutzen. Und, ja. Wir haben es einfach mal gebraten. Äh. Weil wir halt wirklich echt, ähm, ja. Einfach jetzt auch noch ein bisschen Fettigkeit wollen. Wollten das Kind in Salat und so machen. Wir haben einfach Gemüse mal gebraten. Und, ja. Wir freuen uns da total. Haben es noch schön angerichtet. Und, ja. Wir werden jetzt in Ruhe Abendbrot essen. Und dann selig schlafen. Und so gut schlagen wie noch lange nicht, glaube ich. In aller Ruhe. Ohne Druck. Frühs. Auf... Ja. Durchaus in der Schlafcouch. Also wenn es für Chiara ist, das meinte ich jetzt so gut wie lange noch nicht. Weil Chiara müsste ich mit dem Boden schlafen. Das ist nicht ganz so gut gewesen, ne. Die letzten Tage so. Der Waldboden ist halt schon weicher als so ein normaler Boden. Und bei mir ging es eigentlich. Ich schlafe mittlerweile ganz hart. Aber ich werde wahrscheinlich zusammen mit Chiara auf der Karte schlafen. Von Konstantin. Mal gucken, ob wir uns, äh, nicht kämpfen. Auf dem Platz. Ich kämpfe heute nicht. Ich schlafe. Wenn irgendwas ist, dann gehe ich einfach runter und schlafe unten nach dem Boden. Ja. Ja. Der Tag ist dann zu Ende gekommen. War irgendwie komisch angefangen. Sehr spontan eine Abreise. Und dann große Kilometeranzahl machen müssen. Und, ja, dann kam der liebe Konstantin. Und dann haben wir es noch durchgezogen bis Leverkusen. Und sind total glücklich und fertig. Ja. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag, wenn ihr das Video früh schaut. Ansonsten auch eine gute Nacht. Mhm. Und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss. So. Heute sind wir, starten wir von Leverkusen Richtung Solingen. Es ist, wir sind ungefähr heute nicht so viele Kilometer, 20 Kilometer sind es glaube ich. Aber es ist die pralle Sonne. Wir laufen in der Mittagshitze los. Es hat sich nicht anders ergeben. Dafür konnten wir heute mal ausschlafen komplett. Was auch ziemlich geil war. Und danke nochmal an Konstantin, dass er uns die Wohnung zur Verfügung gestellt hat. Und ja, jetzt 20 Kilometer in der prallen Mittagshitze. 33 Grad. Auf geht's. Na? Mhm. Hier ist gerade wie ein Paradies. Und wir sind noch. Ein Paradies. Wir sind noch in Leverkusen. Und hier ist so ein Wanderweg, so ein Waldweg. Ja, da führt ein Fluss lang. Verschiedene kleinere Wege. Das ist echt total schön. Vieles Wildgrün. Einfach schön. Also Leverkusen. Am Anfang so am Stadtrand. War so nicht so schön. Aber jetzt hier. Boah, total schön. Na ja, machen wir es weiter. Die Antonov A12. Der größte Doppeldecker der Welt. Hier an der Esseltankstelle. Sehr interessant. Und über der Esseltankstelle ist auch noch ein Hubschraubbär. Auf jeden Fall die interessanteste Esseltankstelle, die ich jemals gesehen habe. Und jetzt geht es weiter durch Leverkusen. Bei Aldi. Der liebe Chiara ist ein bisschen pissed, weil das kein Baum ist. Ja, es ist mega romantisch hier. Unglaublich. Was für eine Entspannung. Zum Glück hört man dich nicht, weil das Mikrofon ist auf das. Sie hat gesagt, das ist wirklich total entspannt. Und sie freut sich hier zu sein und beim Aldi nach Rast zu machen. Ja, und dann wurden wir mitgenommen. Weil ein alter Hertha gesagt hat, bei dem Wetter kann das doch nicht laufen. Und hat uns einfach mitgenommen. Sehr geil. Da kann man Führungen machen und so weiter. Ich weiß ja, ob die hin und wieder, wird eben halt zum Wochenende ein Gebot erwerb gewesen. Ja. Kleine Straßen, ja. Ach, sehr süß. Ja, hier muss man, da muss man kennen. Wir haben passiv getrampt gerade. Wir haben passiv getrampt. Wir sind lang gelaufen und da kam ein älterer Herr und er hat gesagt, Mensch, bei der Hälfte 35 Grad. Da könnt ihr doch nicht laufen. Ich nehme euch ein Stück mit. Und ja, ich habe Klara gefragt, wie es mir ausschaut und sie sagte ja. Und da habe ich auch gesagt, ja, okay. Und da hat er uns jetzt mitgenommen und nicht nur mitgenommen nach Solingen, wo wir hinwollten, sondern er hat uns noch so eine kleine Führung gemacht. Er hat die kleinen Türfarb gefahren, hat uns erklärt, was war. Und ja, richtig so eine geschichtliche, ja, so eine private Stadtrundfahrt durch Solinger Land. Es war genial. Es war total schön und es war, boah, es war einfach nur. Es ist halt, man zieht plötzlich solche Sachen an, wenn man selber irgendwie so lieb ist, dann zieht man doch immer mehr die lieben Menschen an, so habe ich das Gefühl. Und in den letzten Jahren bei mir vor allem. Früher wäre mir sowas, glaube ich, nicht passiert. Oder vielleicht war es auch die liebe Klara, die ihn angezogen hat. Ich weiß es auf jeden Fall. Er war total nett. Ja, total lieb. 77 Jahre und seit 50 Jahren verheiratet. Monogam. Ich hatte ganz viel zu erzählen. Ja, ich wollte mit ihm über offene Liebe reden, aber ich habe es dann zeigen gelassen. Das war, glaube ich, eine gute Entscheidung. Ja, ja. War echt schön, total. So ein richtiges Urgestein, sein Leben lang hier verbracht. Und wir haben halt echt viel erzählen können. Und ja, wir haben wirklich viel erfahren jetzt innerhalb dieser kurzen Fahrt. Da sehen wir, wie schnell zehn Kilometer sein können. Wir hatten jetzt hier locker noch zwei Stunden gelaufen. Und wir sind gerade mal so eine zehn Minuten, Viertelstunde gefahren. Und das war einfach schön. Die Füße tun trotzdem weh. Die Füße tun trotzdem. Ja, es war noch von gestern. Und auch die ersten zehn Kilometer heute bei der 35 Grad waren es dann. Schon ganz schön. Ich will sie schön sehen. Zumal wir oft einfach direkt in der Sonne laufen, weil halt keiner Schatten ist. Aber naja, so ist es. Aber jetzt sind wir in Solingen da und wir sind eingeladen von einem Tobias, den wir nicht kennen. Und ja, wir freuen uns. Wir freuen uns. Ja, na dann. Tschüss. So, und dann am Abend sind wir dann angekommen bei Tobias und seiner Frau. Und Tobias und seine Frau, die haben mich nicht weder durch Facebook kennengelernt oder durch YouTube, sondern, ja, der Tobias, das war noch ein alter Poco-Kollege, der ebenso wie ich die höchste Stufe damals an der Poco-Seite erreicht hat. Black Member hieß das. Und ja, war natürlich total interessant, dass ja eigentlich gar nicht so War Spirit-mäßig, sondern eben noch der alte Poco-Spieler da war und das Bild. Und ja, aber mittlerweile hat er dann auch recherchiert, dass ich jetzt auf Wanderung bin, fand das interessant. Und ja, so haben wir uns dann sehr schön zuviert unterhalten und ja, war ein wunderschöner Abend mit selbstgemachten Döner und Kartoffelspalten und Rohkostsalat und Melonen. Es war einfach wunderschön. An dieser Stelle nochmal ein riesen, riesen Dankeschön an die beiden, die sie aufgenommen haben in ihrem Gästezimmer und ja, einfach dafür gesorgt haben, dass wir wahrscheinlich morgen dann wieder erholt und in aller Frische weitergehen können. Oh, jetzt sind wir hier beim Tobias am Frühstück und da ist der liebe Tobias, bei dem wir nächtigen dürfen. Tiara isst auch gerade, was gibt's bei dir? Auch Äpfel und Banane. Und ja, und das ist ja das Idyll, was der Tobias sich geschaffen hat. Alles Holz, richtig geil. Und riecht vor allem so ein bisschen wie Sauna. Und die Temperatur heute wird wahrscheinlich auch wieder wie Sauna. So, doch man sieht alles. Man sieht uns. Wir sind jetzt wieder weg vom Tobias, der uns eingeladen hat und seine Frau. Und ja, wir gehen heute ganz planlos. Wir werden heute definitiv keine Übernachtung haben irgendwo, ja, als in der Wohnung. Sondern wir werden einfach Richtung Essen laufen und dann irgendwo unser Zelt aufschlagen. Und versuchen heute mal so ein bisschen, nicht so einen schnellsten Weg zu laufen, sondern halt immer zu gucken, wo es möglichst grün ist, wo ja, vielleicht am Fluss lang gehen oder so. Je nachdem, wie es sich in der Region hier, wie das funktioniert. Es gibt leider keine Wander-App, die wirklich die Wanderwege zeigt. Es gibt nur sowas wie Komoot oder sowas. Die zeigen Wander-Touren. Aber wenn man dann von Router, also von Punkt A zu Punkt B läuft, sucht der auch nur den schnellsten Weg. Und da gibt es nicht irgendwie die Option, so einen schönen Wanderweg zu suchen oder sowas. Muss man sich alles manuell selber machen. Also wenn ihr eine App kennt, die wirklich, wenn man von A nach B läuft, die wirklich guten Wanderwege sucht und das möglichst damit verarbeitet, dann sagt uns Bescheid. Die ganzen Wander-Apps, die ich so eingegeben habe, Wander-App eingegeben, alles dasselbe Prinzip. Nur Wandertouren und so ein Blödsinn. Aber nicht halt, ich will von A nach B und zeig mir bitte einen schönen Wanderweg dabei. Also falls ihr das kennt. Ja, ansonsten gehen wir jetzt los und mal schauen, wo es hingeht. Ist heute wieder passiert. Ja, und es sind nur 25 Grad heute. Der Himmel wird die ganze Zeit bedeckt sein. Es ist perfektes Wandretter. Es ist sehr angenehm. Eigentlich könnte man heute auch fast bis Essen 40 Kilometer durchlazen, oder? Ja, genau. Ja! Das ist eine schöne Ecke. So links. Wie der Baum hier seine Wurzeln. Das ist schräg auf dem Boden schlägt. Schaut euch das Wunder an. Es ist alles voller Steine hier. Eine Wand voller Steine. Und die Natur, die setzt sich einfach durch. Ja? Und es entstehen wunderschöne Pflanzenblumen. Es ist unfassbar wunderschön. Kann man die nicht essen? Hä? Kann man die nicht essen? Was? Schau mal den Baum hier an. Der läuft über der Straße hinweg. Und da wird dann quasi automatisch immer, da hinten war ein LKW, von den LKWs geschnitten, wenn die durchfahren. Das ist wie so eine Höhle. So eine Baumhöhle. Richtig geil. Die Harner Mühle. Und Chiara. Das jetzt hier, das ist die erste größere Steigung, die wir zu bewältigen haben. Scheint so ein kleiner Berg zu sein. Sieht man jetzt hier nicht so. Steigung ist schon recht ordentlich. Und ich habe vorher gelesen, dass wenn so eine Steigung kommt, dann sollte man den Tempo einfach nur wirklich minimieren. Dasselbe Kraftausatz wie vorher, Krafteinsatz wie vorher. Bloß halt ganz langsam. Und jetzt versuche ich echt bewusst, so eine Steigung Schritt für Schritt ganz langsam hoch zu gehen. Das ist halt so ein Tipp von erfahrenen Wanderern, wo ich auch immer stolz bin, dass ich meinen Tipp angenommen habe. Normalerweise mache ich ja immer die eigene Erfahrung und lerne da aus meinen Fehlern. Aber das hat sich instinktiv von Anfang an ganz gut angefühlt, dass man wirklich so eine Steigung Stück für Stück ganz in Ruhe einfach nach oben abwandt. Jetzt gibt es Frühstück. Das sind Gemüse- und Grünkernburger mit Olivenbrot, Gewies und einen Blutorangensaft. So, jetzt mal ein kleines Update zu meinen Schuhen. Die wurden mir geschenkt. Das sind die Soulrunner FX-Trainer. Ich verlinke euch die mal unten. Das sind für mich die besten Barfußschuhe, die ich bis jetzt probiert habe. Sie sind allerdings auch etwas teurer. Je nachdem. Ich suche euch mal ein billiges Angebot raus, was ich finde für den FX-Trainer. Aber für mich die besten Barfußschuhe. Einfach ein Grund, weil die hier vorne wirklich richtig schön breit sind. Und der Fuß hier drin sich wirklich total gut bewegen kann. Und die Problem sind halt relativ teuer. Und ich habe jetzt nun die anderen Schuhe für diese Barfußschuhe. Für 9€ beim Angebot bzw. 15€ diese Surferschuhe. Die sind auch geil. Aber die sind noch bequemer. Ob das den Preisunterschied von 100€ rechtfertigt sei weiter hingestellt. Ich hätte sie mir wahrscheinlich nicht gekauft. Aber der Alex, der hat mir die ja geschenkt. Und das jetzt so neben dem Barfuß ist das hier sozusagen meine erste Alternative zu laufen. Und ja, bis er eine Blase ganz am Anfang mal gekriegt. Ansonsten ist es jetzt wirklich sehr, sehr gut durchgekommen. Und ja, wollte ich euch noch mal sagen. Update. Die sind jetzt nach ungefähr 200km. Kann ich euch mal zeigen. Das sieht man schon. Die ersten Abnutzungen. Das sind jetzt 200km. Und ich vermute mal, die werden... Also die Leguano, die halt ungefähr 1000km. Ich gehe davon aus, dass die Solorona FX-Fänner ein bisschen länger halten. Beim letzten Mal habe ich nicht gemessen. Aber jetzt kann ich eigentlich genau sagen, wie viele Kilometer ich gelaufen bin. Und von daher, ja, wir werden es rausfinden. Wie gesagt, 200km sind es bisher ungefähr. Dann sieht das so aus. So. Ich habe mir jetzt mal die App Komode trotzdem wieder mal runtergeladen. Da gibt es ja so, neu registriert, da gibt es so ein kostenloses, wo du gerade bist, du kannst kostenlos navigieren. Und da habe ich es einfach mal probiert. Weil das Tolle an Komode ist, dass du halt ein paar Sehenswürdigkeiten direkt auf der Karte hast und da anklicken kannst und dann mit navigieren kannst. Da will ich es einfach mal Komode testen. Die Vollversion kostet halt 20 Euro, damit du die ganze Welt freischalltest. Ja, und jetzt gehen wir, sind auf dem Weg zur ersten Sehenswürdigkeit, den Berg rauf. Und zwar, die erste Sehenswürdigkeit heißt der polnische Hut. Und ich bin total gespannt, was der polnische Hut ist. Hat aber kein Bild dazu. Und wir laufen hier Berge hoch, nur um eben dann letztendlich zu dem polnischen Hut zu gelangen. Die erste Sehenswürdigkeit, die Komode gefunden hat, ist der polnische Hut. Vielleicht war das mal der polnische Hut oder vielleicht ist der polnische Hut die Tankstelle. Wir werden das jetzt nochmal genauer begutachten, weil wir sind jetzt ziemlich lange gelaufen, um zum polnischen Hut zu kommen. Die erste Sehenswürdigkeit. Hm. Schauen wir mal. Die polnische Mütze. Da hinten seht ihr, der den Tisch trägt. Das, was der hier drauf hat, das ist die polnische Mütze. Jetzt haben wir die erste Sehenswürdigkeit erlebt. Der war so gut. Die Komode schickt mich jetzt hier lang. Das war dann als Weg ausgezeichnet. Also da muss ich mal sagen, das würde wahrscheinlich Google Maps nicht restieren. Mh. Naja. Wird laufen nochmal eh lang. Zumindest haben wir jetzt die polnische Mütze gesehen. Das hier so ein bisschen Würstkirks, was Zecken angeht. Ähm. Ja. Komode hat ja so eigenartige Wanderwege hier. Muss ich mal so sagen. Ähm. Wird angezeigt als Wanderweg. Und ja. Zecken halten sich ja besonders in hohen Gräsern auf. Ich habe gerade so einen leichten Anflug von Panik. Es wird einfach nicht besser. Das läuft ja noch einen Kilometer oder so. Also ich tue ja schon immer abschütteln und so weiter. Und habe auch ein bisschen Zecken-Imprägnier-Spray auf meine Hose getan. Aber sicher fühle ich mich nicht. Und das nächste was scheiße ist. Meine Füße sind langsam nass, weil es geregnet hat. Und die Dinger sind nicht wasserdicht. Haaa. Ja. Ja. Ich weiß nicht. So richtig bin ich nicht begeistert für den Komode. Die polnische Mütze war ja noch ganz nett. Aber das nasse Zeckengras, das raubt mir sein wenig den Nerv. Aber naja. Heiter weiter. Am Wegesrand, am Feldesrand wahrscheinlich Raps. Ich habe das noch nie so gesehen. Es sind also so kleine Bohnen. Aber die Pflanzen dahinter sehen aus wie Raps. Also könnte das Raps sein. Ich habe es so noch nie gesehen. Finde ich eigentlich total schön. Wenn es kein Raps ist, dann schreibt mir mal was das ist. So die nächste Sehenswürdigkeit werden wir gleich erblicken. Nach der polnischen Mütze kommt jetzt das Haus Pock. Ich bin schon so irre gespannt, nachdem die polnische Mütze schon so ein Highlight war, was Kometen mir jetzt mit Haus Pock als nächstes kredenzen wird. Ich würde sagen, das ist bisher die ereignisreichste Tour auf der ganzen Wanderung. Haus Pock. Nur noch 300 Meter. Und ich werde es finden. Für euch. Haus Pock kommt sicherlich gleich. Aber hier habe ich etwas Interessantes gefunden. Erholungsgebiet Neandertal. Kehlst da bei euch? Neandertal? Neandertaler? Da sind wir jetzt. Wir sind im Neandertal. Das hat mir Komoot nicht gesagt. Aber das Haus Pock kommt gleich. Das wird ein gigantisches Haus sein. Wir werden es sehen. Und jetzt ist es soweit. Wir sind am Haus Pock angekommen. Ich kann es gar nicht erwarten, euch dieses Haus zu zeigen. Es ist tatsächlich ein Haus. Im Gegensatz der polnischen Mütze existiert. Es ist wirklich Haus Pock. Wer kennt es nicht? Im Neandertal gelegen. Und ja. Macht euch bereit auf einen optischen Leckerbissen, der seinesgleichen sucht. Haus Pock. Dafür sind wir jetzt 2 Kilometer gelaufen. Yeah. Haus Pock. Ich werde bekloppt. Boah. Bauhaus at its best. Ja. Nun geht es weiter zur nächsten Sehenswürdigkeiten. Ja. Hol dich jetzt erstmal wieder die Energie zurück. Ja. 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 Musik Privatgelände betreten verboten Lebensgefahr. Das Betreten des Grundstücks in jeder Aufenthaltsgemäß ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Hahn verboten. Jeder Zuwiderhandlung gegen diese Verordnung wird mit einer Geldstrafe bis 1000 DM geahndet. Ha! Wir haben ja keine DM mehr. Cool! Dann können wir hier lang gehen. Haut mal da unten. Das ist die nächste Sehenswürdigkeit. Caveman ist noch irgendwas. Auf jeden Fall ist, glaube ich, der erste Neandertaler aus dem Loch gekrochen. Geht dann schon auf zelten. Ja, da können wir zelten. Da können wir direkt, wo der erste Neandertaler das Licht der Welt erblickt hat. Das war genau hier. Genau an diesem Ort ist der erste Neandertaler rausgekommen. Hier. Diese Höhle. Diese Grube, die ihr seht, das nennt sich Grube 7. Das war einer der größten Kalksteinbrüche hier in der Region. Und die wird irgendwann dann trockengelegt. Und wir finden ganz, ganz seltene Tierarten ein Biotop, was kleines Gleiches in Deutschland sucht. Das steht zumindest hier auf der Tafel Naturschutzgebiet Grube 7. Und ja, hier in dem Gebiet, hier in der Grube 7, da gibt es halt solche Sachen wie Bachstelze, natürlich Graureiher, Wasserskorpione gibt es hier. Hier gibt es die Geburtshelferkröte, verschiedene Erdkröten, Bergmolche, Teichmolze, Molche, Ringelnatter, Lesbenspinne, Mauerbiene. Hier gibt es halt sehr, sehr viele Turmfalke, sehr, sehr viele Tierarten, die durchaus bedroht sind. Und die leben hier in diesem Biotop, in dieser Grube quasi. Und ja, die Grube an sich sollte nicht betreten werden. Ist halt wirklich ein Biotop, was sich selbst überlassen würde. Aber drinnen rum kann man wandern und halt reingucken. Finde ich richtig toll. Und hier haben wir ein super Beispiel dafür, wenn man eigentlich aus so einer alten Betonruine noch etwas Fruchtbares machen kann für die Touristik. Und zwar ist das das Steinbrecher Industriedenkmal. Das heißt wirklich so, ohne Scheiß, also man muss ja bei mir auch mal schauen, manchmal zähle ich Scheiß, aber oft meistens nicht. Auf jeden Fall, das ist das Steinbrecher Industriedenkmal. Wenn ich denke, einfach nur ein altes Stück Beton, ja, das ist jetzt das Steinbrecher Industriedenkmal. Und da pilgern die Leute halt hierher, wie ich, um das zu sehen. Das hat sich richtig gelohnt. Und deshalb gibt es auch die Videos, dass ihr wisst, wenn ihr hier in der Nähe seid, Steinbrecher Industriedenkmal. Ja. Ihr habt es auf dem Video gesehen, das muss reichen, glaube ich. Ah, nee, nee, nee. Ja, das Stock ist gerade in Wasser gefallen, aber er scheint noch nicht weggerissen zu sein. Da hängt er, da hängt er. Da liegt er. Todesmutig stürzt. Vielleicht erstmal Schuhe ausziehen. Vielleicht erstmal Schuhe ausziehen. Vielleicht erstmal Schuhe ausziehen. Kannst du auch deine Hand geben, dann halt ich dich. Ja, das ist vielleicht nicht so gut, wenn er dir jetzt wegrutscht. Gut. Alles klar. Wird es Chiara schaffen, auf die andere Seite zu gehen. Ein Leben lang hat sie davon geträumt, auf die andere Seite zu gehen. Heute ist es soweit. Zwischen ihr drei Meter reisender Wach. Spitze und geätschige Steine. Und die Untiefen. Die Untiefen des Neandertalflusses. Das ist schon die ersten Rundmenschen rumgekommen. Sie riskiert es trotzdem. Sie steckt sich Ohrstöpsel in die Ohren. Warum weiß Chiara selber? Sie glauben, sie macht es doch nicht. Es ist so ungeahnte Tiefen, die man gar nicht sehen kann. Was ist los? Willst du dich verarschen? Dann hänge ich hier. Das ist ja auch ein Actionvideo. Muss man was riskieren? Ja, nur im vorderen Ding da rum rein, das ist nichts. Geh da mal rüber. Komm, geh mal rüber. Es ist mir zu kalt. Ach, es ist so tief, zu kalt. Jetzt bist du vom Waschlappen. Was? Okay. Jetzt wird eine günstigere Stelle gesucht. Zum Überqueren des Flusses. Ja, das hätte ich nicht so gemacht. Man läppert die Technik raus, falls du stürzt. Genau. Oh ja, genau. Auch gut. Am besten, du ziehst dich doch komplett aus, falls du die Sachen hast werden. So. Auf geht's. Vorsicht bei den zwitschigen Steinen. Schritt für Schritt. Der Fluss ist nicht einsehbar aufgrund der Strömung. Das heißt, es kann urplötzlich mal mehr tief gehen. Rudriegel, Zitterahle, alles ist möglich im Neandertal. Was ist da? Das ist eine Ente, ja. Ich schuld lieber dich. Wenn dir jetzt was passiert, bin ich gerade schuld, weil ich sie überzeugt habe. Ich werde mir mein Leben lang nicht verzeihen. Oder zumindest bis morgen nicht. Meine Schuhe. Ja, die werden cool, die Surfer-Schuhe. Aber jetzt bin ich noch frei. Ich könnte es ganz gut ansehen hier. Der Balance ab 50 Jahre der ersten. Das ist nicht ohne, auf jeden Fall. Was glaub ich dir? Vielleicht solltest du mit vier Fies lockerer weitergehen. Mit vier, also wenn du die Hände runter nimmst, ist es gleich noch besser. Also eine Stuntfrau könnte das nicht besser. Ganz ehrlich. Das ist schon echt mindestens olivisch. Und jetzt einen Bauch hochheben. Du zerstörst die Architektur des Waldes, junge Frau. Jetzt ist aber jemand im Neandertal Fieber. Yeah. Und du? Ja, jetzt hast du dich nass gespritzt. Ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Mach mal die Augen an von den Bäumen. Schau mal die Gesichter. Na ja. Dann müssen wir jetzt echt langsam mal gucken, dass wir aus der Stadt rauskommen, um halt wirklich jetzt noch einen Platz zu finden, wo wir flippen können. Es wird echt eng, das erste Mal. Aber es ging ganz gut mit dem Laufen. Und, naja, schauen wir mal. Bis halb neun, jetzt haben wir ja Zeit, bis die Sonne untergeht. Und von daher, zur Not laufen wir einfach durch die Nacht durch. Auch gut. Wir haben unseren Zeltplatz gefunden. Wunderbar hier. Erstmal muss man durch Stickisch gehen. Und dann haben wir hier so einen Nadelwald. Laufen, wie es in der Nacht nicht drunter fällt. Ja, und werden dann einfach hier mein Zelt aufschlagen. Sehr geil. Und Cara, hast du schon Platz gefunden? Ja, hier. Ja, okay. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben heute an einem Platz geschlafen, der bisher für mich das schönste gewesen ist, weil er ist rundum mit ganz, ganz dichten Wald. Aber der Ort an sich ist einfach nur Waldboden, wo man keine Kröten zerdrücken kann oder keine Schlangen oder irgendwas anderes, sondern wo man halt einfach oder Spinnen oder irgendwelche Sachen kaputt machen kann. Sondern es ist einfach nur schöner, weicher Waldboden, wo, wenn man das in sein Zelt auch drauflegt, die kleinen Getiere halt unten drunter einfach weiterlaufen können. Und da habe ich einfach ein super Gefühl dabei. Und ja, war einfach eine wunderschöne Nacht. Wie war deine Nacht? Gut. Auch schön. Cara hat das erste Mal heute in diesem Winterschlafsack geschlafen und hat auch nicht gefroren heute. Konnte durchschlafen. Also, ja, also mit diesem Winterschlafsack, wer es ja, sag ich mal, frostanfällig ist, da sollte sich auch nicht davor scheuen, im Sommer mit dem Winterschlafsack zu schlafen. Weil, wie gesagt, guter Schlaf ist einfach das A und O auf so einer Wanderung. Das merke ich auch immer wieder, wenn ich gut geschlafen habe. Und früh dann aufstehe, vital, dann läuft es eigentlich ganz anders. Und das geht ja auch nicht anders. Gut. Heute wollen wir da essen. Wir haben keine Schlafgelegenheit in Essen. Bis essen sind es irgendwas zwischen 20 und 30 Kilometern. Und ja, dann müssten wir theoretisch nur aus Essen raus. Und das könnte heute eine richtig lange Strecke werden. Oder wir tun vor Essen einfach stoppen und sagen, hey, lass uns morgen dann zu Dessertlon gehen und je nachdem, wie es uns geht. Das werden wir spontan entscheiden. Gut. Wetter soll bedeckt werden und nicht regnen. Eigentlich perfekt. Dann gehen wir jetzt aus dem Wald und Richtung Essen. Ja. Jetzt geht es wieder raus hier. Aus dem wirklichen Dückestier. Aber extrem angenehm, extrem geschützt. Und da könnt ihr wirklich in aller Ruhe schlafen. Auch ohne, dass man irgendwie Angst gehabt hat, dass man entdeckt wird oder so. In Deutschland ist ja immer noch das Wild. Campen, wer das nicht weiß, verboten. Und naja. Das ist das Schöne an den nordischen Ländern. Da kannst du halt wirklich einfach draußen in der Natur campen. Und so sagt, tja, na was. Hier in Deutschland. Hier wurden heute Frühjahr zwar auch doch entdeckt. Mit dem Pferd, der hier durchgeritten ist. Wie gesagt, das Pferd muss ja eine Betonhaut haben, wenn das hier durchgeht. Das sind richtige Stacheln von Himbeeren, Brombeeren und so weiter. Hier, schaut mal an. Und da ist das Pferd heute hier durchgegangen. Mit der Pferde-Betreiberin sozusagen. Und ja, die hat halt gefragt, na um, was habt ihr hier gemacht? Und Chiara, oh wir haben gecampt. Morgen geht es weiter nach Essen. Oh, aufpassen hier. Das Pferd hat Durchfall. Oder ne, nicht Durchfall. Einfach nur. Oh, 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 oh. So. Ja. Und Chiara mit ihrer lockeren Art hat dann wahrscheinlich das entkräftet. Weil ich habe es durch das Zelt gehört. Das klang schon durchaus etwas kritisch. Das hat mir hier gemacht. Und ich dachte, oh, wir haben gezeltet. Nur eine Nacht. Und jetzt geht es weiter nach Essen. Und dann ist er auch weitergedackelt. Aber war es doch nicht so abgeschieden, wie wir gedacht haben. Naja, gut. Passiert halt. Das ist jetzt das, was es zu essen gibt. Und dann mein Wort zu Rohkost. Es ist für mich, und das habe ich jetzt auch gemerkt, nicht wirklich jeden Tag hier Rohkost zu essen. Weil ich habe zum Beispiel ganz speziellen Proteinhunger. Ich spüre das. Ich möchte Proteine. Und ja, ich gehe da nicht in den Wald und sammle Samen, bis ich dann die Proteine habe. Sondern ich gucke mir dann einfach hier so einen Veggie-Burger. Da sind einfach Proteine drin. Und ja, ich nehme Brötchen dazu. Und ja, damit das Rohkost schon dahin. Aber Calcium zum Beispiel ist jetzt Feigen. Ich habe halt so das Gefühl, dass ich relativ wenig Calcium genommen habe. Ich spüre natürlich viel im Kopf eine Rolle. Ich habe so ungefähr die ganzen Nährwerte der ganzen Lebensmittel im Kopf. Und habe ja schon seit zwei Jahren alles getrackt. Und deswegen weiß ich oder spüre zu wissen, dass mir hin und wieder was fehlt. Ja, deswegen gibt es jetzt nicht mehr einfach mit der Rohkost das zu erleben. Deswegen habe ich überhaupt kein Problem, da überhaupt nicht mehr Rohkost sozusagen zu mir zu nehmen. Und ja, ansonsten gibt es heute Tomaten. Es gibt jetzt eine Melone. Es gibt Rosen-Orangensaft. Und es gibt die Feigen. Und dazu halt Brötchen und diese Protein-Burger. Und genau, das ist jetzt zu sagen, dass ich jetzt esse. Ich habe ja noch nicht gefrühstückt. Das ist jetzt mein Frühstück-Mittagbrot. Und eventuell auch Abendbrot, wenn ich heute abends nicht mehr bekomme. Und ja, das reicht mir einfach mal. Die Brötchen habe ich mir halt bei den Brötchen genommen, wo halt Leinsamen dabei sind, um eben ein paar Omega-3-Fettsäuren mitzubekommen. Weil Omega-3-Fettsäuren sind das große Problem. Wie gesagt, deswegen habe ich immer geschaut, dass ich immer irgendwie Leinsamen da bekomme. Weil das ist das einzige von den preiswerten Dingen, die ich hier auch mal nebenbei schnabulieren und einkaufen kann. So, sehen wir da hinten Börth. Hier geht es zu Geburt. Das Straßenfeld in Börth. Oder alternativ geht es hier zum Friedhof, Waldfriedhof. Das heißt, hier ist beides ein. Und dann sind wir endlich in Essen angekommen. Guck mal, die ganzen Leichen. Alles Ameisen-Leichen. Oder vielleicht sind es auch noch Früchte. Hier ist eine ganz interessante Wohnsiedlung. Das nennt sich Barkhofenallee. Da sind ja alles so weiße Häuser und so ein bisschen, ja alles so flach und komisch nach hinten raus, dann hinten der Wald. Aber es scheint eine ziemlich elitäre Gegend zu sein, weil die Autos, die hier davor stehen, erkennt man es ziemlich deutlich, was hier abgeht. Auf jeden Fall sehr, sehr eigen irgendwie. Aber sehr, sehr angenehm. Irgendwie flach und irgendwie billige Bunkerlos, aber dann noch im ersten Blick. Irgendwie interessant. Barkhofen alle. Interessant. Das ist wahrscheinlich der Stadtteil Werden. Da sind wir jetzt hinten angekommen, durch Essen. Und wir gehen jetzt weiter über einen Fluss. Keine Ahnung, ob das da rein ist oder was auch immer. Und weiter in die Stadt. Wir müssen noch neun Kilometer laufen bis dieser. Und dann müssen wir wieder aus der Stadt rauskommen und einen Schlafplatz hin. Das ist ne Entenmama mit ihren fünf Enten. Entenkindern. Das ist süß. So, es geht jetzt auf um acht los. Und wir sind in Essen. Ich habe mal auf die Karte geguckt. Ja, Essen, Bochum, das ist alles nur eine große Stadt. Hier gibt es nicht mehr irgendwie so Stadtrand oder sowas. Zumindest für uns jetzt nicht erreichbar. Das heißt, wir müssen uns jetzt irgendwo in der Stadt Essen irgendwie einen kleinen Park finden oder sowas. Und ja, einfach versuchen da eins zu werden mit der Natur. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr flukey heute. Ich vermute mal, heute haben wir das erste Mal Kontakt mit Polizei oder sowas bekommen. Weil irgendwann sind wir müde und wollen schlafen. Oder nicht? Du denkst an das Gute. Es wird alles gut. Okay, na dann schauen wir mal. Mal sehen, ob wir morgen im Gefängnis aufwachen. Ich bin total gespannt. Das war heute echt ein sehr, sehr langer und belastender Lauf. Weil wir haben oft, die Strecke war sehr gleich von der Minutenanzahl. Und da haben wir uns für die Strecke entschieden, die etwas nicht auf der Bundesstraße war. Die Problematik war, Google Maps tut in der Zeitberechnung nicht den Höhenunterschied mit einfließen lassen. Und wir haben heute zwei Berge bestiegen und entsprechend total lang gebraucht dafür. Und das war so nicht einkalkuliert. Also von daher sind wir heute wahrscheinlich ungefähr 30 Kilometer. Wenn wir die Höhenmeter adaptiert auf die Dings 30 Kilometer gelaufen wollen, einfach nur noch schlafen. Aber in Desartland haben wir Kiaras Schlafsack bekommen. Also Kiaran hat jetzt endlich ihren Traumschlafsack und wenigstens das hat geklappt. Deswegen sind wir auch nach Essen gegangen. Und jetzt schauen wir uns in Essen rum, wo wir irgendwo unter einer Parkbank uns dahin bringen. Wie ist denn das wird schon? Mal gucken. War doch langsam dunkel. Bis dann. Und es geht weiter. Zwei Obdachlose auf dem Weg in die Schlaflosigkeit. Also ich habe beschlossen, wenn ich hier nichts zu schlafen bekomme, werde ich in irgendeinen McDonalds gehen und mich mit Cola zuballern und Videos bearbeiten und sonst was machen. Videos schreibe, mein Buch schreibe oder sonst was. Ich werde ja nicht irgendwo auf der Parkbank schlafen. Aber Kiaran will schlafen und wir treffen uns dann morgen früh wieder. Aber gemeinsam suchen wir jetzt erstmal noch, solange es hell ist noch. Es gibt noch ein Stück, wo so ein paar Bäume stehen, was ich auf der Karte gesehen habe. Das werden wir noch abgehen, ansonsten wird es heute nichts mit schlafen. So, wir sind jetzt sicher im Wald im Park. Ich muss ganz leise reden, weil da drüben ist schon der Weg. Und ja, wir sind jetzt zu zweit in dem Zelt und haben halt alles so feindlich angeknallt. Und versuchen dann zu zweit hier zu schlafen. Wir machen nicht das Überzelt rüber, sodass wir immer sehen können, wer uns sieht und dass sie uns sehen. Weil das Überzelt hat halt auch keine Tarnfarbe. Und von daher lassen wir es einfach mal so. Wir hoffen, dass es bald dunkel wird und dann probieren wir zu zweit in diesem 1,5 Mann Zelt zu schlafen. Naja, das wird lustig. Guten Morgen! Ich bin jetzt gerade aus meinem Traum von einem Schlafgemach aufgewacht und habe mich angezogen. Ich blende euch mal ein, wie es heute gewesen ist. Heute Morgen war es einfach traumhaft. Und ja, das schönste Aufwachen, glaube ich, jemals seit der Wanderung. Das war wunderschön. Ja, da ist mir so ein paar Gedanken durch den Kopf gegangen, während Claire noch ein bisschen geschlafen hat. Und einen möchte ich mit euch heute direkt am Anfang des Tages teilen. Und zwar eine Trivialität, aber die nicht oft genug gesagt werden kann. Und das sage ich mir und das sollte euch auch bewusst sein. Es ging darum, im Kommentar habe ich beantwortet, wo geschrieben wurde, du trinkst Orangenlimonade. Boah, jetzt muss ich mich nicht mal so stressen. Das ist toll. Und da geht es damit mit diesem Stress, den man sich tatsächlich macht, egal ob es eine Ernährung ist oder auch seiner eigenen Ideologie folgend. Ich bin nicht perfekt. Ich habe schon mal ein Video gemacht, ich bin nicht das Video. Ich rede häufig von dem Idealbild, von gewissen Situationen. Ich rede häufig von Zusammenhängen innerhalb unseres Geistes, innerhalb unseres Denkens. Und es kommt vielleicht manchmal so der Eindruck rüber, wo ich das eigentlich immer wieder ja auch negiere, dass ich selber dieses Idealbild erfülle. Aber das tue ich nicht. Das tue ich nicht. Ich bin nicht jemand, der komplett losgelöst von seinem Ego ist oder so. Ich bin jemand, der Sachen tut und der Sachen denkt, die nicht dem entsprechen, was ich gerne tun würde oder was ich gerne denken würde. Und entsprechend bin ich nicht perfekt. Und es sollte auch keiner von euch den Anspruch an sich tragen, perfekt zu sein. Man sieht die Dinge, man versucht sie zu realisieren. Persönlichkeitsänderungen sind sehr, sehr schwer. Das bedeutet, das geht über Jahre meist hinweg. Man braucht Geduld. Und es gibt tatsächlich, oder es gibt dann, wenn man sich in irgendeiner Sache so verbessert hat, wie man seinem Idealbild entspricht, dann, wenn man an diesem Punkt ist, dann gibt es garantiert noch tausend weitere Sachen, die man dann wieder verbessern kann. Und so ist man sein Leben nur mit der Verbesserung und mit dem Stress beschäftigt, nicht dem Idealbild zu entsprechen. Und das ist eine Sache, da müsst ihr euch von lösen. Und entsprechend auch dieser kleine Gedankenanschluss am frühen Morgen. Ich bin nicht perfekt. Ich habe viele Fehler. Ich gebe genug Angriffsfläche für Kritik und berechtigte Kritik. Und das ist aber gut so. Das ist gut so. Weil ich möchte nicht perfekt sein. Doch, ich möchte perfekt sein, aber ich habe realisiert, das ist falsch. Ich möchte schon perfekt sein, theoretisch. Aber ich werde nicht perfekt sein. Das ist nicht möglich. Das ist mir nicht möglich. Ich habe extrem viele Baustellen, an denen ich zu arbeiten habe. Wenn ihr mein Video noch nicht kennt vom Saulus zum Paulus, da solltet ihr euch das mal anschauen. Und viele dieser negativen Tendenzen in mir, die ich als negativ betrachte, die sind immer noch zugegen. Und wenn sie nicht im Tun, so denn sind sie im Denken. Und entsprechend, na, ist halt wie es ist. Ich arbeite an mir, aber ich arbeite zufrieden an mir. Und bin nicht unglücklich darüber, dass ich nicht perfekt bin. Ich habe es realisiert. Und das solltet ihr auch. Ihr solltet in euch gehen und ehrlich zu euch sein. Und sagen, hey, so wie ich jetzt bin, das ist gut. Das ist wirklich gut. Es gibt vielleicht noch Potenzial. Daran kann ich arbeiten und das dann auch tun. Aber nicht sich stressen. Absolut nicht. Stress, das habe ich auch schon ein Video gemacht, ist einfach der Katalysator für alle Zivilisationskrankheiten. Also dann wunderschönen Tag für dich, uns allen. Ich werde jetzt hier loslaufen mit Chiara. Heute geht es nach Bochum. Dort treffen wir jemanden. Ich glaube, den Simon heißt der, der uns die geilste vegane Eisdiele in Bochum zeigen möchte. Und bei dem wir dann auch schlafen werden. Und ja, da werden wir jetzt loslaufen. Chiara macht sich auch gerade bereit. Und dann kann es losgehen. Guten Tag ist das Frühstück. Und heute habe ich einen ganz speziellen Hunger gehabt. Und zwar ein Spargel. Dass man nicht selber gucken kann, musste ich ein Glas kaufen. Aber habt ihr eine Idee von euch, was im Spargel drin ist, worauf ich einen richtigen Heißrung entwickeln konnte? Mir fällt gerade nichts ein an Mineralstoffen oder Vitaminen, was da speziell im Spargel drin ist. Aber ich habe es gesehen und gesagt, den muss ich jetzt essen. Irgendwas fehlt mir da drin. So, jetzt gibt es Frühstück. Der Rohkostgott hat zugeschlagen. Schwere Verletzungen passiert beim Ausschneiden von Nichtrohkost. Tja, da habe ich sofort die Quittung gekriegt. Und jetzt lasse ich mir die Bürger schmecken. Beziehungsweise Chiara. So, und da hinten ist dann auch Bochum. Also in der nächsten Ausfahrt laufen wir dann runter und dann sind wir in Bochum. Und dann ist unser Tagesziel erreicht. So, jetzt möchte ich euch darüber informieren. Heute gibt es wenig Eindrücke auf dem Wegesrand. Weil wir halt, wie gesagt, viel auf Straßen, auf großen und schnellen Straßen laufen. Deswegen mache ich eher so Gedanken. Ich bin dankbar, dass Chiara mit mir läuft. Denn Chiara ist ein wunderbarer Meister, wenn es darum geht, mich in Geduld zu üben. Es gibt Trinkpausen. Es gibt Trinkpausen. Es gibt Kackpausen. Es gibt Umziehpausen. Es gibt Gesprächspausen. Es gibt Ausruhpausen. Es gibt Fußpflegepausen. Und es ist ein wunderbares Mittel für mich, Geduld zu üben. Wir befinden uns auch gerade wieder in einer Pause. Und ich habe Geduld. Ich mache gerade Pause. Wir sind gerade in Bochum. Und die Chiara beschäftigt die Frage, was das hier ist. Wenn das einer von euch weiß, dann sagt uns das bitte mal. Also ich habe aufgrund der Plastik irgendwie für eine Türenage oder sowas plädiert. Chiara meint eher, dass die Bäume nicht dicker werden sollen oder so. Wenn ihr wisst, warum das hier dran gemacht wird, das sind sehr, sehr viele Bäume hier. Dann sagt mal Bescheid. So, Christian probiert jetzt hier. So ein Turm mit Glungeln. Das ist natürlich immer die Problematik bei Barfußlaufen. Wenn hier sehr, sehr viel Glas ist, muss man halt wirklich ganz genau schauen. Wenn man hier einen Schritt hinsetzt. Aber sowas ist nicht häufig. Also ich war schon in Köln komplett unterwegs. Genau. Und auch an Essen. Gibt es hin und wieder mal so Stellen. Aber sonst ist eigentlich alles cool. Aber das ist das, worauf die meisten Angst haben. Alles kommt so selten vor. Und wenn man da erstmal eine Lederhaut gebildet hat, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn man da mal ein Glas rein tritt. Das kommt gar nicht durch. Das sieht schon ganz gut aus. Aber bloß unten ein bisschen. So. Und jetzt gibt es abends eine Mahlzeit. Und ihr seht schon vom Terrain. Ich bin hier eingeladen vom Simon. Und da kann ich und Chiara heute wieder eine Nacht hier, erstmal haben wir schon geduscht. Unsere Wäsche wird auch gewaschen. Und jetzt hier ganz relaxt auf Bochum schauen. Die Stadt, die mich bisher noch nicht wirklich begeistert hat. Aber ja. Simon und sein Freund Marius haben sich schon ein bisschen dran gearbeitet. Zumindest die Menschen hier, wo ich reinkommen bin in die Stadt, das war doch eher so ein bisschen ernster und so weiter. Da jetzt ein bisschen locker halten. Das ist mein Bild von Bochum etwas aufzulockern. Morgen geht es noch zu Ariana. Dann denke ich mal, wird Bochum die geilste Stadt der Welt. Wir sind jetzt hier beim Simon. Und der Simon hat mich zu sie eingeladen, bzw. uns eingeladen, die Chiara und mich, um dass wir bei ihnen übernachten können in Bochum. Und wir haben ihn gestern getroffen an der Eisdiele. An einer veganen Eisdiele. Wie hieß die? I'm love heißt die. I love. I am love. I am love. I am love. Ich bin Liebe. Genau. Geil. Ich hab nur love gelesen. Auf jeden Fall. Und die haben ziemlich geiles veganes Eis. Und unter anderem nicht nur diese Fruchtsorten, was jeder Eisdiele hat, diese Sorbet. Sondern die hatten Liquors. Das ist so Snickers auf vegan. Und sie hatten vegane Schokolade. Magadana. Magadana. Magadana Schokolade. Und das hat echt mega geil geschmeckt. Das nochmal so als Hinweis. Die Bergstraße 2. Richtig? Boah, die Straße weiß ich gar nicht. Ich hab bei Google geguckt und hab sie dann geschickt. Ja, ja. Die Bergstraße 2. Also absolut zu empfehlen, wenn man in Bochum ist. Auf jeden Fall. Wie kommt es dazu, dass du gesagt hast, hey Christian komm mal vorbei. Wie es dazu gekommen ist, ja. Also ich hab einen Kommilitonen, guten Freund. Mit dem hab ich jetzt länger geplant, dass wir wandern gehen. Und dann haben wir irgendwie so was. Wandern? Ja, wir gehen wandern, genau. Cool. Ja, ich fang ein bisschen so an. Da haben wir drüber gesprochen, das zu machen. Und dann hat er mir einen Youtube-Kanal empfohlen. Und er hat gesagt, er kennt da jemanden, der da auch so ein bisschen thematisch drüber macht. Und der erzählt. Und dann hat er gesagt, ja so ein Großhaar mit Rats und so. Ich so, ich glaube den kenne ich. Das ist der Christian. Das war ganz witzig. Ja. Dann haben wir uns dann irgendwie... Ist das dadurch eigentlich nochmal ein bisschen inspiriert worden. Wir wurden dadurch gefestigt. Und dann hat er mir geschrieben, ja Deutschlandwanderung, die kommen im Ruhrgebiet vorbei. Lad die doch mal ein, ja. Und dann hab ich gedacht, dann wäre ich dann die Christian. Ja, aber ein. Sehr geil, sehr geil. Ja. Genau, der Marius war ja gestern auch dabei. Das hast du ja auch kennengelernt. Ja. Jetzt haben wir vor, nächste Woche... Jetzt haben wir vor, nächste Woche einmal eine Probe-Wanderung zu machen. Ja. Haben ja schon viele Tipps von euch gekriegt. Mhm. Sehr inspirierend. Und dann wollen wir im Juli und August nochmal mein Heimator wandern. Das sind knapp 100 Kilometer. So. 100 Kilometer ist fast die Strecke, die von Trinsten nach Leipzig. Also das ist so, ja eine gute erste große Wanderung. Wo man schon mal so ein bisschen, ja, weiß wo man steht, sag ich mal. Nach 100 Kilometern. Ja, aber auch als Ungeübter. Auch als Ungeübter kann man es halt leisten. Ich hab's ja auch hinbekommen, ja. Also deswegen Hut ab Jungs, das kriegt er schon hin, denke ich. Jawohl. Ja, Wandererfahren sind wir tatsächlich noch gar nicht so. Also wir laufen mal zur Uni. Das sind so, keine Ahnung, zwischen 5 und 10 Kilometer. Das machen wir mal ab und zu. Und auch sonst treffen wir uns und laufen einfach ein bisschen durch Bochum. Gehen halt dann zu Eisdiele, essen an Eis und laufen durch den Park und sowas. Dann machen wir die ersten Erfahrungen, belasten uns schon mal so ein bisschen und bereiten uns drauf vor. Und du hast Kommiliton, du studierst? Ja, ich studiere, genau. Hier in Bochum studiere ich Heilpädagogik. Heilpädagogik. Und inklusive Pädagogik, ja. Ah, okay. Und bei Heilpädagogik, also du wirst wahrscheinlich auch in den Bereichen arbeiten wollen oder ist das ein reines Interessensstudium? Also ich bin ein gelernter Erzieher und das ist eigentlich ein Interessensstudium quasi. Also ich habe es nicht aus finanziellen Gründen oder so gemacht. Es ist vom finanziellen Aspekt her jetzt ja nicht so, dass man einen großen Sprung durch dieses Studium irgendwie macht. Und ja, deswegen ist es eigentlich aus Interesse, um mich fachlich weiterzuentwickeln und da irgendwie auch noch einen theoretischen Hintergrund zu kriegen. Und natürlich auch in das Studentenleben zu leben. Ja. Sonst wäre auch das ja zum Beispiel gar nicht möglich gewesen. Ich hätte jetzt wahrscheinlich arbeiten müssen, ja nicht in diesem Kreis gefangen gewesen wäre quasi. Ja, das stimmt. Also für die jüngeren Zuschauer unter Euch, es sind ja immer mehr, die auch jünger sind und hier zuschauen, das Studentenleben ist halt wirklich sehr sehr angenehm. Und es war auch für mich persönlich die schönste Zeit meines Lebens, weil Du halt konfrontiert bist, positiv konfrontiert mit Menschen, die ganz stark diese Power noch haben, diesen Idealismus tatsächlich was bewegen zu wollen. Tatsächlich die Welt ändern zu wollen, tatsächlich ihre Kindheit, die ja oftmals mit Problemen belastet ist, aufzuarbeiten und sagen, hey ich möchte es anders machen. Und deswegen Studentenzeit total inspirierend. Man hat viele Freiheiten. Man hat das erste Mal auch so ein bisschen raus aus dieser Schule und eventuell noch vorgelagerte Ausbildung oder so oder Arbeit, je nachdem wann man die Ausbildung macht. Und das ist erstmal so ein bisschen Freiraum auch dicht zu entwickeln. Und das ist ganz ganz große und wichtige Zeit. Also wer die Möglichkeit hat, Abitur gemacht hat, dafür ist Studium echt gut. Und den Schein dann zu machen, gut okay, den Zettel, vielleicht brauchen wir den oder nicht, aber einfach die Zeit genießen. Ja, würde ich auch so unterstreichen und auch sagen, wenn ich jetzt alles Fachliche vergesse, alle Theorien, alles sowas, hat mich die Zeit trotzdem geprägt. Einfach für mich selbst und für die Zeit, die man einfach für sich selbst auch hatte. Ja und es hat auch so, ich muss sagen, ich genieße das total hier in Deiner Wohnung. Das ist ja Studentenbude halt. Deswegen, ich selber, wir sind ja 2 Quadratmeter auseinander, das habe ich jetzt ähnlich so wieder gestaltet. Ich habe ja tatsächlich schon in größeren Wohnungen und fertig, alles so groß und viel Inventar und halt so perfekt und immer größer, besser und so weiter. Aber so eine kleine Wohnung, einfach so eine ganz kleine Wohnung, das Nötigste da hast, immer griffbereit. Alles wirklich hat zwar so seine Ordnung, aber es muss jetzt nicht pieksauber überall sein und das ist halt einfach das Essentielle. Das gibt auch die Möglichkeit, sich halt zu entfalten und sich nicht die ganzen Tage um die Wohnung kümmern zu müssen. Deswegen genieße ich das hier, dieses Flair ganz besonders hier bei Dir. Ja, das freut mich. Habe ich auch tatsächlich drauf geachtet. Ich wollte mir keine 50, 60 Quadratmeter Wohnung nicht auflasten, so quasi. Sondern erstmal, ja, ein bisschen klein. Das sind jetzt 26 Quadratmeter und es ist eigentlich, ich sehe alles, was ich hier rumverteilt habe. Weil es ist, wie Du sagst, nicht pico, bello, alles sauber, aber es hat seine Ordnung für mich. Und mein Wort zu der Stadt, wo wir jetzt sind, in Bochum. Ich habe jetzt in Bochum nur die Jahrhunderthalle gesehen, da hast Du gesagt, das ist so eine Festivitätenhalle. Genau, und der Westpark, der da ist, der Rasen und so. Da wird da im Sommer auch viel gegrillt und sowas. Und da sind dann ja so Partik wie Jungen vom Fußball und sowas halt auch. Also da läuft eigentlich immer irgendwie was. Und gibt es sonst zu Bochum irgendwie was zu sagen, wo Du sagst, hey, da könntest man vorbeischauen oder dafür steht Bochum? Oder was ist da ein Eindruck von Bochum? Sag mal so ein bisschen was zur Stadt. Ja, kommt drauf an, ob man sich für das Kulturelle interessiert. Halt die Historie, das ganze Bergbau, Bergbaumuseum kann ich da empfehlen auf jeden Fall. Ansonsten, wenn man ja jünger ist und hier in diese Richtung kommt, dann will ich das Bermuda Dreieck empfehlen. Ja, da war ich vor drei Jahren mal, da war so eine Currywurstbude, aber jetzt haben die vegane Currywursts? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube tatsächlich nicht, aber es gibt das Blondies, da gibt es vegane Currywursts tatsächlich. Okay. Ja, das kommt dann wieder beim veganen Fastfood, okay? Ja. Und sonst Bochum? Ja, es gibt viel zu sehen. Es gibt auch tatsächlich relativ viel Grün, muss man sagen. So der Kämmerer See, der ist ganz schön, da kann man ganz gut hinfahren. Dann viele Parks auch. Und ansonsten ist halt das Ruhrgebiet auch quasi wie eine große Stadt. Das ist ja nicht so, dass man jetzt hier Fetzen bohren muss, sondern man ist zehn Minuten in Essen, man ist in zehn Minuten in Dortmund. Ah, zehn Minuten in Dortmund? Also das ist gar nicht so weit. Ja, zwölf Minuten ist das Bezug, glaube ich. Ja, ungefähr. Okay, das gibt was. Weil das wäre wahrscheinlich die nächste Stadt, in der wir sozusagen nächtigen. Wenn wir in Dortmund nächtigen, ich habe noch gar nicht nachgeguckt, ob wir in Dortmund jemanden haben, der uns sozusagen aufnehmen möchte. Ansonsten würden wir am Stadtrand in Dortmund sein. Und das ist ganz interessant, wenn wir das in einen Tag schaffen würden. Also ich habe gedacht, doch, die sind ein bisschen weiter weg. Ja, ich schätze, also mit dem Zug sind es halt, wenn wir eh sind es halt zwölf Minuten. Ja, das ist halt die Frage. Aber es wäre nicht länger als dann 20 Kilometer sein, denke ich. Würde ich auch schätzen. Also ich meine es ein bisschen weiter als Essen entfernt. Mal sagen es ja. Aber ungefähr. Es ist jetzt kein. Und lass uns nochmal zu deinem Studium zurück. Generell Pädagogik, Erziehung. Du bist Erzieher. Das ist das erste, was du gelernt hast. Ja, genau. Erzieher. Und jetzt noch Heilpädagogik drauf. Das heißt, da ist schon der Wunsch auch vorhanden, den Kindern oder den jungen Menschen was mitzugeben und die Welt wahrscheinlich zu prägen. Und was sind denn da so deine Vorstellungen oder deine Ideale, mit denen du da rangehst? Also wo siehst du jetzt zur Zeit vielleicht auch so ein bisschen Mangelzustände, wo du sagst, hey, da würdest du gerne was tun. Weil irgendwo muss ja die Intention heraus erwachsen, warum du das getan hast. Also es geht darum, als Erzieher habe ich halt im Kindergarten ganz klassisch gearbeitet, habe da meine Gruppe gehabt, 25 Kinder, 20 Kinder ungefähr mit einer Kollegin. Und man hatte halt die Bedürfnisse der Kinder rangehen, aber man konnte nichts tun. Also man hat gesehen, der braucht vielleicht mehr Aufmerksamkeit, mit dem möchte ich was du bist. Und es geht nicht, weil es war einfach zu wenig Personal zum Beispiel da. Und in der Heilpädagogik ist es so, es geht mehr um Systeme, die geschaffen werden, um diese Kinder auch aufzufangen. Dass es halt inklusiver wird und integrativer wird, dass man diese Kinder nicht irgendwie mit durchzieht, sondern dass man wirklich auf diese Kinder eingehen kann. Und das ist einfach auch so ein bisschen der Grund gewesen, wieso es auch in Richtung Heilpädagogik ging. Also ich arbeite jetzt zum Beispiel mit autistischen Kindern, wo ich eine 1 zu 1 Betreuung mache. Und das ist halt perfekt. Das ist genau das, worauf ich Lust habe. Ich möchte halt nicht so dieses Halbherzige, dass ich sehe, oh ja, der braucht das. Da kann ich vielleicht mal fünf Minuten mit ihm reden und ein bisschen was ihm geben. Aber in der Heilpädagogik ist es halt so, wenn es ideal läuft, dass man da wirklich bessere Zeiten auch hat, bessere Rahmenbedingungen. Also dieses 1 zu 1 ist ja auch die Idealvorstellung. Das ist ideal, ja. Aber ist das in der Heilpädagogik Standard oder ist das natürlich auch größere Gruppen? Nein. Da gibt es auch größere Gruppen natürlich. Also es gibt zum Beispiel halbpädagogische Kindergärten. Das ist jetzt nochmal was anderes, aber da hat man zum Beispiel im Schnitt acht bis zehn Kinder und zwei bis drei Erzieher oder Heilpädagogen. Man hat halt einfach bessere Rahmenbedingungen. Natürlich sind das auch Kinder, die Behinderung haben oder halt irgendwie in irgendeiner Form eine Beeinträchtigung haben. Und wie ist es eigentlich so, wenn ich an Pädagogik denke, wenn ich an Schulen denke, wenn ich vor allem an Kindergärten denke, also wo so klein die Kinder werden, da ist der Anteil der Frauen immer enorm hoch und kaum Männer. Und deswegen ist es gerade für die kleinen Jungs auch immer wichtig, auch Männer zu haben. Wie ist das bei euch? Ist das gleich jetzt mittlerweile verteilt in der Heilpädagogik Studium? Nein. Das Studium waren, meine ich, 60 haben angefangen und wir waren fünf Männer. Ja, also das ist krass. Also deswegen auch der Aufruf auch wieder an die Jüngeren oder vielleicht an die Leute, die sich vielleicht über die Ausbildung hinweg noch weiterqualifizieren wollen. Ich merke jetzt immer wieder, dass die Jungs halt ganz besonders eine Affinität haben zu Männern in der Erziehung. Und dass das dann halt eben schön ist, wenn halt auch Männer sich in die pädagogischen Berufe gehen. Ja, Gera? Ja, ich habe auch im Kindergarten mehrere Monate gearbeitet in den unterschiedlichen. Das Ding ist, es gibt sehr viele Alleinerziehende Mütis und die brauchen halt einfach die Anerkennung von der männlichen Person. So, guck mal, ich habe jetzt eine Burg gebaut oder so halt. Oder kannst du mal mitlaufen? Ich will jetzt das Sportgerät ausprobieren oder so eine Sachen halt. Und dafür sind halt Männer, also ich habe es gemerkt, in dem einen Kindergarten gab es tatsächlich einen Mann, der die Ausbildung dual machen wollte. Und der war total beliebt halt so, weil viele Alleinerziehende Mütter halt sind und da gibt es halt keinen Männerpart. Und deswegen ist es eigentlich auch so wichtig, weil Männer können den Kindern auch was ganz anderes geben. Eine Art von Stärke und Zuspruch und also auf eine andere Ebene, wie das eine Frau macht halt. Und deswegen ist es eigentlich total wichtig, tatsächlich mehr Männer im Beruf zu haben halt so. Deswegen super. Ja, was ich da noch so sagen kann ist, was da auch interessant ist, das Männerbild einfach. Ich habe so zum Beispiel bei Alleinerziehenden Müttern, wo die Jungs waren, die haben ja so dieses klassische Männerrollenbild, haben sie so nicht, weil sie den Vater zu Hause nicht haben. Und da kommst du oft auf, dass es dann Superhelden sind zum Beispiel. Und messen sich dann halt an Mookies und so weiter, ne? An Kraft und so. Weil es vielleicht auch mal ganz gut, dass man einfach ein männlicher Erzieher im Kindergarten oder in der Grundschule auch ist, ein Lehrer dann einfach, der denen auch vielleicht ein bisschen was vermitteln kann. Das ist vielleicht nicht nur das Helden-Superbild. Genau, genau, genau. Das finde ich, wie es ja auch in meinen Videos immer so sage, klar, Männer und Frauen haben Unterschiede, aber so ein Stereotyp, wie wir das auch wahrnehmen oder wahrgenommen haben in unserer Kindheit, wie du schon sagtest, der Superheld und der Hulk auf der einen Seite und die Hausfrau und Mutter auf der anderen Seite. Ja genau, das ist halt, gerade weil ja wenn du Alleinerziehend bist, dieser Part, der nicht da ist, überidealisiert wird. Da sehen wir das, das Gras ist viel grüner beim Nachbarn und wenn du keinen Papa hast, dann ist der Papa das Große und so weiter. Wenn jemand einen Papa hat, dann erkennt man, dass der auch seine Fehler hat und dass der vielleicht auch weich ist, dass der auch weint oder was auch immer und da entsteht etwas realistischeres Bild. Und ja, da sind wir bei der Problematik der Alleinerziehung und warum es dazu kommt. Aber das würde jetzt zu weit führen. Auf jeden Fall, wie gesagt nochmal mein Aufruf, also wirklich, gerade Männer, bitte auch in diese Berufe reingehen, in die pädagogischen Berufe und nicht nur Gymnasien und so weiter. Ich kenne das an mir selber. Ich tue auch lieber mit Kindern arbeiten und habe mit Kindern gearbeitet. Ich habe ja über 15 Jahre ehrenamtlich in dem Bereich Betreuung von Kindern gearbeitet, im Sport. Mit denen du schon reden kannst und so ein bisschen, ja, und diese Gefühlsebene und diese, das ging mir damals nicht so. Und deswegen verstehe ich auch viele Männer. Aber das ist halt einfach nur die Problematik, dass ich in meiner Kindheit und Jugend halt eben auch diese Stereotype gelernt habe. Und ein Junge muss stark sein und der Indianer kennt keinen Schmerz und diesen ganzen Blödsinn. Und ja, wie gesagt, die geistige Evolution geht voran, dank YouTube auch. Und vielleicht auch dank dieses Interviews mal wieder ein bisschen neue Menschen kennengelernt. Und dann sind auch insbesondere wegen der Pädagogik und männlichen Parts, dass da vielleicht wieder was passiert. Ja, also Simon, ich danke auf jeden Fall, dass wir hier sein dürfen. Sehr gerne. Weil wir die Zeit genießen heute auch noch ein bisschen, bevor wir dann weiterziehen. Und ja, wir sagen, verabschieden wir uns dann. Ja, was ich aber noch sagen möchte, wo du gerade sagst, neue Menschen kennenlernen, für mich seid ihr auch quasi neue Menschen. Ich kenne euch von YouTube. Allerdings kann ich sagen, ihr seid so, wie ich euch auch bei YouTube kennengelernt. Also authentisch, kann ich auch zu den Zuschauern einfach so sagen. Schön. Ja, das hat mich gefreut. Ich habe neue Menschen kennengelernt, die ich durch YouTube kannte. Aber es hat sich nochmal bestätigt, dass auch im Realen so zu sehen. Ja, okay. Schön. Ja, gerne. Alles klar. Also, danke. Dann können wir verabschieden wir uns gemeinsam. Ich wollte einen Küsschen geben. Ach so, okay. Das ist lieb. Danke. Wir kommen trotzdem, wir uns alle verabschieden. Also dann, macht's gut. Tschüssi. Ciao, ciao. So, Christian ist am Manteln. Er schlingt eine Melone hinter sich, wie ein wildes Tier. Das ist die zweite Hölle. Das ist nur 1,84 bei Aldi. 1,84 zu der Melone zur Zeit. Leute, ich sag euch, das ist Esskultur. Ratz-Ratz ist die weg. Der Fußboden klebt. Alle sind glücklich. Die Leute sind informiert und können es ausmachen. Ja. So, und währenddessen ist Chiara mal schnell rüber gegangen zum Döner-Mann und hat sich ein paar Pommes geholt. Leider waren die Sachen noch nicht trocken und da hat sie die Sachen vom Simon angezogen. Und ja, stilistisch, Chiara kann alles tragen. So, und heute bleiben wir in Bochum. Wir sind jetzt sozusagen beim Simon raus und werden jetzt erstmal, ja, kurz vielleicht irgendwo noch eine Kleinigkeit essen. Da gibt es so ein Bio-Haus hier in der Nähe. Da werden wir hingehen und, ja, ein bisschen feiern sozusagen den Tag. Das ist ja Pfingsten vor der Tür. Da müssen wir noch ein bisschen feiern. Und dann werden wir... Mein Geburtstag. Ja, dein Geburtstag ist ja auch, ja. Sehr wichtig. Und auf jeden Fall, ja, und dann gehen wir dann zu Ariana heute, die glaube ich noch nicht da ist, wenn ich das richtig verstanden habe, die uns aber ihren Schlüssel gibt. Und ja, da freuen wir uns schon total. Oh, wir kriegen gerade eine SMS, eine WhatsApp von Ariana. Sehr, sehr schön. Auf jeden Fall, genau. Und ja, wir werden dann heute Abend schön ruhig machen. Wahrscheinlich zu zweit. Und morgen wird dann Ariana zu uns stoßen. Die hat morgen glaube ich noch eine kleinere Prüfung. Und ja, nochmal sehen. Also wird ein relativ relaxter Tag. So, ich bin hier in Bochum und bin jetzt mit der Petra zusammen. Wir waren hier in so einem Bio-Haus, in so einem Bio-Laden und da stand die Petra davor und hat uns gefragt, ob wir unterschreiben gegen, ja, gegen Monsanto, aber dieses Glyphosat. Glyphosat. Ja, ihr kennt die Thematik ja von meinem Kanal schon zu Genüge. Und von daher, ja, habe ich natürlich gerne unterschrieben. Und warum machst du das? Also warum stehst du hier und machst das? Hast du selber persönlichen Bezug zu Glyphosat? Hast du irgendwie Durchschädigung oder hast du einfach sagst, du willst was tun? Oder wie bist du dazu gekommen jetzt zu stehen? Also ich habe jetzt in letzter Zeit habe ich immer mehr das Gefühl, wir müssen langsam aktiv werden. Das geht nicht mehr nur, dass wir sagen, es werden die falschen Leute gewählt. Und deshalb ändert sich eben in der Politik nicht. Es gibt, ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die was anders haben wollen. Und ich glaube, wir müssen einfach was tun. Das Problem ist immer, dass man sich so alleine fühlt und deshalb macht man dann nichts, wo man so denkt, ja, alleine kann ich sowieso nichts ausrichten. Und ich habe jetzt in letzter Zeit eben angefangen. Es gibt diese Internetplattform, WeMoveEurope. Da gibt es einen Aufruf. Verlinke ich euch unten? Bitte? Ich habe nur gesagt, verlinke ich euch unten. Das tue ich gleich als direkten Link, damit ihr draufklicken könnt. Ja, gut. Das ist eben eine europäische Petitionsplattform, wo man eben zum Beispiel gegen Glyphosat unterschreiben kann. Und die forderten einen auf, Akzeptionspakete anzufordern. Und irgendwann schrieben sie mal, sie kriegen das nicht mehr geregelt, stellten aber diese Unterschriften letzten rein. Und die habe ich mir ausgedruckt, 100 Stück. Und wenn ich jetzt diese letzten Zettel voll habe, dann habe ich 400 Unterschriften gesammelt. Geile Sache. 400 Sachen. Und insgesamt braucht man eine Million? Ja, genau. Insgesamt braucht man eine Million. Das Problem ist natürlich nur wieder, dass ich nicht weiß, wie die Parlamentsverteilung in Brüssel ist. Ah, okay. Also in Brüssel würde das dann europaweit verboten werden. Wenn da aber die Verteilung so ist, wie wir in Nordrhein-Westfalen jetzt gewählt haben vor zwei Wochen, dann sind ja wieder nur die wirtschaftlichen Interessen vorne und wir können da nichts weiter machen. Ich denke insgesamt, es ist höchste, höchste Zeit. Jeder merkt es bei sich, es gibt weniger Bienen, es gibt weniger Insekten, es gibt weniger Sinkvögel. Und wir stehen am Ende der Nahrungskette. Das heißt also irgendwann mal ist ein neues Buch erschienen, das heißt die Geschichte der Bienen. Und da geht es dann im Endeffekt auch darum, was jetzt in China schon stattfindet, nämlich dass die Obstbäume mit Kuh-Tipps bestäubt werden müssen. Oh, okay. Und das ist im Prinzip unsere Zukunft und das heißt, wir haben nicht nur zu den Wetter-Turbulenzen, die uns erwarten und vielen anderen Sachen, eben auch tatsächlich noch eine Nahrungsmittelknappheit, weil keine Bienen bedeutet, wir haben nichts für unsere Ernährung. Und ich habe eben mit jemandem von der GLS-Bank gesprochen, das ist eine ökologische Bank hier in Bochum, die das Geld dafür anlegt, dass eben halbpädagogische Kindergärten, alternative Wohnprojekte oder Bio-Bauernhöfe... Und gibt es die nur in Bochum oder gibt es die in anderen Städten? Die hat noch, glaube ich, drei Standpunkte. Einmal weiß ich noch in Hannover und den dritten weiß ich nicht. Okay, also GLS-Bank. So wie der Transportdienstleister. GLS-Bank, schaut mal nach, vielleicht in eurer Stadt auch was. Und ich finde es halt echt auch sehr, sehr wichtig... Darf ich noch eins sagen? Ja klar, du kannst alles noch sagen. Ich war am Samstag bei Hagen-Reter und Leute, geht, geht zu Hagen-Reter. Das Programm war von 19.30 Uhr bis 23.30 Uhr vier Stunden lang, wo es wirklich darum geht, was wir jeder für uns tun können, auf Fleisch verzichten. Das ist das größte Problem, was wir gerade im Moment anrissen. Wir vergüllen unsere Umwelt und mit dem vielen Fleisch, was wir produziert, die schmeißen wir auf die Entwicklungsländer Märkte. Die Leute können dann natürlich nicht mehr die Kleinbauern da produzieren, genau was Monsanto dort macht. Wir vernichten dort die Ernährungsgrundlage von den Menschen, die eben in den Entwicklungsländern Indien, Südamerika leben. Und dann kommen die eben als Flüchtlinge zu uns, weil die da nichts mehr haben. Und deshalb... Wunderbar. Wir müssen aktiv werden. Das ist eben der Punkt, wirklich aktiv werden. Ja, und eine Plattform schaffen, wo wir merken, sind ich alleine. Genau. Dankeschön. Wunderbar. Also ich kann der Petra da wirklich nur zustimmen. Ihr kennt ja meine Videos. Ich finde es einfach wunderbar, einen Menschen da zu sehen, der wirklich aktiv dann hier steht, was tut und nicht nur zustimmt, so zum Programm geht wie zum Haken, zustimmt und sagt, ja, ist richtig, dann geht's nach Hause und der Alltag geht wieder los. So, dass man wirklich aufsteht, was tut und Unterschriften sammeln oder einfach in seiner Ernährung was ändern, mit anderen Menschen darüber reden, andere inspirieren, solche Sachen. Und ja, wie gesagt, Petra, da gibt's einen Kuss zurück und wir verabschieden uns. Danke euch alle. Wunderbar. Wird ungefähr. Wenn es so heiß ist, dann liebe ich diese weißen Flatschen hier von Barfuß. Aber da ist es nicht so heiß wie auf dem Asphalt. Der Asphalt ist nämlich schon richtig mörderheiß. Also ja, langsam kommt auch die Zeit, wo man halt schauen muss, dass es vielleicht zu heiß ist für Barfuß und dass man das mit der Schuhe anziehen muss. Aber wenn man in Bewegung bleibt, geht es eigentlich. So, jetzt ist Abend. Wir sind gerade angekommen bei Ariana und wir werden jetzt einen schönen ruhigen Abend machen. Und ja, weiß nicht, ob ich morgen übermorgen ein Video mache. Ansonsten bringe ich dann so ein Wissensvideo, was ich schon vorbereitet habe. Mal sehen, ob was erleben ist. Fühlt sich irgendwie an, als könnten die nächsten Tage sehr relaxed und ereignisarm werden. Und ja, für YouTube halt nicht so optimal. Aber naja, es ist halt, wie es ist. Und es fließt, wie es fließt. Und von daher könnte es sein, dass ihr in den nächsten Tagen vielleicht Videos seht, die ich vorproduziert habe, wo es ja thematisch um irgendwelche Wissenssachen geht oder um ein bewusstes Leben. Aber wir sehen uns auf jeden Fall weiter, wenn die Reise weitergeht. Gehst du von ganz vorne wieder? Okay. Sehr gute Flose. Sollen wir einen guten Morgen machen? Guten Morgen! Meinen wir. Guten Morgen! Das ist das letzte Video von unserer Wanderung. Tja, hat mich ja die ganze Zeit begleitet. Vielleicht die 3-4 Tage von Leipzig nach Bresden, wo du mit Alpen gewandert bist. Und ja, deswegen könnten wir schon jetzt von unserer Wanderung reden. Woher ist meine Wanderung geplant? Aber Tja hat mich die ganze Zeit begleitet. Und ja, jetzt ist der Punkt gekommen, wo wir die Wanderung erstmal beenden. Und der erste Punkt ist, den ich gleich vorweg schießen kann in meiner Erfahrung, ich werde definitiv diese Wanderung in irgendeiner Weise auch unterholen. Beziehungsweise das Prinzip dieses Nomadentum. Das ist eine Sache, die hat mir total gut getan, jeden Tag on the road zu sein. Jeden Tag neue Eindrücke zu sein. Jeden Tag neue Menschen kennen zu lernen. Jeden Tag Energien auszutauschen mit der Natur oder mit anderen Menschen. Es war einfach ein unglaubliches Portfolio an Emotionen, an Wissen, an Eindrücken, an Erfahrungen, was auf mich da eingeprasselt ist. Und es war einfach ein total schöner Flugzeug. Wie ging es dir? Ja, du hast ja eigentlich schon alles gesagt. Jetzt sage ich das mit meinen Worten. Ja, ich bin total dankbar, dass ich mit durfte und dich begleiten und auch einfach die Erfahrung für mich zu sammeln. Aus dem Grund bin ich ja mitgegangen. Nicht, weil ich mit Christian zusammen sein möchte, sondern weil ich einfach auch Menschen kennenlernen möchte und wandern möchte. Natürlich habe ich nichts gegen Christian. Aber wir wollen ja jetzt hier nicht irgendwo. Genau. Auf jeden Fall, ja, die Wanderung. Es ist einfach wunderschön, die Menschen wachsen zu sehen, wie man selber wächst. Und es ist wie so, man hat jetzt die Tomatenpflänzchen, die Samen reingemacht und dann sieht man immer mehr, wie sie wachsen. Und das sieht man halt in allen Ecken. Das ist jetzt nicht nur persönlich bei sich selbst, sondern auch von den Menschen, die wir besucht haben, die wir am Bibisrand gesehen haben oder einfach erleben durften. Und es ist auch total schön, einfach wirklich dieses Körperliche einfach, dass man auch viel gelaufen ist und dadurch auch viele Erkenntnisse vielleicht hatte. Und dass man halt auch immer wieder diese Natur naschen konnte. Und ja, das ist halt... Einfach auch real im Flow zu sein. Man kennt das ja, wenn man zu Hause sitzt und ein kluges Buch liest und sagt, ja, das stimmt und so weiter. Sondern das aber auch real zu erleben. Denn es ist einfach was anderes, über die Natur zu philosophieren und zu reden und zu sagen, wie natürlich ein Ernährung aussieht, wie ein natürliches Leben aussieht. Oder eben wirklich raus in die Natur zu gehen und sich mit der Natur zu verbinden. Real in der Natur zu liegen und nicht darüber zu reden. Das ist schon was anderes. Es ist beides sehr, sehr wichtig und beides auch, glaube ich, bedingt sich. Also einerseits, dass du, um in die Natur zu kommen, erstmal den Gedanken fassen musst, in der Natur quasi zu leben. Und andererseits auch, wenn du mit der Natur lebst, dieses auch, nachdem du das erlebt hast, auch drüber zu reflektieren, um eben auch in deinem Leben diese Erlebnisse und diese Erfahrungen auch wieder verarbeiten zu können. Und dadurch dann halt eine natürliche Lebensweise anstreben. Um eben in den Gleichklang zu kommen. Und das ist eigentlich das Ziel von allen Menschen ist. In Gleichklang mit der Natur zu kommen. Gleich zu schwingen. Und damit halt einfach zufrieden zu sein mit dem, was ist. Und zu leben, das was ist. Und nicht immer in die Vergangenheit gehen und immer nachdenken, was passiert ist. Oder die Zukunft projizieren, sich Sorgen machen. Alle Formen von Ängsten sind damit verbunden, dass man eben nicht den Moment erkennt und erlebt, sondern halt sich Gedanken macht. Was könnte jetzt gleich kommen in der Zukunft? Oder was ist passiert? Was könnte mir passieren? Ja. Und das heißt, das haben wir uns in der Natur lebt. Was war deine schönste Nacht? Welches war die schönste Übernachtung oder Nacht, die du erlebt hast? Vorher wollte ich erstmal noch Danke sagen für alle, wo wir hin durften. Also die uns aufgenommen haben, wenn man das so sagen kann. Es sind zauberhafte Menschen. Und ich bin wirklich sehr dankbar, dass wir bei euch sein durften. die Zeit, auch die Zeitqualität genießen können. Und was du gerade so ein bisschen angesprochen hast, mit diesem Sein-Zustand, das ist einfach wundervoll, einfach gedankenlos im Sein zu verweilen. Und einfach wirklich jede Zeitqualität mit jedem, was auch ist, ob das ein Mensch ist oder die Natur, einfach zu genießen. So, jetzt kommen wir zu der Frage. Und zwar die schönste Nacht bei Ariana. Welche? Das ist egal. Aber ich konnte da gut schlafen. Ich habe mich wohl gefühlt. Es war flauschig, warm, kuschelig. Es ist einfach... Es hat mir vom Ambiente, wenn wir so reden wollen, am besten gefallen. Okay, interessant. Und deine? Ja, ja. Ich habe gerade überlegt. Es gibt ja verschiedene Sachen vor. Am Ende war das schön. Aber der Gesamteindruck war tatsächlich unsere Nacht in Essen, wo ich so schlecht geschlafen habe wie in keiner anderen Nacht. Aber es war halt mitten im Park, wo die Leute halt rechts und links vorbeigegangen sind. Und wir halt in diesem Zelt, was so durstig war, direkt in der Natur geschlafen haben. Oder von den Menschen, die sie besucht haben. Nö, einfach heute schönste Nacht habe ich gesagt. Und wo wir dann halt in der Natur, wo das Gras so hoch war daneben und man drinnen gelegen hatte. Das war für mich einfach das Abendstück, das Einschlafen, das Frühstück aufstehen. Ich fühlte mich mit einem Grinsen. Das ist einfach... Ich glaube, das war die schönste Nacht. Es gab sehr viele schöne Nächte. Aber das war für mich, glaube ich, die schönste Nacht. Aber die am schlechtesten geschlafen. Und ja, bei den Übernachtungen und bei den Menschen, das hat eine ganz andere Qualität gehabt aufgrund von der Menschen und auch der komfortablen Situation, die man dann in der Wohnung hat. Also jede Dusche, die ich erleben durfte, nachdem wir zwei, drei Tage gewandert sind. Das war wirklich Dankbarkeit pur. Und auch gegenüber den Menschen, die uns dann aufgenommen haben. Und ja, das war... Man lernt die Dinge wieder zu schätzen. Man lernt wirklich die ganz einfachen Dinge wie Dusche wieder zu schätzen. Klo würde ich sagen, war für mich jetzt nicht so ein Problem draußen. Also Kacken und Pullen draußen ist überhaupt kein Thema. Also für mich, ich habe vor dem Rainbow überhaupt nicht draußen gekackt, noch nie draußen gekackt. Mittlerweile ist das für mich absolut Standard, wenn ich irgendwo muss, dass ich nicht warte bis zum nächsten Toiletten, sondern ich gehe halt einfach irgendwo in die Natur kacken. Und finde das vollkommen in Ordnung. Mach so mit dem Fuß ein kleines Löchlein. Kack rein und mach mit dem Fuß das dann wieder zu. Und ja, wunderbar. Worauf man gerade achtet, dass es halt biologisch ababraubar aus Toilettenpapier ist. Dass man da nichts macht. Also wenn man Heuchtes nutzt. Und ansonsten ist eigentlich für mich das ganz normal geworden. Und das finde ich erstaunlich. Weil ich bin wirklich, gerade was Kacken angeht, eigentlich so ein richtiger... Der gerne kackt, aber auch gerne zu Hause kackt. Gar nicht so. Auch dass ich früher... Jetzt schweift er ab mit dem Kacken. Ja, ja. Dann gehe ich mal über zum Schlaf im Zelt. Vielleicht ist das ein bisschen spannender als das Kack-Thema für die ein oder anderen Leute. Die Nacht, die er beschrieben hat, wo wir tatsächlich in einem Zelt haben wir das mal ausprobiert. Und da haben wir das Überzelt auch nicht rüber gemacht. Das ist dann wie so ein Moskitosnetzzelt eigentlich. Ohne Überbruchzelt. So, dass man alles sehen kann. Was natürlich... Das ist wahrscheinlich die spannendste Nacht oder den spannendsten Aufwachmoment. Dadurch, dass du in den Himmel, plus alles was immer um war, die Natur, die Geräusche, bei der sonst auch. Aber du konntest halt alles gleich sehen. Und das erlebt man nicht so oft. Einfach mal hier und von unten die Bäume hoch angucken und so. Man sieht ganz viele, ganz neue Sachen. Das war echt toll. Aber ich muss sagen so an sich, ich habe draußen ein Zelt, nachdem ich meinen neuen Schlafsack habe. Also davor mit meinem anderen Schlafsack mit dem Zelt weg. Der ist mir tatsächlich viel zu kalt. Mit dem so rumlaufen ist kein Problem. Da wird auch echt ein warm. Aber im Liegen, im Schlafzustand ist der mir zu kalt. Und ich hatte öfters Nächte, wo ich teilweise gefroren habe und nicht gut schlafen konnte. Es gab es aber auch viele Nächte, wo ich einfach gut schlafen konnte auf dem Zelt. Deswegen ist das für mich so der tollste Nachteil. Ja, keine Ahnung. Wenn man das mit der Optik sieht, dann war wahrscheinlich auch das mit dem Zelt, was nicht komplett zu war. Es gab drei Gründe, warum ich die Wanderung gemacht habe. Drei, ja, Hauptziele, die ich hatte. Das war einmal Menschen kennenlernen. Menschen kennenlernen, zu Menschen hingehen, die vielleicht nicht die Möglichkeit haben, aufgrund ihres Geistenszustands und damit assoziiert mit ihrer Eingebundenheit in den Alltag zu kommen. Obwohl man sich vielleicht gerne gesehen hätte. Die zu diesen halt eben zu gehen und War Spirit quasi zu ihnen zu bringen. Das war der erste Grund. Der zweite Grund war die körperliche Belastung. Und der dritte Grund, also die körperliche, ja, zu schauen, wo sind die Grenzen. Und kann man über diese Grenze hinausgehen. Und der dritte Grund, warum ich gewandelt bin, war halt etwas vielleicht über mich selbst zu erfahren. Und bei allen drei Punkten, ja, bin ich in der Wanderung bedient worden. Das heißt, oftmals ist es so, dass man vielleicht nicht alle Erwartungen da bedienen kann mit irgendetwas. Aber bei der Wanderung war es für mich. Alle das wunderbar erfüllt. Also Menschen habe ich sehr viele kennengelernt. Auch Menschen kennengelernt, wo ich gar keinen Bezug vorher hatte. Also richtig fremde Menschen. Dann Menschen, wo man sich vielleicht einmal gesehen hat, wo man einfach die Beziehung intensivieren wollte. Wo man auch mal die Energie richtig fließen lassen wollte. Wo man sich ja vielleicht auch körperlich etwas intensiver miteinander beschäftigt hat. Und ja, wo man sich einfach auch die Zeit mal annehmen kann. Als wenn man sich irgendwie auf dem Rohkost-Potlack trifft oder sowas. Also Menschen, der Punkt ist für mich erfüllt worden. Und das war eigentlich das, was für das absolut Tragelement und das einfach was Schönste auch von der ganzen Reise gewesen ist. Also die körperlichen Belastungen, um mich selbst etwas zu erfahren, war sehr intensiv schön teilweise. Aber die Menschen, das steht für mich ganz oben. Das war auch der Hauptgrund, warum ich los bin. Und war auch das, wo ich am meisten sage, ja, ich möchte weiter unterwegs sein. Der zweite Punkt, die körperliche Belastbarkeit. Ja, war insbesondere auf den ersten Kilometern von Leipzig nach Dresden. Das waren die ersten 3-4 Tage. Das war echt, wo ich schon 35 Kilometer am Tag gelaufen bin. Und mit dem 17,5 Kilo Rucksack, der mir in den Rücken gestochen hat. Und das war wirklich so Kampf und purer Kampf. Und wirklich Schritt für Schritt erkämpfen. Und das war, boah, I'm still alive. So, ich habe gespürt, ich lebe noch. Und das war wirklich extrem, extrem für mich. Und das haben es schön, dass ich festgehalten habe. Die Videos gerade die ersten 3 Tage werde ich mir bestimmt noch die ersten 4 Tage nochmal anschauen. Und das Video vom ersten Tag ist für mich immer das schönste Video. Wo die Reise losgeht mit Albin, mit Jana und mit Chiara. Also die körperliche Belastbarkeit, das habe ich halt rausgefunden. Und ich habe auch viele über mich selbst erfahren. Und das ist nicht nur hierzu bla bla. Ich möchte auch konkret das mal sagen, was so Sachen sind, die ich über mich selbst erfahren habe. Und zwar zum einen, ich bin ein großer Film von Demut. Weil ich zum einen ganz oft auch von Euch Zuschauer immer wieder gesagt bekomme. Hey, hör mal, Du wirkst ein bisschen arrogant. Du stellst Dich oft über die Dinger und so weiter. Obwohl das überhaupt nie meine Intention ist. Gerade deshalb, weil ich immer davor warne, sich vor andere zu stellen. Aber es kommt oft so rüber. Und deswegen bin ich ein großer Fan von Demut. Auch was den Grenzteil unseres Verstandes angeht. Viele Menschen möchten gerne alles erklären wollen. Und denken im Verstand kann man irgendwann alles erklären. Wir müssen nur nur genug wissen. Und das ist zu 100% meiner Überzeugung nach so, dass wir nie alles verstehen werden. Wir werden aber irgendwann alles sein. Und deshalb die Demut ist sehr wichtig. Ich habe auch wieder erfahren, das fängt an bei der Ausrüstungszusammenstellung, wo gesagt wurde, pass auf, jedes Gramm zählt. Und ich habe das zwar aufgenommen und versucht so halbwegs wenig zu packen, aber jedes Gramm zählt. Und nicht jedes Kilo zählt. Wirklich jedes Gramm zählt. Jedes einzelne Gramm zählt. Und entsprechend mit Leid bezahlen müssen. Man kann nicht demütig genug sein. Ich persönlich kann nicht oft genug an mir zweifeln. Ich kann nicht oft genug re-evaluieren, was ich an Wissen für mich als Fix betrachte. Was sich manifestiert hat an mir. Immer wieder hinterfragen. Immer wieder bewusst sein, dass sich Sachen einschleifen, die aufgrund der Änderungen der Umwelt oder der Änderungen deiner eigenen Situation, sei es gesundheitlich oder gedanklich, die sich einfach wieder verändert haben. Und da habe ich gemerkt, insbesondere gerade am Anfang mit der Ausrüstung und auch das, wie lange ich gewandert bin. Vor allem hat mir gerade am Anfang auch gesagt, mach nicht so viel am Anfang, der Körper muss sich daran gewöhnen. Und ich habe durchgeplauts 35 Kilometer, 2 Tage lang jeweils, der 2. und 3. Tag, der 3. und 4. Tag, der 2. Tag waren es glaube ich 30 Kilometer. Und halt wirklich bis an die Belastungsgrenze und darüber hinaus. Und dann halt in der Blase bezahlt, wo, wenn Anja nicht gewesen wäre, ich glaube ich schon nach 4 Tagen die Reise oder die Wand noch beendet hätte und nicht wirklich einen Monat durch Deutschland laufen hätte können. Und da diese Demut, das war die eine dieser Erfahrungen. Eine ganz wichtige andere Erfahrungen, die konnte ich durch eine Begegnung mit Stephanie erfahren, wo ich erfahren habe, dass vieles in mir eben doch noch nicht verarbeitet ist, wo ich dachte, dass es kein Problem für mich ist, sondern was Emotionen hervorruft und was ich einfach nur abgeblockt habe, was ich irgendwo verschlossen habe in mir und wo ich sehr emotional war und wo es emotional rausgekommen ist, wo ich sage, ok, Christa hat auch wieder ein Stück Demut natürlich, aber auch ein Stück Wissen, hey da ist noch ganz schön viel in dir, was vielleicht irgendwann verarbeitet werden möchte, beziehungsweise was geöffnet werden muss und was ich dann halt raus bewegen soll. Und wenn man dann nichts mehr erkennt, dass ich sage, es gibt Menschen, die haben die Fähigkeit wirklich ihren Leid hinaus zu geben, hinaus frei zu lassen, dieses Leid wirklich in aller Ekstase abzugeben. Das hat mich beeindruckt. Das ist eine Sache, wo ich selber nie oft merke, dass ich mir doch vielleicht die Träne eher bedrücke, als die Fähigkeiten zu lassen, in gewissen Situationen, insbesondere wenn andere Menschen zugegeben sind und auch eine sehr sehr wichtige Erkenntnis für mich, dass es halt diese Menschen gibt und die haben mich ganz stark inspiriert. Weiterhin dieses Gefühl für andere Menschen, dieses energetische Grundmuster, was jede Person hat, diese Schwingung, diese aufzunehmen und in dieser Schwingung, also zusammen kohärent mit ihr zu werden, indem man sich anschaut, indem man Gespräche führt, indem man einen Teil des Lebens miteinander führt mit den Leuten, die wir besucht haben und dass sich das angleicht und dass man dann ein Lebensgefühl und ein Gefühl für den Menschen, der ja auch zum Leben dazugehört. Also wenn ich von Lebensgefühl rede, das ist halt zwar ja natürlich ausgehend aus meiner Betrachtung, also mein Gefühl, aber eben auch das Leben an sich, nicht nur mein Leben, sondern so ein Lebensgefühl, ein gemeinsames Gefühl mit diesen anderen Menschen, wie sich das sozusagen dann bildet und die Menschen, die vielleicht in erster Instanz gar nicht so sehr, wenn man sich nicht auf diese Energie fokussieren würde, zusammenkommen würden, wie diese irgendwann dann gleich schwingen und wie in alten Denkmustern, wie da Beziehungen entstehen. Also Liebesbeziehungen. Und das ist halt auch eine Erkenntnis gewesen, dass ich mit so vielen Menschen, wenn ich noch neben dem alten Denkmuster wäre, einfach eine Liebesbeziehung anfangen könnte, angefangen von Chiara bis hin zu anderen Menschen, die mir begegnet sind, wie das möglich ist, wenn du einfach nur energetisch schwingst. Und wie einfach das ist. Und daraus dann für mich persönlich auch oftmals dieses Gefühl, was ich erlebt habe, dass ich halt dann doch bei der einen oder anderen Person in der Form der Anhaftung komme. Dass ich halt gerne mit dieser Person länger zusammenbleiben würde und gerne so eine Beziehung führen würde, aber nur das erste Grundgefühl. Dann ist natürlich mein Verstand, der dann diese alten Muster erkennt und die Anhaftung erkennt. Und das was mit ihr einhergeht, dass es eben nicht die Liebe ist, sondern dass es eben das ist, was besitzen will und mein Bedürfnis befriedigen an der Person. Nicht unbedingt sexuell auch, aber nicht nur. Und dass es dann ganz wichtig ist, dann weiterzuziehen. Und das hilft natürlich so eine Wanderung. Wenn du Menschen mit denen du gerne lieben würdest, mit denen du den Rest deines Lebens verbringen würdest, wenn du diese Menschen mit denen begegnest, die Zeit genießt, die Energien sich angleichen und dann sagst Adieu. Und weiterziehst. Nicht Anhaftest. Den Moment genießt. Und dann schon wieder ein neuer Moment. Den nimmst du auch wieder. Und das sind so die Selbsterkenntnisse, die mir diese Wanderung gebracht hat und die sich für mich diese Wanderung haben gelohnt, dass ich mein ganzes Leben gerne darauf zurückstehen werde. Und das sieht ja auch die Menschen immer wieder. Manchmal sieht man sie wieder. Aber der Gedanke, oh ich sehe ihn ja wieder, ist sehr sehr kontraproduktiv. Weil damit hast du eine Erwartungshaltung, oh ich sehe diesen wieder, was mir in Zukunft projiziert ist. Das meine ich gar nicht. Nein, ich sag es gleich dem Zuschauer. Und dann ist es gefährlich. Ich versuche, wenn ich jemanden liebe und wenn ich jemanden sehr sehr intensiv mit jemandem schwinge, nicht am Ende zu sagen, ja wir sehen uns ja bald wieder. Nein, es ist eine schöne Zeit mit dir, mach es gut. Und wenn man sich wieder sieht, ist wunderbar. Natürlich, was du meinst, man sieht sich wieder und es ist schön. Ja klar, man sieht halt immer wieder neue Menschen. Aber es ist ganz wichtig, dass man nicht jemanden verlässt, um ihn wieder zu sehen und das im Kopf dann behält. Du hast es ja auch nicht gemeint. Genau, das denke ich gar nicht. Und für dich, was hast du an Erwartungen gehabt an die Wanderung? Ich habe keine. Gar keine. Wie immer. Ich probiere echt an den Tag einzuleben und dann einfach alles auf mich zukommen lassen. Ich hege keine Erwartungen. Ich genieße einfach. Und auch die nicht so angenehmen Momente. Die sind ja auch da, um was draus zu lernen. Für mich sind dann halt nicht so schöne Momente, die vielleicht schmerzhaft sind oder laut werden. Die sind dann halt sehr lernreich, wenn es wieder ruhiger geworden ist. Und da muss man halt auch quasi durch und das macht man dann halt einfach. Aber irgendwie mit Erwartungen ran bin ich gar nicht gegangen. Ich finde es faszinierend, wenn man untrainiert einfach loslässt und irgendwann sagen die Füße, ich kann nicht mehr, ich werde mich hinlegen oder so. Oder ich merke, ich werde immer langsamer und denke mir so, okay, jetzt irgendwie brauche ich mal eine Pause. So. Aber du kannst einfach weitergehen rein theoretisch. Du kannst immer weitergehen. Du kannst über deine Grenzen hinaus wachsen. Die Muskulatur wird immer stärker und so weiter. Das sind so Begrenzungen, die macht man sich vielleicht, aber die muss man sich nicht machen. Das ist ein wahrer Wort, das von der Wanderung ausgehend, aber auch in jedem Lebensbereich ist es so, dass man tatsächlich sich selber diese Begrenzung schafft. Und dass man einfach nur wirklich versucht, mal ein bisschen darüber hinaus zu wachsen und einfach neue Erfahrungen zu sammeln. Wir alle haben unsere Komfortzone, der eine ist so, der andere ist so. Aber wir sind viel mehr im Stande, wir haben viel mehr Potenzial für Zufriedenheit zu entwickeln. Und man muss sich wirklich das von alten Denkmustern lösen. Und ja. Dabei würde ich es auch gerne belassen. Und nur noch der Hinweis, ich weiß genau wann das Video kommt, aber wir werden uns jetzt zurückfahren und wir werden zum Rohkost Potluck in Leipzig wahrscheinlich wieder zugegen sein. Und das ist natürlich ein bisschen witzig, weil ich ja eigentlich dann doch bei jedem Rohkost Potluck dann wieder dabei gewesen bin in Leipzig. Aber es kommt noch dazu, dass zu diesem Rohkost Potluck auch Hannah wieder dabei ist. Die für drei oder vier Tage in Leipzig ist. Und diesen Moment, das war so die Initialzündung dafür, dass ich gesagt habe, ich gehe auf jeden Fall nach Leipzig. Und ja, da die Wanderung auch ein gutes Komplettpaket gewesen ist, sich gut anfühlt und ich auch in meinem Garten mal ein bisschen nach Rechten schauen muss. Und ja, wenn ich noch andere Dinge auch für mich so ein bisschen erledigen will in Leipzig sowieso, ja war es einfach eine gute Möglichkeit. Also Rohkost Potluck am 10. Juni, falls ihr euch das Video seht, in Leipzig sind wir auch wieder da. Schön braun sind wir geworden. Schön braun sind wir geworden. Schön braun sind wir geworden. Sonnenpfad hat sich eigentlich im Rahmen gehalten. Ansonsten, einfach schön. Man sieht sich. Genau. Man sieht sich. Macht's gut. Ciao. Hey, ich bin wieder zu Hause. Früher, wo ich mal auf Reisen gewesen bin, in den Urlaub gefahren bin, dass ich Erlebnisse gehabt habe, habe ich mich immer wieder auf Zuhause sehr gefreut. Und hatte teilweise nach 1 Späßen, 2 Wochen auch so einen Heimweh. Wissen wir nicht. Ich bin nach Hause gekommen und ok, bin wieder da. Das war für mich eine sehr interessante Erfahrung oder ist für mich eine interessante Erfahrung. Weil wir befinden uns exakt an dem Tag, wo ich jetzt wieder angekommen bin. und habe meinen Rechner angemacht, wollte ihn dann machen, kaputt. Mein großes Arbeitsgerät, mit dem ich die YouTube Videos mache, ist kaputt. Das liegt nicht an der Festplatte, das ist wahrscheinlich ein Motherboard, soweit ich das beurteilen kann. Normalerweise in den letzten Jahren, wenn mein Computer kaputt war, das war immer schon mein Arbeitsgerät. Panik, Unwohlsein. Für mich, für jetzt in der Stimmung, habe ich keine Computer mehr. Ich denke nicht daran, boah jetzt kannst du nicht mal die YouTube Videos machen. Du kannst nicht mehr jeden Tag diese mit meiner Spiegelreflexkamera und meinem Blue Screen, diese Videos machen gewohnte, gute Qualität euch präsentieren. Und bei YouTube dann sozusagen die Abonnenten steigen. Ich habe jetzt jemanden Bescheid gegeben, ob er sich vielleicht meinen Computer angucken will. Ich habe dafür noch einen älteren Laptop, der wirklich sehr alt ist, aber den ich einfach denjenigen gleich mitschenke und sage, hier am Computer kannst du da noch was machen, guck mal nach. Ich habe gemerkt, mit dem Handy kann ich die wichtigen Dinge aufnehmen. Ich brauche kein Skript, ich brauche kein Blue Screen, ich brauche das alles nicht. Klar, für euch ist das wahrscheinlich angenehmer, wenn ihr im Hintergrund irgendwelche schönen Bilder sieht oder so weiter. Ich komme nach Hause und sehe die ganzen Gegenstände hier. Ich sehe immer noch diese Fernseher dasteht, die ich verkaufen möchte. Ich sehe immer noch das Bett hier. Ich sehe so viele Dinge und denke mir, das willst du einfach alles nicht mehr haben. Du willst das nicht mehr haben. Das fängt bei den Gegenständen an und endet halt tatsächlich bei der Wohnung. Ich bin jetzt 30 Tage als Nomader durch Deutschland gereist. Teilweise mit Unterstützung von lieben Menschen. Teilweise ohne Unterstützung. Es hat sich immer richtig angeführt. Ich weiß nicht, wo ich mein Weg führt. Ich weiß es nicht und ich weiß natürlich, wenn ich YouTube nicht mehr bediene. In dem Sinne, dass ich hochqualitative Videos mache. Mit hochqualitativen Content und mit optimalem CEO. Also Search Engine Optimierung. Auf jeden Fall. Das kann ich alles nur am Rechner machen. Das kann ich alles nur am Rechner machen. Weil ich da eine Software habe und mich da reingefuchst habe. Auch die Videobearbeitung. Es gibt einige Videos, die kann ich einfach so nicht machen am Handy. Da kann ich ein bisschen schneiden, Musik unterlegen und das war's. Und selbst das kostet schon viel Mühe an so einem kleinen Handy. Aber ich habe jetzt das Gefühl, ich will das nicht. Ich möchte einfach tatsächlich das was mir... Nein andersrum. Ich will es nicht falsch ausdrücken. Ich möchte zu 100% die Dinge vermitteln, wie sie sind. Und die aktuelle Situation ist, mein Computer ist kaputt. Das heißt, ich mache weiter mit dem Handy Videos. Und ich will nicht unzufrieden sein und sagen, hey, da geht es doch mit YouTube nicht voran. Und ich habe auch von den Einnahmen gesehen, die Einnahmen sind wieder leicht rückläufig. In der Zeit, wo ich mit Handy produziere. Das liegt einfach daran, weil mit Handy hast du halt nicht diese Suchmaschinenoptimierung. Mit dem Handy kannst du halt nicht so viele Ref-Links platzieren. Also das sind die Links bei Amazon, wenn ihr vorher einkauft wollt draufklickt und ich dann sozusagen Affiliate-Provisionen kriege. Was der größte Posten immer noch ist von meinen Einnahmen. Und das heißt, ich kann es nicht mehr so optimal gestalten. Aber dieses optimal gestalten ist halt eben auch so ein bisschen nicht das wie der Flow ist. Sondern das ist das wie man die Arbeit ausführt, damit sie erfolgreich ist. Die YouTube-Arbeit. Ich habe es bei der Wanderung gesehen, es hat sich richtig angefühlt. Einfach mit dem Handy zu filmen, abends das Video zu schneiden, so wie es ist. Und das zu repräsentieren was ist. Und was ich gut anführe und was in mein Leben passt. Und jetzt wieder hier zu sitzen, in der Wohnung. Vielleicht wenn ich mich die nächsten Tage wieder in Wissen reinlese und in Bücher wälze. Dann komme ich wieder in diesen Buchwurm-Modus wo ich in der Wanne liege, wo ich in dem Bett hier stundenlang, tagelang Bücher wälze und vergleiche und schaue und wieder im Verstand arbeite. Und dann in diese Kiste, in diesen Computer das Wissen aufbereite um das dann mit der Technik hier in der Küche, auch in deiner Wohnung umzusetzen. Um für Euch dann den Mehrwert zu bieten und Euch zu informieren und Euch zu inspirieren. Wobei mein Empfinden nach das sowieso viel zu viel ist für Euch. Die Menschen sind nicht fähig, jeden Tag wirklich bewusst meine Videos zu konsumieren. Wer das tun wird, der braucht wahrscheinlich gar nicht meine Videos, weil er da wirklich jeden Tag bewusst ist und gar nicht so diesen Alltagstrott hat. Vielleicht ein schwieriges Thema jetzt, wie ich mit der Situation umgehe. Ich werde den Computer anschauen lassen über kurz oder lang und wenn irgendwas reparabel ist und das unter 50€ bleibt, werde ich es wahrscheinlich machen. Ansonsten habe ich auch einfaches Geld nicht, muss man dazu sagen. Also ich habe mal Kassensturz gemacht. Die Problematik ist jetzt auch so ein bisschen gewesen, dass ich als Selbstständiger, der zusätzlich noch die Förderung erhalten hat, ich habe ja Förderung erhalten vom Arbeitsamt für meine Selbstständigkeit, dass ich jetzt aufgrund des hohen Verdienstes, den ich halt gehabt habe, und ich zähle ja alles in den Verdienst mit rein, auch die Patreon-Einnahmen und so weiter, also auch Eure Zuwendungen, die ich bekommen habe, ich habe natürlich alles angegeben. Und entsprechend habe ich sehr viel Geld verdient, also so viel Geld, dass ich halt aus dem Existenzminimum quasi jetzt selber in den letzten Monat rausgekommen bin. Und so viel war natürlich nicht vorhersehbar, dass das so viel wird. Und deswegen habe ich jetzt sehr viel zurückzahlen müssen, wortwörtlich 2.500€ habe ich zurückgezahlt, bzw. ich muss es zurückzahlen. Und ja, ich kann euch sagen, was mein komplettes Vermögen zum aktuellen Zeitpunkt ist. Ich habe noch 200€. Das ist alles was ich habe. Und ja, ist okay. Aber deswegen kann ich halt irgendeinen Computer jetzt mehr reparieren. Und habe auch nicht das Bedürfnis. Bei 50€, ja, geht noch so. Und ja, das Handy reicht vollkommen aus. Und in dem Zuge eben auch dieses Gefühl bei der Wanderung, was ich hatte, das Gefühl, was ich jetzt habe. Ich sage euch ehrlich, ich könnte sofort wieder loslaufen. Es war einfach nur gigantisch. Es war einfach nur gigantisch. Ein Lebensgefühl voller Freiheit, voller Liebe. Es war vielleicht auch alles so optimal, muss man auch dazu sagen. Also dort wo wir übernachtet haben, die Menschen waren ja allesamt total von Liebe beseelt, oder sie waren zumindest offen für Liebe. Wir haben so viele Energien austauschen können. Das Wetter war eigentlich total gut. Bis auf die eine Regennacht war die immer am trockenen. Und wenn es gewittert hat, waren die gerade irgendwie drin oder so. Und das war wirklich alles perfekt gelaufen. Wer weiß, wenn es nicht so perfekt läuft, ob das dann auch das Gefühl hinterlassen hätte. Aber das Gefühl, was ich jetzt spüre, wenn ich in diesen 4 Wänden bin, mit dem ganzen Ballast, mit diesem materiellen Ballast, mit der Technik, mit diesen Geräuschen, die die Technik macht. Ich weiß nicht wie es weitergeht. Ich weiß nicht wie es weitergeht, es ist alles möglich. Es ist möglich, dass ich an einen Punkt gekommen bin, wo ich tatsächlich solche Sachen in Erwägung ziehe, wie wir einfach nur ganz arm leben, von der Hand im Mund, wie man so schön sagt. Und kräutern sich von Wildgrün, von Zuwendungen von Menschen, von gesellschaftlich oder gemeinschaftlich erbrachten Spenden, wie bei den Rainbows das ist. Dass man sozusagen die einen arbeiten und die anderen bringen halt das Geld. Bei den Rainbows ist das halt eben so. Das ist halt derjenige, der dann das arbeitet, der zum Beispiel in der Küche das zubereitet. Und von Rainbow zu Rainbow gehe und so lebe. Ohne Krankenversicherung, ohne alles. Das ist das eine Extrem. Das andere Extrem ist, ich wusel mich jetzt wieder rein in diese ganzen Wissensvideos. Und ich werde bei YouTube weiter jeden Tag das Video, Wissensvideos machen. Und ich habe ja noch einiges vorproduziert, also da kommt auf jeden Fall einiges noch. Ihr seht ja immer so den Wandel bei YouTube so ungefähr 30 Tage Zeit verzögert. Also das Video jetzt. Das ist natürlich aktuell. Das wird auch aktuell gepostet. Ich werde am Anfang nächste Woche posten, nach dem Rohkost-Potluck wahrscheinlich. Und alles ist möglich. Ihr wollt euch einfach die Gedanken teilen. Die gehen mir jetzt in den Kopf. Und es fühlt sich einfach richtig an, genau das Euch zu teilen. Gar keine Idee zu haben, was ich in Euch auslösen möchte oder sowas. Sondern einfach mein Leben darzustellen. Und Ihr könnt Euch das rausnehmen für Euch, was Ihr für wichtig erachtet. Das fühlt sich einfach so viel richtiger an, als bewusst Euch in einem Themengebiet Wissen zu vermitteln. Was ich selber auch erarbeitet habe. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt alle wissend bin, sondern ich erarbeite immer das. Und trete dann natürlich auch einen Diskurs mit Euch. Es gibt aber bei diesen Wissensthemen auch immer Kontroversen. Und darüber wird diskutiert. Aber es ist halt jetzt zur Zeit, jetzt in dem Moment, gerade nicht so im Fokus dessen, was ich beabsichtige zu tun. Gut, ich will Euch nicht unnötig rauszögern. Eure Zeit ist kostbar und von daher wünsche Euch einen guten Morgen. Wenn ich jetzt bei mir Bescheid verweise, wie es weitergeht. Ein Freund hat mir eventuell angeboten, einen Laptop zur Verfügung zu stellen, dass ich wenigstens so ein bisschen was im Internet machen kann. Wir werden sehen. Teilt Eure Gedanken zu diesem Video, zu meinen Gedanken gerne in den Kommentaren. Ich liebe Euch. Und ich liebe Euch auch, wenn ich kleine Videos mehr mache. Und mich kann man immer begegnen in dieser Welt, solange ich umherstreife. Solange ich in den Wäldern, in den Straßen oder in den Wohnungen der Menschen bin. Da wo ich mich wohlfühle. In der Natur. Und die Menschen gehören zu der Natur. Aber alleine in der Wohnung. Mit meinem Steinbutter hier. Fühlt sich gerade nicht so gut an. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020